Wenn der Redner fertig ist, gibt es wieder einen tosenden Applaus. Und das ist gleichzeitig schon der Aufgangsapplaus für den Nächsten. Das ist ganz wichtig, damit wir das Timing einhalten. Also, Schlussapplaus gleich. Das ist für euch wichtig. Wenn der Schlussapplaus kommt, dann geht ihr auch gleich auf die Bühne. Jetzt haben wir fast ehrlich gesagt, wir dürfen unseren Fotografen noch mal riesigen Applaus geben. Dominik V. Plus Mirjam. Wer eine ganz, ganz große Bitte hat, setzt euch bitte immer, weil sonst werden die Filmaufnahmen natürlich von hinten nicht schön. Dieses Dreieck hier sollte nie einen leeren Stuhl besetzen. Also, wenn jemand von euch rausgeht, Pippe geht, was auch immer, sollte logischerweise jemand anders diesen Platz einnehmen. Wir brauchen euch hier eng zusammen, gerade in diesem Kamerawinkel, der so wichtig ist. Alles klar? Danke für die Frage. Der Runterweg ist hier. Denn wenn ihr hier runter geht, kann der Nächste schon starten. Denn der Abgangsapplaus des einen ist zeitgleich der Aufgangsapplaus des anderen. Und dann kommt ihr bitte, ich sitze hinten in der Ecke, kommt dann zu mir von mir, kriegt ihr einen mini, mini Feedback noch zu eurer Rede. Denn ich kann ja nicht die ganze Zeit mit euch reden, denn ich muss ja wiederum auf den Nächsten hören. So, und jetzt würden wir, Jörg, und ich euch noch ganz kurz zeigen wollen, wie wir glauben, dass jemand auf so einer Bühne performen sollte. Und dazu gibt es so ein schönes Beispiel, wenn ihr das kurz abspielen könnt, bitte macht das mal. Und ich glaube, ihr dürft es nochmal draufdrücken. Und ich glaube, ihr dürft es nochmal auf den Nächsten, wenn ihr das kurz abspielen könnt, bitte macht das mal auf den Nächsten. Und ich glaube, ihr dürft es nochmal auf den Nächsten, wenn ihr das kurz abspielen könnt, bitte macht das mal auf den Nächsten. Und ich glaube, ihr dürft es nochmal auf den Nächsten. Und ich glaube, ihr dürft es nochmal auf den Nächsten. Und ich glaube, ihr dürft es nochmal auf den Nächsten. Das, was aussehen sollte. Ich finde das großartig. Liebe Rednerinnen, denkt nochmal an eure Ohrringe, die klappern am Mikro, die gehören leider runter. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze aussieht. Dann bitte die nächste Folie. So sieht das dann aus. Ihr habt immer die Anzahl des Rednern, sind dann die Namen. Hier läuft dann nochmal die Zeit ab. Und ihr seht unten noch 70 Teilnehmer bis zum Weltrekord. Und damit sind wir startklar für den vierten internationalen Speakerslam in München. Und ich bitte euch, liebes Publikum, Sie noch einmal warm zu klatschen, einmal alles zu geben. Und mit diesem Applaus bitte ich euch nochmal einzugeben. Und wir eröffnen hier mit den vierten internationalen Speakerslam in München. Mit der Nummer eins, Martin Schwander. Wie geht das? Ein Mensch betritt eine Bühne und es brennt die Luft. Und ein anderer Mensch betritt genau die gleiche Bühne und man hat ihn noch nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe viel Überwirkung von einem Mops gelernt. Ich habe nämlich mal mit einem Mops-Theater gespielt. Das war die Kleinbürgerhochzeit von Brecht. Eine kleinbürgerliche spießige Hochzeitsgesellschaft. Und der Regisseur ist der Meinung, die ultimative Spießigkeit, die wir für dieses Stück brauchen, lässt sich nur mit so einem Mops erzählen. Also wird der Mops gecastet. Und es stellt sich eine Frage, wie kriegen wir den Mops dazu, zu einem bestimmten Zeitpunkt auf und dann natürlich auch wieder abzutreten. Und das ist gar kein Problem, sagt die Besitzerin. Mein Mops liebt Käse. Und immer wenn ich von der Seitenbühne mit dem Käse winke, dann kommt er zu mir und umgekehrt. Und das klappt hervorragend. Auf dem Boden. Bei der Premiere ist es dann vorbei. Denn dieser Mops ist eine Bühnensau. Und das Brauchen kann mit Käse wedeln, so viel sie will. Wozu Käse, wenn man Bühnenruhm haben kann? Das Publikum ist begeistert. Und ich sehe so aus dem Augenwinkel, die schauen überhaupt nicht mehr zu uns, sondern immer nur zu Mops. Und das Lachen hat nichts mit unserer Schauspielkunst zu tun, sondern damit, kein Scherz, dass der Mops gerade sein Revier markiert. Und ich frage mich, was hat dieses Viech, was ich nicht habe? Wenn ich gegen die Kulisse pinkele, dann kriege ich ganz bestimmt keinen Szenenapplaus. Und mir fällt eine alte Theaterweisheit ein. Mit Kindern und Tieren geht man besser nicht auf die Bühne, die spielen einen immer an die Wand. Und warum ist das so? Kinder und Tiere haben eine unglaubliche Präsenz und sind immer voll Hingabe bei ihrer Sache. Und sie sind unberechenbar. Selbst bei den trainiertesten Bühnenmops weiß man nie genau, was der als nächstes tut. Und was machen wir? Vor allem im Business. Meist das Gegenteil. Wir multitasken fünf Dinge gleichzeitig und sind ganz selten einfach mal da. Ja, wir machen langweilige, vorhersehbare Präsentationen und dann verhalten wir uns auch noch vorhersehbar. So wie man sich eben verhält in dieser oder jener Position. So wie man eben eine Präsentation macht. Wir versuchen Schablonen und Floskeln zu erfüllen und dann ballern wir unsere Zuschauer mit PowerPoint an die Wand, um von uns abzulenken. Weil wir es kaum aushalten, einfach mal da zu sein. Weil wir meinen, unsere Existenz mit irgendetwas rechtfertigen zu müssen, liefern zu müssen, wenn wir uns alle anschauen und für den Fokus haben. Denn es ist ja undenkbar, dass wir selbst interessant sind, ohne irgendetwas zu tun. Oder? Kein Mops käme auf so eine Idee. Der ist einfach da. Wir sollten in unseren Auftritten wie in unserem Leben mobshafter werden und zu der Präsenz zurückfinden, mit der wir mal auf die Welt geschlüpft sind. Wenn wir uns mit jeder Phase unseres Wesens, unserer Aufgabe hingeben, mit allen Sinnen und uns obendrein etwas mobshafte Unberechenbarkeit erlauben, dann ziehen wir unser Publikum in den Bann, dann werden auch die Smartphones in den Hosentaschen uninteressant, dann brennt die Luft. Und es kommt nicht darauf an, perfekt zu sein, es kommt darauf an, da zu sein. Und das ist ein sehr sinnlicher, physischer, analoger Vorgang. Und wir Menschen sind zutiefst analog gewesen. An Digitalisierung, künstlichen Intelligenzen kommen wir heute nicht vorbei und das sollen wir auch gar nicht. Aber wir brauchen ein gutes Gegengewicht dazu. Und das Gegengewicht sind unsere analogen Kompetenzen. Das, was uns Menschen zu Menschen macht. Und das brauchen wir heute mehr denn je. In diesem Sinne, lasst uns alle Möpfe werden. Bravo! Und wir freuen uns auf Ulrike Alt! Sommer 2018. Wir sind auf Lanzarote, mein absolut persönlicher Lieblingskraftort. Ich liebe diese magische Insel. Aber ich kann es nicht genießen. Ich habe ein riesiges Problem. Ich habe so viele Allergien und Unverträglichkeiten, dass mir fast nichts mehr übrig bleibt, was ich essen kann. Die Basics wie Mehl, Schweinefleisch, Milch, die meisten Obst-Gemüsesorten, phasenweise in meinem Leben auch Eier und bis hin zum Pfeffer kann ich nicht essen. Ich reise mit einem Koffer voller Lebensmittel aus Angst, nichts zu essen zu kriegen im Urlaub. Und dann stehe ich nach zehn oder elf Tagen am Buffet. Ich habe die Tage mit Beilagen und Melone rumgebracht. Ich stehe mit Tränen am Buffet und sage, ich habe es so satt. Ich habe es so satt. Die Dinge, die ich liebe, nicht essen zu können, ohne körperlich hart bestraft zu werden. So habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. 42 Jahre ziehe ich von Spezialist zu Spezialist. Keiner hat eine Lösung für mich. Sie sagten, lassen Sie es halt weg. Nee, denke ich mir so nicht. Und dann, der Moment, Panik kommt, kriecht mir hoch. In dem Nacken sitzt sie. Vor meinem geistigen Auge sehe ich mich im Altersheim sitzen und eine Schale Reis mümmeln, weil nicht mehr übrig bleibt. Allein und ausgeschlossen. Cut. Januar 2020. Ich esse, was mir schmeckt. Ich habe in jeder einzelnen Sekunde meines Lebens die Wahl. Immer. Und ich bin frei. Was ich jetzt weiß, Ärzte und Neurowissenschaftler wie zum Beispiel Dr. Rüdiger Dahlke oder Joe Dispenza haben festgestellt, dass bis zu 95% aller körperlichen und psychischen Symptome eine seelische Ursache haben. Das bedeutet, es gibt ein ursächliches Stresserlebnis. Und genau dieses kann man aufspüren über die tiefe Arbeit mit dem Unterbewusstsein, das wirklich alles dokumentiert, ab dem Zeitpunkt der Zeugung. Und genau dieses Symptom spüren wir auf, lösen es auf, lassen es los. Und danach kann das Symptom in die Heilung gehen, weil wir die Botschaft der Seele verstanden haben. Und dann wird es nicht mehr gebraucht. Wir alle tragen einen emotionalen Rucksack. In unserer Kindheit ist er leicht und wir tanzen durchs Leben und irgendwann im Leben kommt der Punkt, wo ich sage, oder auch wo du sagst, oh, es ist so schwer, ich kann und mag dieses Gewicht nicht mehr tragen und ich will es nicht mehr länger ertragen. Und dann lade ich dich ein, diesen Rucksack mit all den Päckchen, die du dir selber und die deine Ahnen und deine Eltern reingepackt haben, auszuräumen. Ich bin den Weg gegangen und ich weiß, wie es geht. Was macht dieses Wissen für dich möglich? Und bist du bereit, wirklich bereit, frei zu sein? Grauer November im Jahr 2008 in einem Saal in Nürnberg, im größten Pharmakonzern in Deutschland. 700 Außendienstmitarbeiter und ich davor. Und meine Aufgabe ist es, Ihnen zu erklären, dass diese 700 im Jahr darauf entweder einen anderen Job, woanders einen Job oder gar keinen Job mehr haben würden. Zwei Stunden später bin ich schweißnass und gelöchert von Fragen, Ängste in irgendeiner Weise zu mildern und diese Menschen ruhig zu stellen und sie dann zu entlassen. Ich gebe mein schweißnasses Handmikrofon meiner Assistentin und tausche es gegen ein Manuskript, denn danach würde ich ein Interview führen müssen mit der Süddeutschen Zeitung über den bis dahin größten Personalabbau in dieser Pharmafirma. Ich wechsle die Bühne und den großen Raum gegen das Oval Office und treffe auf einen 35-jährigen Redakteur eine Hornbrille und ein fleischfarbenes Wrangler-T-Shirt und setze mich mit ihm dann an den Tisch und beantworte seine Fragen. Als wir damit durch sind, Personalabbau einerseits und mich als bis dahin jüngste Führungskraft in diesem Konzern, endet er mit der Aussage, Ihre Geschichte als weibliche Führungskraft wäre ja fast perfekt, wenn Sie jetzt noch Mann und zwei Kinder hätten und da entglitt mir mein Gesicht. Ich verabschiedete ihn und ging nach Hause und war sprachlos. Danach war ich zwei Wochen krank. Ich war traurig, ich war wütend, ich weinte und als ich mich wieder beruhigt hatte, heiratete ich meinen Freund. Danach verlangte ich eine Gehaltserhöhung, ich verdiente damals 150.000 Euro. Danach ließ ich mich versetzen, ich führte 36.000 Leute, aber ich fühlte mich nicht erfolgreich. Ich arbeitete inzwischen in sieben verschiedenen Ländern und fühlte mich nicht erfolgreich. Ich hatte eine Rolex, aber ich fühlte mich nicht erfolgreich. Irgendwann machte ich mich selbstständig, ich fühlte mich immer noch nicht erfolgreich. Dann kam das zweite Unternehmen, aber es fühlte sich immer noch nicht erfolgreich an. Und inzwischen kommt auch noch eine Frauenakademie dazu. Aber so richtig erfolgreich, weiß ich nicht. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Frauen in einer Männerdomäne fühlen sich nicht erfolgreich und werden auch nicht erfolgreich. Solange sie sich nach den Erfolgskriterien anderer Leute definieren, solange sie sich vorschreiben lassen, was Erfolg ist. und auch bei mir kam der Dreh erst sehr spät. Ich bekam eine Mail über Xing. Und da stand drin, liebe Frau Dr. Dahm, ich brauche einen Job und es war der Redakteur aus der Süddeutschen Zeitung. Und da dachte ich an sie und unser schönes Interview und vielleicht haben sie ja ein paar Connections und ich war sauer und ich war wütend. Und dann besorgte ich ihm einen Job. Und da stellte sich das Erfolgsgefühl ein, weil es nämlich geil ist, andere Leute erfolgreich zu machen und andere Leute über sich rauswachsen zu lassen. Es ist toll, wenn man seinen Erfolg durch den anderen Volk definiert. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte Sie auf eine kleine Reise mitnehmen und zwar damals, als ich ein kleines Mädchen war. Da musste ich schon sehr früh meine Sichtweise verändern. Ich begab mich immer wieder in eine Fantasiewelt, weil ansonsten hätte ich die häusliche Gewalt, die es zu Hause gab, wahrscheinlich nicht so gut weggesteckt. Schulwissen war absolut kein Thema, weil mein Stiefvater war der Meinung, Kinder werden zum Arbeiten gezeugt. Mein erstes Geld verdiente ich in meiner Kirschner Lehre in der Gastronomie. Und da hatte ich den ersten Kontakt zu Menschen, die ich später auch zu meinem Hobby machte. Zu funktionieren, hart zu arbeiten, das war für mich normal, denn ich sehnte mich ja nach Lob und Anerkennung. Und irgendwann eines Tages lernte ich einen Mann kennen, den ich später auch heiratete, der trug mich auf Händen. Er schenkte mir alles, was das Herz begehrt. Er ließ mich teilhaben in seinem Leben, so wie wenn ich eine Königin wäre. Und für mich schien das Leben total perfekt. Hinzu kam, dass ich kurze Zeit danach meinen echten Vater kennenlernte, der damals glaubte, er sei kinderlos. Ein großer Unternehmer, der total gerührt war, plötzlich eine erwachsene Tochter zu haben. und wir heulten alles nach, was wir gemeinsam versäumt hatten. Bis zu jenem einzigen Tag. Es war kurz nach meinem 40. Geburtstag. Ich erhielt einen Anruf. Ihr Mann ist an Herzversagen verstorben. Einfach so aus dem Leben gerissen. Nur wenige Monate später verstarb auch mein Vater an Krebs. Und ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war. Ich war das aller, allererste Mal in meinem Leben total hilflos. Ich hatte alles gemeistert in meinem Leben. Aufzustehen, weiterzugehen, zu kämpfen, das, was man sich vorgenommen hat, mit Ehrgeiz und Disziplin durchzuziehen, ohne an sich selbst zu denken. Aber das riss mir den Boden unter den Füßen weg. Und dann ließ ich mich gehen. Ungefähr ein Jahr war ich gefühlt wie in einer Narkose. Nichts machte mir Freude und ich versuchte mich in der Arbeit zu vergessen. Ich arbeitete 16, 18 Stunden am Tag. Bis ich plötzlich aufwachte und sagte, Edith, du hast zwei Alternativen und zwei Chancen. Entweder du machst so weiter oder du nimmst allen Mut in die Hand, triffst deine Entscheidung und startest neu durch. Das habe ich getan. Heute bin ich eine erfolgreiche Geschäftsfrau und ich freue mich tagtäglich, wenn ich Menschen begleiten darf in ihrem persönlichen, in ihrem beruflichen und in ihren geschäftlichen Veränderungsprozessen. Als Coach ist mein allergrößtes Erfolgserlebnis, wenn ich sie in ihre Kraft bringen kann, weil eins ist sicher, ich habe es erlebt. Es braucht manchmal nur 30 Sekunden Mut und ein Jahr. Wollt ihr in den nächsten vier Minuten lebensfreudige Schnellentscheider werden? Okay, dann gehen wir sofort zum wichtigsten Rezept. Es gibt keine Rezepte, weil Rezepte zeichnen sich dadurch aus, dass man etwas richtig gemacht hat. Das weiß man aber erst im Nachhinein. Und trotzdem suchen wir immer wieder Rat oder handeln wie schlechte Manager, die, wenn sie große Entscheidungen zu treffen haben, outsourcen oder delegieren sie die Aufgabe. Wie damals Eva, die erste Versuchung Adams. Hätte Adam Steve geheißen, wahrscheinlich hätte er eine Riesenstory über diesen Apple gemacht. Worauf kommt es denn im Leben an? Wir müssen lernen zu entscheiden und zwar ins Ungewisse, in die Zukunft, die niemand kennt. Normalerweise was machen wir? Wir entscheiden, wir brauchen lange Zeit und entscheiden falsch oder lange Zeit und entscheiden richtig oder wir sind schnell, aber wir entscheiden falsch. Natürlich wäre ideal schnell und richtig. Und wie macht man das? Man nimmt sich das Beispiel diesem berühmten Swoosh von Nike Just Do It Für die, die nicht Englisch verstehen, übersetze ich das jetzt. Es heißt Tuff. Stellen wir uns als eine Dampflokomotive vor, die Brausen fährt und Tuff 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 macht. Tuff steht für Tun und Fals Falsch Tun und Falsch Falsch Tun Wenn wir es schaffen, eine positive Geisteshaltung zu unseren Fehlern zu bekommen, denn Fehler gibt es gar nicht. Fehler sind Feedback. Wenn wir es überwinden könnten, diese brutale Urangst, die der Mensch hat, zu versagen, zu verlieren, sich zu blamieren, dann wäre entscheidend ein Kinderspiel. Wir gehen unserer Intuition nach, die No Time braucht. Voila. Wie bei Konsequenzen. Konsequenzen, wenn wir sie rasch ziehen, müssen wir sie nicht tragen. Molière sagte schon, der Mensch ist verantwortlich für das, was er tut, aber noch viel mehr für das, was er unterlässt zu tun. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn wir Datenfluten verarbeiten, dass praktisch das etwa einem Fußballplatz, so groß wie ein Fußballplatz ist, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, es sind 100 mal 60 Meter, 6000 Quadratmeter und der bewusste Teil, den wir verarbeiten, ist so klein, wie eine Briefmarke. Ist das euer Ernst? Dann müssen wir also wirklich lernen, schnell zu entscheiden, mit Mut, meinem Urteil treu. Oder wir können es beim alten Trott belassen, überlegen, fragen, bekannte Koryphäen. Überlegen wir aber dabei, dass wenn wir analysieren, dann beginnen wir mit einem Wort, das mit Anal beginnt, nämlich mit Tschiss. Darum, wie schön wäre es, wenn wir vertrauensvoll entscheiden könnten, vertrauensvoll und Herz Entscheider werden, anstatt angstgetrieben Arsch Zweifler zu bleiben. Blaise Pascal sagt sie schon, das Herz kennt Wege, von denen der Verstand keine Ahnung hat. und dann heißt Eva ... ... ... ... ... Mein Name ist Bettina Behrens und ich komme aus Bielefeld. Ich bin die Expertin für Umsetzung und Digitalisierung. Digitalisierung, das große Thema, was uns alle zurzeit bewegt. Jeder hat es bestimmt in seinem Familien- und Bekanntenkreis schon einmal gehört oder auch Fragen gehört. Mich erreichen täglich Fragen, was passiert mit meinem Job, was passiert mit meinem Unternehmen, der Branche, wie geht es weiter, muss ich mir Sorgen machen. Selbst Großeltern kommen auf mich zu und fragen mich, meine Enkel wollen jetzt in die Berufsausbildung gehen. Welcher Job ist überhaupt noch sicher? Was können wir in 10 oder 20 Jahren noch machen? Persönlich bin ich seit 20 Jahren an der Digitalisierung dran. Ich arbeite in Vertrieb und Marketing. Wir sind immer am Kunden dran und genau dort an der Kundenschnittstelle findet aktuell die Digitalisierung statt. Es geht nicht mehr um die Produkte, die wir mal hart erarbeitet haben, unter dem Stichwort Made in Germany. Dies bedeutet auch ein komplettes Umdenken und die Welt ist uns da leider weit voraus. Ja, Digitalisierung, was können wir tun? Es kamen so viele Fragen auf mich zu, in den Medien hören wir es auch jederzeit, was geht los oder was ist passiert? Haben wir einen Misserfolg? Geht Deutschland den Bach runter? Was machen wir? Diese Fragen haben mich so interessiert und neugierig gemacht, da habe ich mich auf die Reise gemacht. Wo fängt man an? Digitalisierung, Startups, natürlich im Silicon Valley. Ich habe mir das Silicon Valley angeguckt, China, Tel Aviv. Selbst Turku ist in der Digitalisierung weit voraus. In Finnland, das ist die Stadt, wo einmal Nokia war. Ich glaube, Nokia hat aktuell keine Smartphones, aber war Weltmarktführer bei den Handys. Ich war also auf der Reise, habe mir alles angeschaut, war in Berlin, habe Frank Thelen in der Küche getroffen von so einem komischen Schuppen, sehr mysteriös, aber das ist die Startup-Szene in Berlin. Ja, und irgendwann dachte ich so, Moment, was ist hier los? Das kommt ja doch alles sehr bekannt vor. Startups, Silicon Valley, Digitalisierung. Und dann kam ich ins Grübeln und habe mir überlegt, was kann man da tun? Kurze Zwischenfrage vor, wer macht von euch Sport? Wer macht, bitte einmal Handzeichen, wer macht regelmäßig Sport? Wer ist in einer Mannschaft organisiert, in einem Verein? Nicht mehr so viele. Aber genau da kam dieser Ball ins Spiel, der schon einmal vor 30 Jahren mein Leben verändert hat. Ein Handball. Wir waren in der Bezirksliga unterwegs, aber selbst da steht man irgendwann alleine am 7-Meter-Punkt und muss den Ball versenken. Was war da? Vertrauen meiner Mannschaftskolleginnen, dass ich es schaffe. Schnelles Handeln war notwendig, weil wenn der Schiedsrichter pfeift, dann geht es los. Und natürlich Teamwork, Zusammenhalt. Genau diese Sachen habe ich in der Startup-Szene wiedergefunden. Also in der Digitalisierung. Es ist jetzt nicht so ein großes neues Thema und deshalb, denke ich, gehen wir doch die Digitalisierung mal sportlich an. Wir setzen das Ganze um mit einem Sportler-Mindset. Ja, das ist aktuell mein Auftrag. Ich bin unterwegs, erkläre den Menschen und auch Unternehmen, die in der Krise stecken und nichts mehr umgesetzt bekommen, wie sie das Ganze mal spielerisch angehen können. Weil es sind auch da im Unternehmen die gleichen Probleme oder Ansatzpunkte wie im Sport. Wir müssen schnell handeln, wir müssen Fehler in Kauf nehmen, weil wie oft werfe ich mit dem Ball aufs Tor? Fünfmal, beim sechsten Mal treffe ich erst. Also ich bin sehr fehlerresistent. Und das Ganze noch mit Teamwork verbunden. Ich würde mich freuen, wenn er einmal auf mich zukommt und wir das Ganze weiter besprechen. Vielen Dank. Nehmt mal alle eure rechte Hand oder rechten Arm, schüttelt ihn aus. Sehr gut. Und dann haltet ihn alle mal waagrecht. Ist das waagrecht? Das hier ist senkrecht. Das ist waagrecht. Was ist hier passiert? Das ist die Macht des Nonverbalen. Andere sagen auch, es ist egal, was ich sage. Es kommt darauf an, wie ich etwas sage. Und mein Name ist Michael Laszloff. Ich bin Trainer für Körpersprache und nonverbale Kommunikation. Ja, klingt vielleicht spannend, vielleicht langweilig. Aber warum ist mir das Thema wichtig? Und zwar habe ich gemerkt, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass mein Leben nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Ich sehe Leute, die haben erfolgreicheres Leben. Ich sehe Leute, bei denen läuft es beruflich besser. Ich sehe Leute, bei denen läuft es in Beziehungen besser. Und genau so ging es mir. Gerade im Business-Bereich. Ich habe gute Arbeit geleistet. Und ich hatte das Mindset, gute Arbeit wird man sehen und es wird anerkannt werden. Aber es wurde nicht so. Es wurde nicht gesehen. Und ich habe meine Kollegen gesehen, die genauso gut waren und auf einmal befördert wurden. Und ich habe es nicht verstanden. Bis eines Tages ich gemerkt habe, es liegt nicht an meiner Arbeit. Es liegt daran, wie ich etwas verkaufe. Wie ich etwas kommuniziere. Und ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt und habe eigentlich festgestellt, es gibt drei Dinge. Das eine ist, wie sehe ich Menschen? Was lese ich an ihrer Körpersprache? Was sagen sie mir? Nicht mit Worten, sondern mit ihrem Körper, mit ihrem Non-Virbalen. Dann der andere Punkt. Was machen diese Informationen in mir drinnen? Wie gehe ich damit um? Gehe ich damit positiv um oder negativ? Das ist alles eine Einstellungssache, ob ich damit eben positiv umgehe oder nicht. Und am Ende des Tages, so wie ich es in mir fühle, werde ich auch wiederum kommunizieren. Und diese drei Aspekte sind so unfassbar wichtig. Und wir gerade in dieser digitalen Zeit verlieren so häufig dieses Spiel mit den Menschen. Wir sehen nicht mehr genau, was macht ein Mensch. Per WhatsApp sind einfach nur noch die Worte. Ihr kennt das alle. Wir nutzen Smileys, um etwas Non-Virbal rüberzubringen. Und im normalen Zwischenmännchen sehen wir das gar nicht mehr. Und das ist mir so unfassbar wichtig, weil ich es an mir selber gemerkt habe, welchen Einfluss das haben kann. Welchen Einfluss das haben kann, unseren Körper einzusetzen. Unsere Ideen wirklich mit Energie rüberzubringen. Und das ist das, was ich euch als einzigen wirklich wichtigen Tipp mitgeben kann heute am Abend. Nutzt euren Körper. Steht hinter dem, was ihr sagen wollt. Wirklich einfach sagen, das ist meine Idee, dafür kämpfe ich auch. Und nutzt gerne auch eure Arme dazu, eure Hände. Gestikuliert. Aber richtig. Weil wenn ich sage, ich habe ein kleines Problem. Was kommt bei euch an? Kein kleines Problem. Wenn ich so hingegen sage, ich habe ein großes Problem. Ja gut, es kann ein großes Problem sein für einen Mann. Aber in den meisten Fällen möchte ich das transportieren. Ich weiß es nicht. Das heißt, der erste Schritt, nutzt Gestik. Aber dann achtet auch darauf, wie ihr die Gestik nutzt. Und ich garantiere euch, dass eure Kommunikation und damit euer Leben, euer Business und auch eure Beziehungen sich ein Stück verbessern werden. So wie bei mir. Vielen Dank. Vielen Dank. Der richtige Pfarrer ist jetzt da, okay. Der gestern war nur gespielt. Was macht mich aus? Ist es der Theologe, der Philosoph? Ist es der Mentor, der über 30 Jahre Top-Führungskräfte coacht? Ist es der Autor, der jetzt das siebte Buch schreibt, geschrieben hat, über seinen Titel, den Gewinner erkennst du nie am Start? Ich frage euch, wenn du jetzt hier sitzt, gibt es nicht viele Menschen, die gesagt haben, du schaffst es nie, mal Hände hoch, bei dem es gilt. Viele gesagt haben, du schaffst es nie und du bist jetzt hier. Mal die Hände hoch, ich bin dabei. Merkt ihr was? Den Gewinner erkennst du nie am Start. Ist es der Weihbischof? Nein. Alles schön. Es ist nicht wesentlich. Es ist der Bauernsohn und der Mensch, der Wald und Natur liebt. Wer liebt Natur von euch? Ja, das ist es. Und wenn ich was liebe, ist das Leben. Ich liebe das Leben. Ich liebe das ewige Leben. Ja, ich gebe es zu. Ich liebe das ewige Leben. Ich glaube ans Leben. Der Konrad vom Dorf von mir sagt zu mir, hey Thomas, Franke, ihr merkt schon. Hey Thomas, du kannst bloß eins, du immer schon. Du inspirierst und du bist ein Seelsorger. Ja. Es war im August. Im August vor vielen Jahren. Mein Bruder Johannes fuhr weg. Nachts klingelt das Telefon bei mir. Ja. Kumpel, Horst, Thomas, dem Johannes geht schlecht. Ich frage, wie schlecht? Ganz schlecht. Ich frage, wie schlecht, Horst? Ganz schlecht. Ich frage, wie schlecht? Er ist tot. Mein kleiner Bruder Johannes. Er war mein kleiner Bruder. Ich bin drei Tage nicht heimgefahren. Und dann fuhr ich heim. Der erste, der mir entgegenkam, war mein großer Bruder Norbert. Ich komme ja vom Bauernhof. Er kommt gar nicht vom Urlaub, wusste von nichts. Fragt mich, wie geht es dem Johannes? Ich habe ihn in den Arm genommen und sage, ihm geht es gut. Weil mein tiefster Glaube ist. Mein tiefster Glaube, dass es ihm gut geht. Und dann, mein Vater im Hof, kommt, müsst ihr euch vorstellen, im Dorf, kommt ein Leichenwagen durchs Dorf, Straßendorf, eine Straße. Oben der Sarg auf dem Auto drauf. Bitte mir, Johannes. Ein Baba, Silokarre in der Hand. Schaut mich an. Ich werde es nie vergessen. Thomas, ist er das? Ich mache nur eins. Und er kracht vor mir zusammen, mein Vater. Er kracht vor mir zusammen. Ich nehme die Hand und lege es ihm auf. Und sage, alles ist gut. Und dann stehe ich am Grab. Ich war wirklich am Grab gestanden. Vor dem Bruder. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich stehe am Grab und schaue nach oben. Was denkt ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gelächelt. Ich frage nicht, was die Leute gedacht haben über mich. Der Verrückte. Aber ich weiß hier, und ich habe es damals gespürt, wer hat von euch schon mal jemanden verloren, den ihr geliebt habt? Mal Hände hoch. Hey, denen geht es gut. Weil Materielles geht in die Box zurück. Materielles geht immer in die Box. Immaterielles Liebe hat Ewigkeitswert. Und ihr spürt es doch hier, oder? Spürt es hier oder nicht? Ihr spürt es. Und da war ich am Grab gestanden, nicht normal. Und ich habe gesagt, ich will der sein, der Menschen wieder zum Glauben hilft und in der Seele heil werden lässt. Was gibt es Kostbares als Seelenheil? Und viele von euch wissen, was ich meine. Wenn du das verlierst, hast du nichts gewonnen. Nichts gewonnen. Und jetzt stehe ich hier. Es war hart, der Weg. Ich sage mir, wenn ihr einen braucht, dafür stehe ich da, zum Glauben zu helfen und dein Seelenheil zu wollen. Wenn du einen brauchst, du persönlich, der an dich glaubt, dann nimmst du mich. Wenn du einen brauchst, dann nimmst du mich. Wer von euch trinkt gerne mal ein Bier? Ja, schön unter so vielen Gleichgesinnten zu sein, doch Bier hat leider ein Problem. Wer kennt nicht das Bild vom Bauarbeiter verschwitzt, der sein Feierabendbier hat oder grölende Fußballfans mit der Bierflasche in der Hand. Bier hat ein viel zu schlechtes Image. Dabei ist Bier so viel mehr. Wusstet ihr, dass es außer dem bekannten deutschen Pils weitere über 100 verschiedene Bierstile gibt? Und ich bin davon überzeugt, dass für jeden von euch das passende Bier existiert. Das habe ich als Biersommelier im Laufe meiner Zeit immer wieder erfahren. Ich finde für jeden eins. Der beste Beweis ist meine Frau. Als ich sie vor 17 Jahren kennenlernte, da war sie ein kompletter Bierbanause. Das war sehr schlimm für mich. Mittlerweile lässt sie mich sogar ab und zu von ihrem Weißbier trinken. Wir führen eine glückliche Ehe. Und nicht nur deshalb. Aber bevor ich jetzt noch länger über Bier spreche, ist es doch besser, ein Bier zu trinken, oder? Natürlich. Also das heißt, ich trinke das Bier und ich lasse euch ein bisschen teilhaben. Das machen wir jetzt ganz einfach. Ich zeige euch, wie man ein Weißbier einschenkt. Man hält das Glas schräg, füllt den Inhalt ein, achtet immer, dass die Schaumkrone nicht zu hoch kommt. Und auch an alle Gastronomen da draußen. Der Flaschenhals gehört nicht in den Schaum. Das ist falsch. Niemals. Warum ist das falsch? Du weißt nie, wo die Flasche schon gesteckt hat. Oder was da vom Himmel gefallen ist. Das ist das Seuchenherd. Das macht man nicht. Ja? Flaschenhals ist geklärt. Okay. Wir schütteln die Hefe auf. Ja? Das ist ein magischer Moment, ein Moment der Meditation. Und wir schenken es fertig ein. Hat nicht ganz Platz. So. Schön. Wir haben ein bärensteinfarbenes Bier mit schöner Hefetrübung. Wir haben einen tollen, feinporigen, cremigen Schaum drauf. Ah, es riecht nach Karamellnoten. Leicht brotig. Hm. Fantastisch. Es ist eine Spritzigkeit. Dann haben wir unsere Aromen von vorhin wieder, diese Karamellnoten. Und im Abgang ein schönes, weiches Mundgefühl. Schön, so ein Bier. Auch so kann man Bier trinken. Ja? Bier ist mehr als nur ein Baustellen-Erfrischungsgetränk. Bier ist Lebensfreude. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Und wer dieses Thema weiter mit mir vertiefen will, der findet mich draußen an der Bar. Dankeschön. Applaus Wie viele von euch waren schon mal ernsthaft krank? Wie viele von euch waren ernsthaft krank und haben gedacht, ey, ich werde nie wieder gesund? So ging es mir auch. Im letzten Jahr 2019 war ich mit meinen Kindern an der Ostsee in einem kleinen, schnuckligen Ferien, auch so ganz aus Holz, so ganz klein. Und am Samstag, den 1. Juni wache ich auf, wache auf und gucke und da beginnt die Katastrophe. Ich gehe durch die Küche ins Badezimmer, gucke in den Spiegel und sehe, mein Auge lässt sich gar nicht mehr schließen. Und über den Tag wurde das immer und immer schlimmer. Ich konnte gar nichts mehr machen. Und meine Kinder haben schon gefragt, ist irgendwas los? Und nee, es geht schon. Bin dann nach Hause gefahren, direkt in die Klinik. Meine Frau hat gesagt, du musst sofort in die Klinik. Ich habe mich untersuchen lassen und sie haben gesagt, es ist kein Schlaganfall. Und die nächsten Wochen habe ich damit verbracht, mir Nadeln in den Kopf stechen zu lassen. So richtige Akupunkturnadeln, wer kennt das? Akupunkturnadeln, ja. Und es wurde so von Woche zu Woche, wurde es besser. Und irgendwann war es dann auch wieder in Ordnung. Ich habe auch so Schulung gehalten, weil ich konnte, man will nicht aussprechen. Und es wurde besser. Gute Sache. Wie viele von euch wollen fit in die Urne springen? Irgendwann jetzt nicht, aber später. Fit in die Urne. Jawohl. Super. Ist eigentlich ganz einfach. Der Biologe und Stammzellenforscher Bruce Lipton hat in seinem Buch die intelligente Zelle festgestellt, dass die Gedanken unsere DNA beeinflussen. Ganz tief in die Zelle rein. Das heißt, ein einzelner Gedanke kann Großes bewirken. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Gedanken. Wir haben vielleicht fünf Gedanken. Wir würden jetzt diese Gedanken aufeinander aufstapeln. Jeden Tag fünf. Das sind in 30 Jahren 14.500 Zitronen. Wisst ihr, wie viel das ist? Ich habe es ausgerechnet. Es ist dreimal der Eiffelturm übereinander. Ja, stellt euch das mal vor, was ihr erreichen könnt. Dreimal der Eiffelturm übereinander. Das heißt, wie hoch ihr in den Himmel gehen könnt mit euren Möglichkeiten. Und ich war, vor zwei Tagen war ich in München am Hauptbahnhof. Bin ich ausgestiegen. 11.02 Uhr. Okay, habe ich gesagt. Du musst schnell zum Hermann. Du musst da unbedingt hin. Du willst um 12 Uhr, willst du da im Saal sitzen. Du willst der Erste. Zweite Reihe. Erste Reihe mit Wippe setzt. Zweite Reihe willst du hin. Und ich bin los. Mein Puls ist gestiegen. Und ich war völlig gestresst. Ich sagte, hey, stopp. Was machst du da eigentlich? Take it easy. Ist das wirklich wahr, dass du zu spät kommst? Ist das wirklich wahr, dass du den schlechtesten Platz kriegst? Nein. Da bin ich ganz ruhig zum Brezelstand erst mal gelaufen. Erst mal bin ich in München. Bin ich erst mal zum Brezelstand. Eine mit Butter, eine normal. Ganz entspannt zum Taxi reingesetzt. Schön gequatscht. Schön eingecheckt im Hotel hierher. Und was war? Ich war der Letzte in der Reihe. Hurra, ich hatte Erfolg. War entspannt. Coole Sache. Kleine Erfolge bringen große Wirkung. Und viele Zitronen bringen gute Gesundheit. Herzlichen Dank. Du siehst mich nicht, aber du kennst mich. Ich bin zu klein. Ich bin zu groß, zu jung, zu alt. Ich bin nicht liebenswert. Ich bin nicht gut genug. Wie oft hast du dich abstempeln lassen? Welchen Stempel gibst du dir selber auf dein Leben? Es ist ein warmer Sommertag. 2012. Ich sitze in einem Raum. Und der Arzt kommt zu mir rein. Er sagt zu mir, erzählen Sie mir etwas über Ihre Tumore. Ich schweige. Er fängt an, mich an zu schreien. Jetzt sagen Sie schon endlich, was wissen Sie über Ihre Tumore? Ich möchte so wie immer funktionieren. Ich habe bisher immer funktioniert. Ein Studium. Sechs Semester statt neun Semester abgeschlossen. Ich hatte eine Führungsposition. Trotz Kind. Oder einige Wochen zuvor. Da war ich auf dem Weg, um vor so einer Menge wie euch zu sprechen. Ich stand im Zug. Der Zug war voll. Ich musste stehen. Ich war in der achten Woche schwanger. Ich bin aufs Klo gegangen. Ich habe mein Kind im Zug verloren. Ich habe mein Kind quasi auf die Gleise runtergespült. Ich habe funktioniert. Ich bin weitergefahren. Ich habe drei Tage lang auf dieser Messe funktioniert. weil ich nicht den Mut hatte, zu mir zu stehen, zu meinen Gefühlen. Ich habe etwas getan, was ich nicht machen wollte. Wie viele Menschen tun tagtäglich Dinge, die sie eigentlich nicht tun wollen, wo sie wissen, etwas anderes ist gerade besser in ihrem Leben. Es gibt eine aktuelle Studie, die besagt, jeder Zweite, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei ist unzufrieden mit seinem Job. Und trotzdem verharren wir in unserem Leben. Wir sind unzufrieden. Wir ändern nichts. Mein Leben hat sich verändert. Es hat noch ganz, ganz häufig Gong gemacht im Leben. So nenne ich das, diese Weckrufe im Leben. Ich habe eins gelernt und zwar, ich muss mich nicht mehr entscheiden zwischen, möchte ich Schokoladeneis oder Vanille-Eis. Ich kann beides haben. Ich muss mich nicht entscheiden, Geld oder Liebe. Es ist beides möglich. Und was ich noch gelernt habe, ist, wenn ich ein Ziel habe und weiß, wie ich dieses Ziel erreichen kann, dann habe ich ein zu kleines Ziel. Ich brauche Ziele, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkommen kann. Und eine Sache, die ich noch für mich mitgenommen habe, ich habe mich damals gerühmt, super viel zu arbeiten, von morgens bis abends. Und ich war stolz drauf. Ich habe gelernt, wenn ich bewusst weniger arbeite, dann bin ich reicher. Reicher an Zeit und Geld. Und deswegen stehe ich tagtäglich heute auf, um zu inspirieren, Menschen zum Beispiel zu zeigen, dass sie zeit- und ortsunabhängig sein können. Aber Menschen auch zu zeigen, was möchtest du mit deiner Lebenszeit tun. Und ich möchte heute euch Folgendes erzählen. Ich habe beschlossen, meine Löffelliste zu leben. 50 Dinge in einem Jahr zu erleben. Ich war in der Sahara unter Millionen Sternen und habe unter freiem Himmel geschlafen. Habe die Polarlichter in Island gesehen. Oder mit meinen drei Kindern einfach einen Mahlnachmittag verbracht. Frage dich, was möchtest du tun, bevor du gehst. Und tu das jetzt und nicht irgendwann. Und den letzten Stempel, den ich mitgeben möchte, ist folgendes. Gib dir diesen Stempel. Du bist einzigartig. Du bist goldrichtig, so wie du bist. Und du bist liebenswert. Ich habe Ihnen heute vier Zahlen mitgebracht, die, wie ich finde, den deutschen Mittelstand revolutionieren können. Passen Sie auf. Ich habe Ihnen heute vier Zahlen mitgebracht, die, wie ich finde, den deutschen Mittelstand revolutionieren können. Wie viele von euch kennen den weltweit größten Versandhandel, Amazon, oder haben dort schon mal gekauft? Das sind die Zahlen von Amazon. 2018 hat Amazon weltweit einen Umsatz von 232 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. 232 Milliarden US-Dollar. Und Jeff Bezos ist selbst nach seiner Scheidung in der aktuellen Forbes-Liste der wohlhabendste Mensch auf diesem Planeten mit einem Vermögen von 116 Milliarden US-Dollar. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass dieses Unternehmen noch nicht mal 20 Jahre alt ist und alle hier im Raum kennen es, haben vielleicht selbst schon mal dort gekauft oder kennen Leute, die dort gekauft haben. Nun, was ich in meiner täglichen Arbeit immer erlebe und ich bin jetzt 15 Jahre in der IT-Branche tätig, habe eine Handwerksausbildung im IT-Bereich gemacht, habe in Sicherheitsbehörden gearbeitet, habe wirklich hochsensible Daten erlebt. Und auch Daten und Netzwerke aufgebaut. Was ich immer erlebe, ist, dass viele Menschen Digitalisierung und alles, was da mit Automatisierung dranhängt, sie sehen selbst das Potenzial, was in so kurzer Zeit machbar ist. Es gibt deutsche Firmen, die sind mehr als 100 Jahre alt, die vielleicht hier keiner im Raum kennt. Und dass die meisten es verteufeln. Und ich jetzt als, ich sag mal, die digitale Generation, ich habe mit meinem neunten Lebensjahr angefangen, Computer zu reparieren, also die Computer von den Nachbarn zu reparieren und aufzuschrauben, erlebe es halt auch, was die Tücken von Digitalisierung sind. Aktuelles Beispiel, aktuelle Geschichte. Als ich vor einigen Tagen hier angereist bin, stieg ich morgens ins Auto und ich habe das Glück, ein Elektroauto zu fahren, steige ein, habe mir nichts mehr gedacht, fahre los. Und so ein Auto zwingt einen so nach zwei bis zweieinhalb Stunden immer zu einer Zwangspause. Ich finde das immer sehr toll. Kann man das Nützliche mit dem, der Kollege hat das eben erwähnt, verbinden, ich möchte es nicht nochmal ansprechen an der Stelle. Und da fällt mir auf, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Kreditkarte, EC-Karte, Bargeld, alles vergessen. Ich finde das nicht schlimm, denn ich kann alles jetzt auch heutzutage mit meinem iPhone, mit meinem Smartphone bezahlen, alles. Auch Hotelzimmer, Apple Pay funktioniert. Und was mir gestern passiert ist, und das ist tatsächlich die Geschichte, fällt es mir runter und zerbricht. Ich kann gar nichts mehr jetzt gerade machen. Und was ich immer erlebe, dass jetzt Menschen in Digitalisierung so viel Hoffnung reinlegen, Aber was ist, wenn es dann mal so wirklich daneben geht? Und ich erlebe das auch in der Beratung mit mittelständlichen Unternehmen, dass diese alte Welt, die alten Werte, das, was das deutsche Handwerk zum Beispiel ausmacht, eine großartige Stellung hat und in der Digitalisierung oftmals zu viel Hoffnung drin liegt. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, verbinden Sie doch beides und lassen Sie daraus was Neues entstehen. Und ich möchte mit folgenden Worten abschließen. Lieber Mittelstand, lieber Unternehmer, haben Sie den Mut, Digitalisierung und Automatisierung einzubauen in Ihr Unternehmen und holen sich die Macht von Amazon zu Ihnen nach Hause. Vielen Dank. Glücklich und entspannte Eltern lassen Kinder groß werden, die später ein selbstbestimmtes und glückliches und vor allen Dingen erfolgreiches Leben leben. Ich habe euch heute dazu Schlüssel mitgebracht. Mein Name ist Michaela Weiger. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was von mir gehört als Familienexpertin. Ich bin aber auch Unternehmerin und vor allen Dingen überstolze Mutter von sechs wundervollen Kindern und Omas oder Oma von zwei süßen Enkelkinder. Ja, entspannte Eltern und glückliche Eltern zu sein, hört sich einfach an. Aber ist es das auch? Ich kann mich noch an eine Anfangsberatung in meiner Beratungspraxis erinnern. Da hat sich ein Ehepaar an mich gewandt. Ihr Kind würde sehr auffallen, weil es sehr viele Konflikte mit anderen Kindern hat und dazu auch sehr darbe Worte benutze. Dann sind sie bei mir in der Beratungspraxis gesessen. Links von mir die Frau, rechts von mir der Mann, in der Mitte ich. Und ich sagte, wie geht es Ihnen heute? Fängt die Frau gleich an. Na, ich bin froh, dass ich überhaupt in meiner Mann hier sein kann und den Termin gemeinsam wahrnehmen kann. Sagt der Mann, du schon wieder mit deinen Vorwürfen. Sagt die Frau, stimmt doch. Ich bin schon froh, wenn du abends überhaupt von der Arbeit nach Hause kommst. Und dann kann es jeder sehen, weil die Wohnung dann komplett mit deinen Klamotten zugekleistert ist. Auf dem Sofa liegen deine Strümpfe rum, auf dem Tisch liegt deine Jacke und die Hose befindet sich auf dem Stuhl. Sagt der Mann, und du, du hast mir schon drei Aufgaben, die ich zu erledigen habe, wenn ich nach Hause komme. Ich kann euch sagen, ich saß in der Mitte wie bei einem Pinkballspiel. Links, rechts, links, rechts. Dazwischen dachte ich mal, tolle Geschäftsidee, ich mache nur noch Paarberatung. Die Paare können kommen, streiten sich eine Stunde bei mir, gehen raus, zahlen 130 Euro. Ich habe nichts gemacht, perfekt, alle sind glücklich. Das ist natürlich nicht mein Anspruch und das ist natürlich auch nicht zielführend für Paare. Also, was hat das Paar verändert? Erstens, sie haben dann einen Workshop bei mir besucht, eben über Kommunikation, über eine wertschätzende und bedürfnisorientierte Kommunikation, das haben sie in einem Training bei mir erlernt. Dadurch wurde natürlich der Alltag schon sehr entspannt. Und es hat sich schon viel beruhigt. Das Zweite war, sie haben sich von ihren Verstrickungen im Familiensystem gelöst. Wir alle leben in einem Familiensystem, in dem es Verstrickungen gibt. Sie haben dann bei mir das über systemische Familienstellen eben aufgelöst. Also, ein Schlüssel ist die Kommunikation, die wertschätzende und vor allen Dingen die bedürfsorientierte Kommunikation. Der zweite Schlüssel, man muss sich von den Verstrickungen des Familiensystems lösen. Dann haben das Paar noch bei mir oder mit mir gemeinsam eben einen Prozess gemacht, der zielführend ist, in dem wir ein Ziel gefunden haben, das wir dann visualisiert haben, bis auf das kleinste Detail, wie Sie sich Ihren Familienalltag vorstellen können. Weil wir wissen immer, was wir nicht wollen, aber was wir wollen, wissen wir meistens nicht. Und dann haben Sie Ihren Alltag wirklich wieder entspannter und glücklicher erleben können. Ihr Sohn, um den es eigentlich ging, der ist heute am Gymnasium sportlich sehr erfolgreich, hat ganz viele Freunde. Und ich kann euch sagen, jeder hat die Macht, sein Familienleben innerhalb kurzer Zeit zu kreieren. Fangt einfach an damit. Dankeschön. Oktober 2018. Maria hat mich angerufen, total verzweifelt. Sie war kurz davor, ihren Sohn ins Internat zu geben. Sie hatten Stress zu Hause, Hausaufgabenstress, Wutanfälle. Und diese Wutanfälle drohten, den Familienfrieden total zu sprengen. Sie war verzweifelt. Sie hat sich überlegt, warum sie dieses Kind auf die Welt gebracht hat, wenn sie es jetzt in der Naht gibt. Aber es ging nicht mehr. Sie hat nur noch mit ihrem Mann über die Erziehung gestritten. Ihre kleine Tochter wurde auch schon aggressiv über diese Familiensituation. Und sie hat sogar die Arbeitsstunden in der Firma reduziert, damit sie mehr für ihre Kinder da sein kann, ohne Erfolg. Ich kann Maria total gut verstehen. Wer hier hat Kinder? Kennt ihr den Stress, Hausaufgaben, Lernen? Wahrscheinlich alle, ja? Maria war verzweifelt und das kann jede Mutter nachvollziehen. Ich war ewig im Schallplattenmodus unterwegs. Habe meine Kinder ermahnt. Hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du die Schule vorbereitet? Hast du Klavier geübt? Hast du das gemacht, dieses erledigt? Ohne Luft zu holen. Und dann habe ich beschlossen, ich will das nicht mehr. Wer bin ich hier eigentlich? Ich will ein glückliches Familienleben. Ich will, dass meine Kinder lachen, dass wir fröhlich sind. Dass wir Erinnerungen haben, an die wir gemeinsam gerne zurückdenken. Hast du schon mal überlegt, wie viel Zeit du mit deinen Kindern so im Schallplattenmodus verbringst, wenn du, sagen wir mal, zwei Kinder hast? Ich habe drei. Jeden Tag eine Stunde, locker. Hast du schon mal überlegt, was du in dieser Zeit machen könntest? Ein Buch lesen, mit deinem Partner was tolles unternehmen, deine Karriere fördern, all die tollen Dinge, das Leben einfach nur genießen? Ich habe dann an meinen Themen gearbeitet, habe sie mir angeguckt. Und mit Maria habe ich das auch gemacht. Die aller, aller wichtigste Erkenntnis, nicht die Kinder sind das Thema. Ich habe ein Thema. Mein Denken, meine Weltsicht, meine Erwartungen, all das, das ist das Problem. Ich habe dann mein Weltbild so angepasst, dass unsere Familie jetzt wieder glücklich ist, wir alle lachen und Spaß miteinander haben. Mit ihrem Sohn habe ich einen Wuttiger gemacht, der aus dem Bauch raus die ganze Wut saugt bis ins Universum hoch. Weg ist sie. Er braucht ihn aber kaum, weil wütend wird er nicht mehr. Ich möchte, dass Kinder selbstbewusst und erfolgreich durch die Schule kommen. Ich möchte, dass Mamas sich nicht stressen. Wir haben ein Recht auf ein geniales Leben. Deswegen zeige ich den Kindern, wie sie leichter lernen, mit individuellen Lernstrategien, wo Spaß, Bewegung, alles Mögliche zurück ins Lernen kommt, wo wir ihre Potenziale entdecken und nicht mit dem Rotstift nach Fehler suchen. Denn Mamas zeige ich, wie sie loslassen, weniger Stress haben und Raum geben. Dann werden sie zu Supermams und rocken ihr Leben. Ganz wichtig ist mir Selbstverantwortung und der erste Schritt ist immer deiner. Denn dann kommst du weiter, dann macht das Ganze Sinn. Wir brauchen sowieso viel mehr Pipi Langstrumpfs als Annikas. Und diese Mamas, die geben ihren Kindern wirklich Persönlichkeit mit ins Leben und eine Einstellung, die sie viel, viel weiterbringt als gute Noten. Danke. Ach, das Ding läuft schon. Okay. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ich wollte natürlich nicht auf die Welt, ist ja sehr bedrohlich. Also Zangengeburt und danach direkt ins Kinderheim. Zwei Jahre Kinderheim, unterschiedliche Bezugspersonen, eher Essen, Windeln wechseln. Das war's dann. Und dann passierte ein Novum. Ich bin das einzige Kind in Deutschland, was jemals als Pflegekind in eine Obdachlosen-Siedlung gegeben wurde. Und das in Nürnberg. Die Mutter schwerst cholerisch, der Vater schwerst alkoholkrank und viele andere Züchte. Mit vier Jahren durfte ich die zweite Sucht erleben, als ich das Geschlechtsteil meines Vaters in den Mund nehmen sollte. Er hat mich zu seinem Sexsklaven erzogen, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Und nicht nur das, er hat mich auch verliehen an andere Männer, unter anderem unseren Hausarzt, der mein Geschlechtsteil mit neun Jahren zum Beispiel in den Mund nahm und ich entsetzt fragte, was er denn da mache. Und er mir gesagt hat, er kann am Geschmack feststellen, welche Krankheit ich habe. Ich musste auch immer ein Wasserglas bei ihm trinken, was ich nicht trinken wollte, bis er mich anschrie. Trink dieses Wasserglas! Dieser Arzt hat mich anästhesiert und ich wachte regelmäßig auf der Liege auf, mit Schmerzen im After-Bereich, die ich bis heute habe. Warum erzähle ich das? Trotzdem Ja zum Leben sagen. Als Kind hatte ich diesen Satz noch nicht, ich habe mit Gott gesprochen, es gab ja den lieben Gott. Sag mal, wo bin ich hier gelandet, das ist nicht meine Welt, ich will raus hier. Ging nicht so einfach. Die Statistik sagt, jedes vierte Kind wird in Deutschland sexuell missbraucht. Sagt die Statistik. Jedes zweite Kind, die Dunkelziffer. Das heißt für uns, wenn ich durchzähle, dass bei jeder vierten Person die körperlichen Grenzen nicht eingehalten wurden. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Egal was dir jemals passiert ist, egal was dir jetzt gerade passiert oder in Zukunft passieren wird. Und ich möchte mich bei meiner Frau bedanken, Monika, die das aus mir gemacht hat, was ich heute bin, für was ich stehe im Leben. Und es heißt immer, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Ich weiß nicht, ob ich stark bin, aber ich weiß, dass es meine Frau ist. Vielen Dank, Monika. Vor einigen Jahren hätte er ihn fast getötet. Ein Tausendfüßler spazierte im Park, die Sonne schien, er war fröhlich und dann kam der Frosch. Er zückte das Messer. Nein, so geht die Geschichte nicht. Der Frosch, der war in der Tat da. Er beobachtete diesen Tausendfüßler stundenlang und stellte sich immer wieder diese eine Frage. Wie kann er mit so vielen Beinen laufen? Mit vier ist es schon schwer. Wie macht er das? Das geht doch gar nicht. Welches Bein kommt als erstes? Welches danach und welches dann? Das ist unmöglich. Und das ließ ihm einfach keine Ruhe. Und irgendwann ging er dann zu diesem Tausendfüßler und sagte, Hey, du stellst mich vor einem großen Rätsel. Wie kannst du laufen? Welches Bein bewegst du als erstes? Welches danach und welches dann? Das ist unmöglich. Und der Tausendfüßler schaute ihn an und sagte, Ganz ehrlich, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich laufe schon mein ganzes Leben lang. Aber wenn es dir wichtig ist, denke ich darüber nach. Und wenn ich die Antwort kenne, werde ich sie mitteilen. Ist das in Ordnung? Ja, super, danke. Und der Tausendfüßler wollte dann weiterlaufen und plötzlich fing er an, sich Gedanken zu machen. Welches Bein benutze ich eigentlich als erstes? Und welches danach? Und welches dann? Und jeder Versuch, weiterzulaufen, scheiterte. Er fiel immer wieder um. Er sagte, das gibt es doch nicht. Warum kann ich das jetzt nicht mehr? Und er machte weiter und wieder kippte er um. Und er schaute den Frosch an und sagte, hey Frosch, warum hast du mir diese Frage gestellt? Mein Leben lang hatte ich nie Probleme zu laufen. Und jetzt, ich komme hier nicht mehr weg. Ich glaube, du hast mein Todesurteil unterzeichnet. Wisst ihr, mir ging es oft im Leben genauso wie diesen Tausendfüßler. Ich hatte Träume, ich hatte Ziele, ich wollte viel erreichen. Und ich habe einfach gemacht. Und plötzlich kamen meine Frösche im Leben. Sie sagen, hey, das ist zu schwer. Das ist zu riskant. Das schaffst du nicht. Und sie haben angefangen, mir Zweifel und Unsicherheit in meinem Kopf zu pflanzen. Und plötzlich, was ist passiert? Ich schaffte es wirklich nicht. Es fühlte sich schwer an. Und meine Motivation war weg. Ich konnte nicht mehr klar denken und habe mein Ziel komplett aus den Augen verloren. Und dann, mit diesen ganzen Zweifeln und Blockaden, die ich innerlich hatte, kam die Erlösung, als ich lernte zu verkaufen. Ich lernte, andere Menschen zu überzeugen und vor allem mich selbst zu überzeugen. Ich lernte, dass durch eigene Überzeugung, Stärke, Fokussierung, Motivation stärker denn je ist. Und plötzlich prallten diese ganzen Frösche in meinem Leben ab. Und ich fing an, erfolgreich zu werden und werde immer erfolgreicher und erfolgreicher. Und deshalb möchte ich dir einen Tipp geben. Lerne zu verkaufen, lerne zu überzeugen, andere und dich selbst. Und dann geh raus und zeig deinen Fröschen in deiner Welt, wo der Hammer hinkt. Dankeschön. Applaus Wer von euch hat sich schon einmal so gefühlt wie der Darsteller in seinem eigenen Videospiel? Ich bin Jennifer Roch und vor genau zweieinhalb Jahren ist es mir als ehemaliger Marineoffizier ganz genauso gegangen. Ich stand an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht mehr wusste, wer ich bin. Was von dem war etwas, wo ich glaubte, dass es andere von mir erwarteten? Oder ich womöglich glaubte, irgendwelchen Anforderungen Genüge zu tragen. Was von dem war antrainiertes Verhalten? Und was davon war tatsächlich noch der Anteil von mir? Ich hatte eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung war schwer, weil sie bedeutete, Verantwortung wieder für mein Leben zu übernehmen. Nach zwölf Jahren wieder an den Punkt zu kommen, Selbstentscheidungen zu treffen. Morgens in den Kleiderschrank zu gucken, was ziehe ich heute eigentlich an? Was ist das, was ich bin und was ist nicht mehr irgendeine Verkleidung, irgendeine Form der Uniform? Und mir ist aufgefallen, dass das, was ich fühlte, ganz vielen anderen so ging. Ich habe in der Industrie danach gearbeitet und auch dort ist mir aufgefallen, dass ganz viele so eine innere Leere in sich tragen. Und gerade erst vor drei Wochen wieder habe ich eine aktuelle Studie von Ernst & Young gelesen, in der es ganz klar darum geht, dass die Arbeitsplatzunzufriedenheit wie eine Grippe sich durch unsere Gesellschaft zieht. In den letzten vier Jahren hat die Arbeitsplatzunzufriedenheit 250% stark zugenommen. Mitarbeiter fehlt die emotionale Bindung an ihr Unternehmen. Führungskräfte haben den Blick dafür verloren, was die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter sind. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Es geht nicht darum, als Führungskraft mit Wattebällchen durch die Gegend zu werfen. Es ist ein Fördern und Fordern. Es ist ein Sich-auf-Augenhöhe-Begegnen. Und vor allem geht es ganz klar auch darum, den Menschen wieder als Individuum zu sehen. Wie vielen geht es heutzutage so, dass sie morgens zur Arbeit kommen und ihre Mündigkeit und Verantwortung an der Garderobe abgeben? Zu Hause seid ihr Eltern, Familienmanager, Finanzmanager. Versorgt eure Eltern, eure Kinder. Und jetzt kommt ihr morgens ins Büro und tut nur noch Dienst nach Vorschrift. Ich persönlich habe Bock darauf, dass beide Seiten wieder Spaß daran kriegen, morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Ich möchte, dass wir alle wieder mehr Bock darauf haben, was wir in 80% unserer Woche erledigen. Also lasst uns alle wieder aufstehen und Spaß haben. Barfuß am Strand. Und das war die Antwort eines Unternehmers auf die Frage, wo wollen Sie denn in 15 Jahren stehen, wenn Sie es aussuchen könnten? So sagt er, barfuß am Strand. Das ist drei Jahre her. Mein Name ist Ulrich Zimmermann. Der Uli 1, der ist seit dem 15. Lebensjahr weltweit unterwegs, irgendwie mit dem Rucksack über die Anden, durch die Sahara, wo auch immer. Der Uli 2.0 hat mit 22 den elterlichen Großhandel übernommen und vernünftig mit Ende 30 nach Verdreifachung verkauft. Der Uli 3.0 hat die letzten 25 Jahre ganz viele Banken, mehrere hundert Bankmitarbeiter, die Firmenkundenberater, darin trainiert, wie man vernünftig mit Unternehmern umgeht und wie man denen hilft. Wir machen den Weg frei, auch nach dem Wohin und dem Wozu zu fragen. Der Uli 4.0 steht jetzt hier. Der begleitet Unternehmer auf dem Weg zu ihren Zielen. Selbstständige, Freiberufler, kleine Unternehmer, die eigentlich allein in ihrem Hamsterrad sind. Und so ging es auch diesem, nennen wir den mal, Willi, ich will einfach eigentlich mehr vom Leben, als ich den vor drei Jahren traf. Und dann hat er gesagt, ja, barfuß am Strand, das wäre sein Ziel. Ich habe ihn letztes Jahr wieder getroffen und er war immer noch im Hamsterrad. Morgens rein, abends raus, morgens rein, abends raus, morgens rein, abends raus. Und er war immer noch alleine, der hatte auch niemanden, der fragen konnte. Und dann habe ich gesagt, du, komm doch mit, wir gehen da in den Wald. Drei Tage am Strand, vier Tage in die Pfalz, drei Tage ins Gebirge. Da hast du Kumpels, neun Stück außer dir, zu zehn, geh mal in den Wald, geh mal wandern. Da kannst du deine Ziele klar haben und dann arbeiten wir da dran. Und dann kam er mit. Zuerst nicht, morgens rein, morgens raus, morgens rein, morgens raus. Und dann hat er sich angeschlossen und hat gesagt, okay, ich komm mit. Und dann waren wir im Wald, spazieren, wandern. Morgens haben die ihre Aufgaben gekriegt und dann haben die den ganzen Tag miteinander gearbeitet. Das waren ja auch alles, sonst nur Unternehmer, Selbstständige. Die haben ja genau dasselbe, die können sonst niemanden fragen. Und als er dann zurückkam, hat er ein klares Bild. Wie schafft er denn barfuß am Strand? Und dann habe ich ihn eingeladen und sagte, du hol deinen Steuerberater und deinen Banker. Ah, nee, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Ich sagte, hol die her, jetzt hast du ein Ziel. Und jetzt norden wir die ein, wie die für dich arbeiten und nicht mehr du für deren Ziele. Das ging dann eine Zeit lang gut und dann war er wieder mit Wandern. Und jetzt hat er so nach und nach begriffen, dass so neun Kumpels so Buddys haben, so Unternehmerkumpels, die so ticken wie der, dass das einfach eine coole Nummer ist. Und wenn wir bei der letzten Wanderung saßen, so abends im Pfälzer Wald, Sonnenuntergang, so ein schönes Duppe-Glas mit ordentlichem Weinschorle drin, dann hat er gesagt, du, Uli, noch zwei Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Auf der einen Seite, ich finde es ja cool, dass du auch im Pfälzer Wald keine Schuhe an hast. Aber neben dem wollte ich dir sagen, dass das einfach eine coole Entscheidung war, zehn Tage im Jahr gar nicht in der Firma zu arbeiten, sondern an der Firma mit anderen Kumpels, die ich fragen kann, denen es ähnlich geht. Ich komme demnächst immer mit. Und das wäre auch eine Einladung für viele, die als Unternehmer sagen, ich habe doch irgendwie eigentlich gar keinen, den ich fragen kann. Ja doch, kommst du mit? Jetzt sind wir 40, vielleicht machen wir eine neue Gruppe auf, muss man ja jahrezeitig auch gucken. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch auch so zu sagen, ich brauche so einen Buddy, so einen Kumpel, den ich fragen kann. Und gemeinsam machen wir einen Plan, wie wir das hinkriegen, damit diese morgens rein, morgens raus, morgens rein, abends raus, damit wir nicht dann gucken, erst in 15 Jahren leben, sondern dass wir jetzt einen Plan machen, den wir gemeinsam verfolgen und damit dann einfach klar ist, ich bin da jetzt schon dran, ich muss mein Leben gar nicht aufschieben, das mache ich jetzt und zwar mit meinen Kumpels zusammen. Vielen Dank. Wow, vielen Dank. Ich bin so froh, heute Abend hier zu sein. Mein Name ist David Meuer und ich habe den wahrscheinlich schönsten Beruf aus der ganzen Welt. Ich bin Architekt. Wir Architekten, wir dürfen die Welt gestalten und wir sind irgendwie abgehoben, sondern jeden von uns geht das an, was Architekten tun. Wir werden in Krankenhäusern geboren, wir lernen in Schulen und wir wohnen in Häusern und Wohnungen. Wer wohnt nicht? Super. Also, wir wohnen und wir haben mit dem Bauen auch eine ganz große Verantwortung. Wer kennt den Stuhl von Heinrich Zille? Man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso töten wie mit einer Axt. Und er hat recht. Und gerade jetzt, in der Zeit, wo wir das Problem der Wohnungsnot haben, ich komme aus München, er erzählt mir was von Wohnungsnot. Wir brauchen jetzt schnell Wohnungen. Und wie machen wir das? Ja, wie machen wir normalerweise, wie bauen wir in Deutschland normalerweise, wir machen ein super transparentes Auswahlverfahren. Wir holen uns die besten Architekten und Planer und Ingenieure zusammen und stecken die in ein Team und lassen die arbeiten. Das ist genauso sinnvoll, wie wenn man die bestbezahltesten Fußballspieler der Welt nehmen würde, in ein Team stecken und schauen, ob die gegen Unterhaching gewinnen. Wir wissen, das wird schwierig. Warum? Eine Fußballmannschaft muss zusammenspielen. Die gehen gemeinsam aufs Tor, da muss man mal Vorlagen machen. Und da ist es vollkommen egal, wer das Tor macht. Wichtig ist, dass man hinterher gewinnt. Und genauso müssen unsere Bau- und Planungsteams auch arbeiten können. Das müssen wir schaffen. Noch viel schlimmer ist es, wenn wir bauen an die Handwerker. Ja, was machen wir so super transparente Prozesse? Ich liebe sie. Und da, da finden wir dann einen Unternehmer, der wahnsinnig gut und vor allem, was ist? Billig. Wir in Deutschland beauftragen immer den Billigsten. Und dem schreiben wir dann noch vor, wie er zu arbeiten hat. Das ist fantastisch. Da gehen wir her und sagen, du machst eine Wand mit diesem Anschluss und da rüber und mit folgender Schraube und die hat folgende Länge. Und dann nimmst du die richtigen Schraubenzieher und drehst ihn rein. Das ist so wahnsinnig sinnvoll, wie wenn ihr zum Wirk eures Vertrauens geht. Und sagt, ey Chef, mach mir ein Schnitzel. Und dann gibst du dir ein Blatt mit rüber, sag Chef, pass aber auf, du nimmst folgendes noch am Schnitzel und mit folgendem Hammer wirst du so oft auf dieses Schnitzel draufhauen, ungefähr drei Gramm Pfeffer, drei Gramm Salz draufmachen und du panierst es genau nach Vorschrift und zwar so, wie ich dir das sage und nicht anders. Kriegen wir da ein gutes Schnitzel? Nein. Was machen wir? Wir gehen zum Wirk und sagen, hey Chef, mach mir das beste Schnitzel, das du kannst. Und dann geht er in seine Küche, macht mit seinem Team gemeinsam ein wahnsinnig tolles Schnitzel. Und warum? Weil er vom Effekt, vom Ende her denkt. Er will das beste Schnitzel auf die Welt bringen, also auf den Tisch bringen und das macht er dann einfach. Aber wir, unsere Baufirmen, die behindern sich gegenseitig. Sie müssen, oh, ich habe hier was, oh, der hat nicht gut gearbeitet, das ist alles ganz schlimm und ganz furchtbar. Und außerdem will ich dem Bauherrn noch das Geld aus der Tasche ziehen, weil ich habe ja so billig angeboten. Das ist alles ganz furchtbar. Was ich möchte, dass wir unsere Baufirmen wieder in Teams zusammenbilden, die gemeinsam, und dann wirklich gemeinsam, an dem Ziel arbeiten, Wohnungen, Häuser, Schulen und so weiter fertigzustellen. Und zwar für uns alle, weil wir, verdammt nochmal, brauchen jetzt Wohnungen in Deutschland. Danke. Mein Name ist Wintje Brunbauer. Ich möchte Sie mit einem Beispiel aus der Luftfahrt die Wichtigkeit von Übertragung der Verantwortung zeigen. Im Herbst 2012 fliegt ein Businessjet von Berlin nach Stuttgart an Bord. Drei Passagiere plus zwei Piloten. Auf der linken Seite der Kapitän, nennen wir ihn Erwin. Erwin ist 62, hat 10.000 Stunden, kennt sich gut aus, sehr viel Erfahrung, hat aber so ein bisschen Dickkopf. Auf der rechten Seite Co-Pilot, nennen wir ihn Michael. Michael hat endlich einen Job ergattert. Ist jetzt seit drei Monaten dabei, hat ein paar Stunden, freut sich, super. So, jetzt fliegen die beiden über Deutschland, die beiden Burschen hocken vorne drin, ein bisschen windig, passt auch alles, jetzt kommen wir uns in Stuttgart an. Jetzt ist der Wind doch ein bisschen stärker als ursprünglich geplant. Erwin versucht die Landung, schafft das auch ganz gut, schmeißt das Ding aber hin. Michael spricht ihn darauf an, Erwin sagt, passt schon. Jetzt war just eine Woche vorher ein riesen Management-Meeting, da hat es geheißen, Security, Safety, falls irgendwas nicht so sein soll, wie es ursprünglich geplant war, die Handbücher anders sind, irgendwas passt nicht, bitte eine Meldung reinschreiben. Mit der Meldung können wir dann verbessern, können schauen, was da passiert. Also, Michael fühlt sich verantwortlich, er muss jetzt eine Meldung schreiben, damit er quasi sein Sternchen bekommt. Also schickt er die Meldung rein, was passiert, eine Woche später wird er gekündigt. Ich denke mir, geht's noch? Dann spinnt ihr, ihr könnt doch nicht den kündigen, der eine, der noch richtig arbeitet, genau den schmeißt ihr raus, bloß weil er nicht fähig war, mit dem anderen vernünftig zu reden und bloß weil momentan halt es ein gewisser Pilotenmangel ist und genau das ist der Grund, warum der andere gehen muss. Ich verstehe es nicht. In meiner Firma wird sowas nicht passieren. Woche später, geile Situation mehr oder minder, wieder von Berlin nach Stuttgart. In dem Fall hockt jetzt der Christian rechts dort. Bisschen mehr Erfahrung, ein Jahr dabei, tausend Stunden, alles in Ordnung. Beim Anflug, diesmal das Wetter nicht windig, sondern dieses Mal ist es neblig. So, Erwin fängt an, das Navigationssystem einzustellen und verdreht sich ein bisschen. Er stellt da die Entscheidungsfläche ein bisschen niedriger. In der Realität schaut das dann so aus, wenn man das wirklich macht, dann kommt der Boden ein bisschen früher und das kann auch durchaus in die Hose gehen und zwar auch tödlich. Also, Gericht auf der rechten Seite spricht ihn darauf an. Ein bisschen murrig tritt er das Ding rauf. So, jetzt möchte ich von euch wissen, wer würde von euch sich trauen, einen Safety Report rauszuschicken? Genau. Danke Management. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die Leute sich nicht trauen, das anzusprechen, was notwendig ist. Die Euralschumbräische Agentur hat sich eigentlich das ganz anders vorgestellt. Die wollte eigentlich, dass Leute es reporten, dass die was reinschicken, dass die sagen, da passt was nicht, wir müssen das gemeinsam machen, eine Lösung, eine Routkase ausfinden, einen Grund, warum und wieso und dann es so machen, dass es funktioniert. Was ist jetzt passiert? Für einen haben sie gekündigt. Und genau aus diesem Grund stehe ich mit meinem Namen dafür, dass die Leute ernst genommen werden sollen und dass die richtige Verantwortung an den richtigen Mann geht, dass das wieder Spaß macht zu arbeiten. Und ein Appell an die Unternehmen, bitte, 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 nehmt die Leute ernst und schenkt ihnen mehr Vertrauen, Kollegen und Mitarbeitern. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Hat ihr mal etwas verstanden? Genau. Und so ging es mir schon 42 Jahre. Entweder habe ich meinen Mundpust zugemacht oder wenn ich meinen Mundpust aufgemacht habe, dann war ich so leise, dass die Familie nichts gehört hat. Und jetzt aber Schluss damit. Jetzt bin ich hier und ich möchte jedem von Ihnen hier und von euch sagen, Geld ist Liebe. Geld ist Hoffnung. Und auch wenn ich weiß, dass bei allen jetzt die ganzen Kinder von ganzen Schienen Glaubenssätze was mit Geld zu tun haben, und dann sage ich, jetzt sage ich erstmal nichts dazu. Und es kommt noch besser. Die schöne Finanztossi hat noch etwas mitgebracht, was alle lieben. Und zwar könnte man denken, das ist, wenn wir jetzt gleich über Aktienverläufe oder Aktienverläufe reden, das wäre eine sehr volatile, also sehr kurzfassende Aktie. Ist es aber nicht. Könnte man denken, das ist Dezimograph und ein Erdbeam. Ist aber auch nicht. Das, was hier zu sehen ist, ich hoffe, das sehen alle, ist meine Lebenskurve. Mein Lebensverlauf. Ja, Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Und ich möchte beweisen, dass Geld lieber ist an meinem Lebensverlauf. Und zwar, wir sind im März 1977. Also Februar 1977 bin ich zur Welt gekommen. War alles perfekt. Sehr gut aus. Es soll sehr, sehr schönes Kind gewesen sein. Und alle freuen sich. Und Monats später fällt sich aus, irgendwie ist sie komisch. Da stimmt etwas nicht. Und dann hat sich herausgestellt, ich bin mit einem Defizit zur Welt gekommen, und zwar um eine Schilddrücke. Und es hat lange gedauert, bis jemand verstanden hat, was ist mit mir los. Und, ähm, das hat lange gedauert, und das hat mich innerlich, ich weiß nicht, wie das möglich ist, so färflich gemacht, dass ich total unvollkommen und nicht gut genug war, um Mensch zu sein. Und das habe ich mich Leben lang gefühlt. Und, äh, da habe ich das zu bedanken, dass ich noch hier stehe und am Leben bin, dass meine Eltern Geld genug hatten, mir die Medikamente zu kaufen, die jeden Tag, Tag zu Tag, seit fast 43 Jahren schön annehmen sind. Genau, dann gehen wir schön, ah, das habe ich nicht versteckt, dann gehen wir noch weiter auf meine wunderschönen Lebenskurve, und wir sind im Jahr ungefähr 2002, Juni, Ola hat Abschluss gemacht an der Wirtschaftshochschule in Warschau, die beste Wirtschaftshochschule überhaupt voll und mittel aus Europas, Finanzbank gewesen, alles in Hattie und der Liebe nach geht sie nach Berlin. Da soll sie, da voll noch nicht in der EU war, soll sie nicht heiraten, Arbeitserlaubnis bekommen, so verarbeitet. Nur leider hat mein Freund anders entschieden und hatte keine Lust mehr zu heiraten. Und dann saß ich ein Jahr lang und lag, ich saß gar nicht, ich lag auf dem Boden und habe Tag und Nacht das Lied gehört, I will survive, ich werde zu Berlin. Und dieses Lied zeigt, dieses innerlich, heftigste Kring, was ich in mir gespielt habe. Und auch da kam wieder das Geld, das ich hatte, mich für Therapie, Coachings und alles Mögliche zu beschätzen, damit ich ähnlich bin ich mit 40 Jahren. Ja, stell du dir doch vor, du hättest Gesang studiert an einer Musikhochschule und du dürftest dich mit der Berufsbezeichnung Opernsängerin schmücken. Du wärst musikalisch, seierisch und schauspielerisch top ausgebildet, denn unsere Musikhochschulen können das. Und nun kommst du auf den freien Sängermarkt und da möchtest du ein Engagement an einem Theater, Opernhaus haben oder du möchtest dreischattend arbeiten und willst Konzerte singen. Du willst in deinem Beruf arbeiten. Und was begegnet mir da draußen? Als allererstes eine internationale Konkurrenz. Für eine Stelle an einem Opernhaus bewerben sich bis zu 100 Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt. Und da kann es dann schon einmal vorkommen, dass dir erniedrigende Situationen begegnen mit Intendanten, Regisseuren oder Agenten und dann kriegst du solche Sätze wie naja, sie sind zu dick. Ja, sie sind zu alt. Nicht gut genug. Was macht das mit dir? Aber Sänger kämpfen nicht nur mit solchen Sätzen oder mit der Konkurrenz. Sie kämpfen auch mit Neid und mit Verwerbungsängsten und mit Angst vor schlechten Kritiken und mit Existenzängsten. Aber das Allerschlimmste, das Allerschlimmste sind die ewigen, nagenden, zweifeligen Risse. Und dabei schaffen es gute Sänger mit ihrer Stimme Menschen emotional so zu berühren, dass Menschen weinen können. Aber hinter dieser professionellen Fassade steht ein Mensch, der seinen Körper und seine sehende Stimme auf eine Hühne steigt. In welchem Beruf, in welchem Beruf macht man sich so verletzt? Ich weiß, wovon ich rede. Über 30 Jahre Opernbüde haben mich die Freuden, aber auch den Müll dieses Berufes am eigenen Leib erfahren lassen. Und heute habe ich eine Mission. Ich mache Sänger groß, stark und sicher. Ich arbeite als Erfolgs- und Selbstwertcoach für Sänger. Und gemeinsam killen wir jeden Selbstwertzweifel. Und ich habe eine Botschaft. Erfolg ist programmierbar. Aber singen öffnet die Herzen und die Seele. Ich heiße Jane Richter und bin die Selbstwert-Expertin auf dem heiß umkämpften Sängermarkt. Dankeschön. Applaus Ich kann eure Gedanken hören. Soll ich euch sagen, was ich gehört habe? Die ist ja ganz schön mutig mit ihrem knallorangen Anzug hier. Da habt ihr recht. Das war ich früher nicht. Orange steht für die Lebensfreude. Orange ist Power. Orange steht für mich auch für die Leichtigkeit. Alles ist möglich. Trau dich. Sei mutig. Und ihr könnt euch vorstellen, es war nicht immer so. Es war mein Weg von Schwere, von ganz viel Leid. Schon als Kind hatte ich das Gefühl, ich bin mit einem ganz, ganz schweren Rucksack auf die Welt gekommen. Ich hatte das große Glück, ich war gesund. Aber dennoch habe ich die Welt unglaublich schwer erlebt. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein kleines Mädchen, hochsensibel, hineingeboren in ein Elternhaus, wo diese Sensibilität keinen Raum, keinen Platz hatte. Ich musste funktionieren. und dieses funktionieren und Leistung bringen und als kleines Kind schon immer gut sein, folgen, angepasst sein, tun, was deine Eltern von dir erwarten. Und so ist diese wundervolle Persönlichkeit, die jeder Mensch mitbringt. Und dieses Wesen, dieser lichtvolle Kern, den auch ich mitgebracht hat, den jedes Kind in sich hat, langsam immer dunkler geworden. Und dieses Mädchen, was ich war, ist immer trauriger geworden und hat sich gefragt, was ist dieses Leben? Es ist doch nur Leid. Es ist schwer. Es ist dunkel. Und meine Eltern, sie wussten es auch nicht besser. sie konnten es mir nicht vorleben, sondern was sie mir vorgelebt haben, war harte Arbeit. Du musst was tun, um was zu sein. Du musst Leistung bringen und bloß nicht faul sein, bloß nicht ausruhen. Und so habe ich funktioniert und funktioniert. Und irgendwann mit 30, Anfang 30, ihr könnt euch vorstellen, ist jetzt noch nicht so lang her. Irgendwann habe ich dann mal für mich die Frage gestellt, was mache ich hier? Ich will nicht mehr leben. Das Leben macht keinen Sinn. Ich wollte mir das Leben nehmen, war aber Gott sei Dank viel zu feige, sodass es immer nur Gott sei Dank ein Gedanke war, wie könnte ich das machen. Ich habe das Leben nicht mehr ertragen, weil ganz in mir dieses Kind von damals wusste, da gibt es was. Ich hatte so eine Erinnerung an ein anderes Leben. Ich hatte eine Erinnerung an Leichtigkeit, an Freude. Ich hatte eine Erinnerung sich fallen geborgen sein, wie im Schoß von einer Mutter, einer großen Mutter, vielleicht einer heiligen Mutter. Was ist ein Lieber? Ein Warum? Oder ein Wofür? Bist du ihr Schmerzvermeider oder Glück Erschaffer? Überall in den letzten Jahren hört man immer wieder, du brauchst ein Warum, finde dein Warum. In der Wirtschaft, im Business, in der Persönlichkeitsentwicklung, überall geht es ums Warum. Daraus ist für mich so die Reflexion entstanden, denn ich habe mir lange Zeit in meinem Leben auf der Basis vom Warum bewegt, also weg vom Schmerz, raus aus dem Schmerz, raus aus der Enge. Und in meinem Bewusstsein ist mittlerweile der Gedanke erwacht, dass in der neuen Zeit, in der wir ja jetzt leben, wo sie alles entfaltet, wo alles weiter und reicher wird, das ist immer wofür, wenn du dir vorstellst, eine Raupe macht sie auf den Weg zum Schmetterling mit dem Warum. Die Raupe will raus aus dieser Enge, dann knackt sie ist draußen, und blickt auf den Gleichen auf. Das ist nichts anders wie vorher. Wenn sich eine Raupe mit dem Wofür auf den Weg macht, dann weiß sie, okay, hier ist eng, hier ist dunkel, ich weiß nicht, was da draußen auf mich wartet, aber ich bin frieden und ich weiß, ich kann frieden. Und wenn die Raupe sich dann mit diesem Entfaltungsmodus, mit dem Wofür auf den Weg macht, dann quälst sie sie genauso durch den Panzer muss ihn auch knacken, das tut weh, das ist eng und es erfordert wieder und wieder Kraft. Und wenn es dann draußen ist, entfaltet es ihre Flügel und beginnt zu fliegen, diese Raupe ist dann keine Raupe mehr, sondern diese Raupe hat sie entschieden, Schmetterling zu sein, weil sie sie in ihrem Inneren erinnert hat an diese Größe, die in ihr ist. Und der Weg der Raupe zum Schmetterling war auch mein Weg. Meine Kindheit habe ich persönlich als sehr eng empfunden. Ich habe mich immer so als entweder das schwarze Schaf oder das bunte Schaf unter lauter gleichen Gefühl, also egal was ich gemacht habe, so aus meinem Gefühl heraus, es war nicht richtig. Und als ich mich dann wirklich für mich auf den Weg gemacht habe, mich zu entfalten, weiter zu werden, wirklich mit dem Wofür anstatt dem Warum, dann hat sie mein Leben wirklich entfaltet. Ich bin jetzt seit 20 Jahren auf dem Bewusstseins Weg. Der Knackpunkt war die Geburt unseres ersten Sohnes, bei dem ich Neujahr im Leben sagen würde, weil es ein Scheide Thema war, also Bleiben oder Gehen und das war wirklich so dieses Erwachen zum Wofür und vielleicht hast auch du in deinem Leben irgendwo eine Enge, du nimmst Dinge auf, du willst dich verändern, dann reflektiere, bist unterwegs mit dem Warum, in der Energie der alten Zeit oder willst dich wandeln in der Wofür und der Energie der neuen Zeit Wofür brennst du, nicht warum brennst du, sondern wofür brennst du, genau für das lade ich dich nun ein, einfach deine Hände ab, dein Herz zu lieben, hören, was in dir will größer wachsen, wo wirst du hinaus wachsen aus deiner eigenen Grenze, denn die Grenze ist keine Realität, wo in deinem Kontext wenn du jetzt deine Flügel entfacht und auf deinem Nachbarn Platz kläffst für seine Flügel wie im Leben, dann beginnt dein Leben ein Fluch zu werden. Applaus Wisst ihr, ich bin dankbar für jeden Morgen, den ich schmerzfrei aufstehen kann. Das ist nicht immer so. Ich leide unter Migräne und ich habe in meiner Hochzeit von meiner Migräne zwar ungefähr vor 2-3 Jahren 25 Schmerztage im Monat gehabt. Das hieß für mich, dass ich mit einem drönernden Kopf, mit einem schmerzenden Körper aufgestanden bin und ich hatte einfach keine Energie aus dem Bett rauszukommen. Das hieß für mich, ich bin selbstständig, natürlich, dass ich auch nicht richtig arbeiten kann. Ich bin Business Coach und konnte meine Kunden einfach nicht bedienen. Ich habe natürlich neurologische Hilfe gesucht. Mein Neurologe hat gemeint, du, körperlich passt ganz bei Ihnen, Frau Servist. Es ist der Stress, der bei Ihnen die Migräne auslöst. Er hat gemeint, sie müssen einfach weniger arbeiten und ihren Stress reduzieren. Das ist für eine Selbstständige echt schwierig. Da habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Er hat gemeint, ja, vielleicht finden sie durch Yoga, durch Achtsamkeit in die Richtung, dass sie mit ihrem Stress besser klar kommen. Und irgendwann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, ich bin auf das MBSR Programm von John Kerber Zinn gestoßen und es heißt Mindful Based Stress Reduction. Da habe ich gemeint, krass, das ist genau das, was ich brauche. Achtsamkeit und Stressreduktion. Da habe ich gemeint, ich probiere es aus, habe ein 8-wöchiges Achtsamkeit Trainingsprogramm gemacht und ich habe festgestellt mit der Zeit, dass mein Stress wirklich weniger geworden ist. Ich bin von 25 auf zwei Schmerztage im Monat gekommen und ich war so begeistert von diesem Programm, wo ich gedacht habe, selbstständig bin ich ja schon, ich werde MBSR Trainer, habe diese Ausbildung gemacht und durch diese Ausbildung habe ich dann gelernt, noch besser mit meinem Stress umzugehen, mit dem Druck umzugehen und auch jetzt halt, also ich habe feuchte Hände, gar keine Frage, aber ich kann mit diesem Druck umgehen, auf dieser Bühne zu stehen und ich habe dann überlegt, meine Führungskräfte, die ich coache, die sagen, ich habe viel zu viel Stress, ich habe viel zu viel Druck und ich weiß nicht, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen soll, da habe ich Führungskräften und Mitarbeitern hat das echt sehr gut geholfen, nämlich sie sind mit mir diesen Achtsamkeitsweg gegangen und haben dann selber festgestellt, dass sie sich mit dem Thema Achtsamkeit einfach besser fühlen können, das heißt, sie sind klar im Denken geworden und haben ihre Intelligenz für sich genutzt, sind mit ihren Gedanken und Gefühlen besser klar gekommen, sie sind stark im Fühlen geworden und haben dadurch ihre emotionale Intelligenz, die heutzutage in der Führung sehr, sehr wichtig ist, gefunden und sind sicher im Handeln geworden, nämlich auf einmal haben sie gemerkt, sie sind entscheidungsfreudiger, sage ich mal, dadurch, dass sie ihren Gedankengefühlen und dem Körper zuhören und haben dann festgestellt, dass sie auch noch sich besser auf das Wesentliche konzentrieren können als Führungskraft. Ich als Mindful Business Coach begleite Führungskräfte damit sie wieder Spaß an ihrem Job haben und auch mit Druck und Stress an stressigen Tagen auch klarkommen und am Abend nach Hause kommen und mit ihrer Familie Zeit verbringen können, die sie genießen können. Danke. Vielen Dank. Applaus Ich würde mich wahnsinnig freue, wenn ihr einfach mal eure Hand einfach mal auf euer Herz einfach mal lächen. Und diesen Beat, diesen Rhythmus, diese Frequenz, egal wie ihr es nennen wollen, einfach mal zu spüren. Und ich als Drummer im Endeffekt nenne das natürlich Beat. Für euch ist das vermutlich Frequenz. Was will ich damit eigentlich sagen? Wenn ihr das Herz einfach mal hören, solange das quasi schlacht, diese Frequenz, leben wir. Mal angenommen, morgen wäre nicht versprochen. Mal angenommen, morgen wäre nicht versprochen. Und wie es in dem schönen Lied, das quasi so schön heißt, Knockin' on Heaven's Door. Mal angenommen, wir würden alle morgen Knockin' on Heaven's Door machen. Wie würden wir heute diesen Tag leben? Was würden wir daraus machen? Wie würden wir diesen Abend jetzt erleben? Und was würden wir daraus machen? Ich habe für euch tatsächlich zwei Schlüsselmomente mitgebracht, die ich einfach mit euch von ganzem Herzen einfach teilen möchte. Und die mir quasi tatsächlich das Herz ganz weit off gemacht haben. Und das habe ich heute für euch mitgebracht, weil ich das für euch heute einfach aufmache. Und ja, eine Story ist tatsächlich, ich bin gelernter Banker, deswegen habe ich mit Hasch mitgebracht für euch. Und dann war es im Prinzip so, dass ich irgendwann jeden Tag tatsächlich anfangen habe, Herzdrücke und Herzsteche zu geriechen. Und das hat sich irgendwann krass angefühlt, dass ich es hatte, wow, krass, wenn es von jetzt auf noch irgendwie aufhört zur Herzrhythmusstörung oder Herzsteche, egal wie man es nennt, wenn es aufhört zur Schlache, dann ist es rum, dann war es so schön aus deinem Leben oder so gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt, du bist zwar noch jung, aber nimm dein Leben jetzt in die Hand. Ich bin zu der Ärztin hingegangen und die hat gesagt, Herr Schwab, Herr Schwab, Sie sind noch 26, für Burnout ist es noch viel zu spät. Und dann habe ich gesagt, Dennis, du tust jetzt das, du warst immer, du bist immer für alle anderen da, aber sei halt auch mal für dich selber da. Und dann habe ich gesagt, jetzt nimmst du dein Leben jetzt einfach mal so in die Handbeschaffung und Verdichtung. Und dann gab es noch so einen zweiten Schlüsselmoment, den ich einfach mit euch einfach teilen möchte. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, war Assistenz der Geschäftsleitung, war in meinem Auto drin gesessen und ich möchte euch einfach auf diesem Bild einfach mitnehmen. Ich war in diesem kleinen Mazda drin geguckt, ihr könnt euch so einen kleinen Mazda vorstellen, mit so einem Stoffdach. Und ich sitze da so drin, in meiner 60er-Zone, Baustelle und da war es im Prinzip so, dass plötzlich ein LKW halt vorseitig ist, vorseitig halt gefahren kam und 60er-Zone, alles gut und einmal geht er quasi immer weiter rüber und catcht mich quasi von links und dreht mich halt 180 Grad. Ich konnte diesem Mann direkt in die Augen schauen und ich habe gewusst, es gibt zwei Möglichkeiten, Dennis. Entweder der Herz hört jetzt gleich auf zur Schlache und es ist alles rum oder du steigst aus diesem Auto heil und du nehmst dein Leben in die Hand und du lebst deinem Traum. Und ihr denken wahrscheinlich alle, wow, krass ist der Jung und sprecht von solchen Themen. Aber ich habe euch, meine ich, jeder von euch hat ein Krafttier. Bei mir ist der Löwe und ich möchte, dass ihr, meine ich, euer Krafttier einfach mal rausholen und einfach mal denken, was wäre, wenn morgen nicht versprochen wäre und diesen Tag genau so heute meine Fett leben. Von ganzem herzen Dankeschön. Lass die Vergangenheit nicht im Gegenwart stimmen. Im Alter von sechs Jahren beschloss ich, nichts mehr zu sagen. Warum? Ich hatte das Gefühl, nicht ernst genommen, nicht unterstützt zu werden. Mit zehn Jahren, nach kontroversen Diskussionen, legte mein Vater, zu sagen, um diese zu beenden, lerne du dich erst einmal richtig artikulieren. Das hat gesessen. und hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit 16 Jahren entdeckte ich im Bücherschrank meiner Mutter Selbsthilfe-Literatur über positives Denken. Da begann ich, an mir zu arbeiten und mein Loser-Denken zu transformieren. Ich schaffte es vom Spargel-Tarzahn innerhalb von drei Jahren als Bodybuilder auf die Bühne und habe meine ersten nonverbalen Zügeerrungen. Mit 22 Jahren eröffnete ich mein eigenes Fitnesscenter. Aber wer bin ich jetzt? Und wer bist du jetzt? Diese Frage sollten wir uns immer wieder aufs Neue stellen. Mein Name ist Dirk Wollmweber. Ich bin Experte für Gesundheitsmanagement und Stressbewältigung. Aber wer bin ich wirklich? Und wer bist du in Wirklichkeit? Wenn jetzt der kognitive Verstand sagt, weiß, wer ich bin oder ich habe überhaupt keinen Bock auf dich. Ist das auch in Ordnung? Deine Entscheidung? Aber bedenke, dass die meisten Nervenimpulse vom Herzen kommen, zum Verstand und Gehirn und nicht andersherum. Deswegen entscheide für den Herzensverstand. Lass die Vergangenheit nicht deine Gegenwart bestimmen. Die Schamane des alten Mexikos waren nach eigener Überlieferung in der Lage nicht nur den physischen Körper zu sehen, sondern auch den Energiekörper. Sie stellten fest, dass jeder Mensch mit seiner Geburt sein Energiepotenzial bereits mitbringt und dass die Energie, wenn sie nicht genutzt wird, sich verdichtet wie gefrorenes Wasser, wie gefrorenes Eis nach unten sinkt und als würde es nicht existieren. Wie können wir dieses gefrorene Eis zum Schmelzen, besser noch zum Kochen bringen? Richtig. Durch Feuer! Dein inneres Feuer! Du musst jetzt nicht Hossianer singen, du weißt schon, der Bayer im Himmel, der Bierbui. In diesem Sinne wünsche ich dir, uns allen, lass die Eisbäge schmelzen, denn du bist das Potenzial, du bist die Liebe und du bist die Schaffenskraft. Vielen Dank. Ist der Tod eigentlich das Ende? Vor genau fünf Jahren ist mein Vater, mein Lieblingsmensch und meine Bezugsperson auf der Straße aufgefunden. Mit 54 war er einfach so tot. Damals habe ich ihn gefragt, war es das jetzt zwischen uns? Ist das jetzt zu Ende? Und er hat gesagt, nein, ist es nicht. Und seitdem antwortet er viele meine Fragen, wenn ich ihm stelle und hilft mir in vielen Situationen, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und genau so eine Situation war dann nach einem Jahr nach seinem Tod, wo ich will, ich war total verwirrt, warum auch immer, wusste ich nicht, weder privat noch beruflich, was möchte ich. Privat wusste ich eigentlich, ich möchte einen Partner kennenlernen nach meiner Scheidung. Ich habe auch nette Leute kennengelernt und immer wieder Schluss gemacht. Ich wusste aber nicht, warum. Und zum Schluss habe ich auch einen Mann kennengelernt, der hat eigentlich alles entsprochen, sogar meine Minister war eigentlich mein Traummann und habe ich mit ihm auch beendet, habe ich Schluss gemacht. dann habe ich gefragt, warum mache ich das? Und mein Vater hat gesagt, der war eigentlich dein Zukunftsmann und der ist dein Traumpartner. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist ja schon zu spät. Dann rief meine Freundin und sagt, du Katja, ich kenne eine Schamanin in der Schweiz, fahr doch zu ihr, sie hat mir geholfen, wird dir bestimmt auch helfen. Ich sofort nächsten Tag mache ich mit ihr Termin aus, Termin steht in drei Monate und drei Monate vergehen, einen Tag vorher war ich wieder unsicher, soll ich zu ihr fahren oder sagen, was soll ich ihr überhaupt erzählen, das ist ja peinlich und mit dieser Frage bin ich eingeschlafen. Im Traum kommt mein Vater und hält in der Hand so eine Nuss, grüne Nuss, unreife Nuss, gibt zu mir und sagt, Katja, das ist Nuss, die sollst du in Hofbitte eingraben in der Erde und da wächst ein Nussbaum und wenn du die Nüsse pflücken kannst, dann hast du das Thema, was du erzählen kannst und hast du auch in drei Wochen deinen Traumpartner neben dir. Ich habe nichts verstanden, nächste Tag aufgestanden, nach Schweiz gefahren, komme ich zu Schamanin an und bevor ich drankam, bin ich noch draußen im Hof gegangen, Augen zugemacht, noch mal zu meinem Vater Kontakt aufgenommen, gehe ich so, Papa, sag mir jetzt endlich, was war denn dieses Traum, wolltest du mir was sagen damit oder was war, das gibt mir ein Zeichen, habe ich noch zwei Schritte gemacht, Augen aufgemacht und ich stand unter Nussbaum und vor mir so eine grüne Nuss zum pflücken und die habe ich abgepflückt damals und habe ich heute noch da bin ich so Schamanin reingegangen und habe diese Geschichte erzählt nach drei Wochen habe ich zufälligerweise diesen Mann wieder getroffen und der ist heute mein Mann wir sind glücklich seit drei Jahren verheiratet und viele diese Geschichte was sich mit meinem Papa verbindet immer noch habe ich in einem Buch verfasst und bin glücklich bald dieses Buch zu verhoffendlichen Dankeschön Liebe oder Tod Februar 2000 relativ genau vor 20 Jahren mein Vater ein erfolgreicher Bauträger erlitt während einer Operation einen sehr schweren Schlaganfall und ist seitdem ein Vollpflegefall es war für uns alle damals in der Familie ein riesiger Schock ich mit meinen damals 22 Jahren habe die Geschäfte der Firma weitergeführt mit einigen offenen Bauprojekten und mehreren Millionen Euro Schulden ich habe meine gesamten Emotionen und Gefühle beiseite geschoben dann habe Tag ein Tag aus wie ein Schweizer Uhrwerk funktioniert mir war damals nicht bewusst dass ich mich in Lebensgefahr begeben habe dann 16 Jahre später Januar 2016 meine Traumfrau hatte mir das Ja-Wort gegeben unsere Hochzeit war Ende Januar 2016 geplant und unsere Tochter sollte Anfang Februar 2016 zur Welt kommen eine Woche eine Woche vor unserer Hochzeit erlitt ich einen schweren Gehörstuhl sämtliche Emotionen der vergangenen 16 Jahre hatten sich in Form eines golfballgroßen Gehirntumors in der Mitte meines Kopfes transformiert mein Gehirnstamm war bereits zu über 50% gequetscht mein Leben hing ab sofort am seidenen Faden ab diesem Moment bin ich nur noch dem Ruf meines Herzens gefolgt und habe nur noch Dinge getan die mich innerlich genähert und erfüllt haben ganze zehn Monate später am 15 November 2016 habe ich mich dem Unvermeidlichen gestellt der Operation und sie ist bestens verlaufen heute drei Jahre später bin ich Familienvater von zwei wundervollen Kindern lebe mit meiner wundervollen Frau am Bodensee und leite meine eigene erfolgreiche Unternehmensberatung im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge ich habe drei wichtige Botschaften für euch erstens folge stets dem Ruf deines Herzens folge stets dem Ruf deines Herzens denn dein Herz kennt immer den nächsten richtigen Schritt du kannst hinfallen das ist vollkommen in Ordnung aber stehe einmal öfter auf als du hingefallen bist stehe einmal öfter auf und nimm die Zügel deines Lebens in die Hand es ist in deiner eigenen Verantwortung und drittens Familie und Freunde sind sehr sehr wichtig weil sie tragen dich genau in den Lebensphasen wo du dazu nicht in der Lage bist herzlichen Dank Mein Name ist Miriam Hoppe und ich möchte euch was erzählen was mein Leben komplett verändert hat ich habe mein Leben lang schon immer meine Entscheidungen aus dem Kopf getroffen ich habe geplant und alles aus dem Kopf entschieden ich habe auch nur das gelten lassen was mir mein Kopf gesagt hat was was ich sehen konnte was ich greifen konnte alles andere war einfach nicht präsent ich habe die Ausbildung ins Beamtentum gemacht ganz klassisch sitze den ersten Tag in der Ausbildung und mein Bauch hat mit mir gesprochen und hat gesagt Miriam das ist nicht unser Job das macht uns keinen Spaß können wir das vielleicht ändern ich habe das natürlich ignoriert und so vergingen die Jahre und ich habe gespürt dieses Beamtenkorsett das ist zwar sehr warm aber es ist auch echt verdammt eng und ich habe gemerkt wie es mir regelrecht die Luft abschnürt ich war total unglücklich in dem Beruf und ich habe irgendwann festgestellt ich werde irgendwie so wie meine Kollegen ich werde immer langsamer mache mehr Kaffeepausen habe dann ganz vehement die Zuständigkeiten geprüft von der Arbeit die auf meinem Schreibtisch lag ob das auch wirklich meine Arbeit ist oder ob ich die irgendwo anders geben kann und da habe ich festgestellt okay jetzt muss ich was ändern so geht das nicht weiter und ich habe eine Entscheidung getroffen und wie es dann so ist plötzlich öffnen sich Türen und durch eine Tür kam ein Buch über mein jetziges Business ich habe das Buch gelesen und ich hatte ein ganz starkes Bauchgefühl das war so präsent dass ich mir ganz sicher war dass ich das tun muss dass es mein Leben verändern wird und dass ich das schaffe so war es dann auch ich habe damit angefangen ich habe das Business aufgebaut ich habe meinen Beamtensjob gekündigt und letztendlich hat diese Entscheidung nicht nur mein Leben verändert sondern das Leben von meinem Mann von meinen Freunden und von meiner Family und ich finde es so erstaunlich dass wir oft so irgendwie uns ständig im Kopf irgendwas zerdenken und planen und machen anstatt wir einfach mal auf uns hören auf unseren Bauch hören weil der weiß es einfach was zu tun ist und der trifft meist die besten Entscheidungen und die geilsten Entscheidungen weil ich weiß nicht ob ihr das Gefühl kennt wenn ihr eine Entscheidung trägt und denkt oh scheiße habe ich das jetzt wirklich gemacht und plötzlich klopft euer Herz wie wild und ihr spürt es schon am Hals und der ganze Bauch und der Magen dreht sich und die Schmetterlinge sind irgendwie da und das ist das Gefühl das liebe ich wenn du so richtig spürst dass du am Leben bist dass du wach bist dass du dich so richtig spürst und die Entscheidungen die können wir doch nicht aus dem Kopf treffen die kommen doch aus uns heraus und wir haben nicht endlos Zeit und wir können auch nicht irgendwann sagen jetzt buchen wir einfach nochmal 10 Jahre auf unser Zeitkonto auf schön wär's und jede Sekunde verrennt und kommt nimmer zurück also lasst uns doch diese Sekunden nutzen und Stunden und Wochen und Monate und Jahre um richtig geil zu leben und tolle Entscheidungen zu treffen und auch wirklich auf uns zu hören auf unseren Bauch zu hören und dann kommt einfach auch das Beste raus ich danke euch Applaus 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 Ah ja ok ist sie habt ihr sie gesehen die Supermarke hast du sie schon erschaffen wie das geht haben wir jetzt gehört nein Hindernisse ach ich verstehe sind es dein Umfeld dein Ehemann etwas ganz anderes vielleicht ein Fluch oder darfst du in diesem Leben gar nicht erfolgreich sein ich bin in einem kleinen katholischen Ort geboren wo jeder weiß was man darf und was nicht und am besten wissen sie was du nicht sein darfst geht nicht als ich acht Jahre war sagte Risi oh der Franz schläft nicht bei mir und ich sagte das macht nichts der schläft jetzt bei Nicole ich dachte das ist sowas wie eine Pyjama Party sie sagte woher weißt du das hast du ihn gesehen das denkst du dir bestimmt aus da fiel zum ersten Mal auf dass ich was wusste was andere nicht wussten ich konnte ihre Geheimnisse sehen und das in dem Ort die schließen dich aus gut dass sie keine Hexen mehr verbrennen hatte ich echt Glück ich dachte ja die sind wie ich aber nein das sind Muckel katholische Muckel und pssst sag bloß nicht dass du hellsichtig bist mein Spugel ist wie Google bisschen anders mein Spugel der Quantencomputer sagt mir ganz genau mach das so dann funktioniert die Marke lass das sein und löse vor allem diesen Punkt endlich auf damit wir was anders tun können als Probleme lösen wenn du zu deinem ganzen Kern stehst könnte dein Leben sich ändern sagte mein Mann und er ermutigte mich und sagte mach endlich was aus deiner Gabe hör auf auf die anderen zu hören und lass dir doch nicht mehr das Leben von denen vermiesen bloß weil die immer noch klein denken traute ich mich wirklich als meine hellsichtige Gabe meine Fähigkeiten miteinander verschwolz passierte etwas Magisches plötzlich ging meine Marke ab durch die Mitte und so denke ich mir steh auch du mit all deinen Fähigkeiten zu deiner Marke mach was draus steh zu dir dann hast du eine magische Marke dann ja dann wird scheinbar Unmögliches möglich vielen Dank Freunde wusstet ihr dass wir gerade im Krieg sind ein Krieg um die Aufmerksamkeit des Kunden da draußen wir wollen alle Anerkennung wir wollen alle Aufmerksamkeit haben wir wollen Wertschätzung ein bisschen Prise wir hätten ganz gerne dass wir sogar die Anerkennung von unseren Partner von unseren Kollegen bekommen da draußen wir hätten ganz gerne hey wir hätten ganz gerne dass alle unsere Preise bezahlen die wir aufrufen wir hätten super gerne dass wir morgens früh aufschließen unseren Laden und da steht eine 150 Meter lange Schlange und alle wollen unser Produkt haben wäre das geil? ja ist das die Realität? nein jetzt ist es folgendermaßen wenn ihr ist denn da draußen ist ja da draußen ist ein Schlachtfeld das ist ja ein Schlachtfeld und der Krieg ist da draußen und zwar in dem Wohnzimmer eurer Kunden und ihr habt zwei Möglichkeiten als Unternehmer entweder ihr geht in den Krieg und zwar mit den gleichen Botschaften wie alle anderen das heißt ihr zieht die gleichen Knarren und vielleicht trefft ihr ja einen oder oder ihr seid die die sagen nee ich ziehe mich zurück ich habe keine Lust auf Krieg nein ich setze mich da hinten rechts in die Ecke weil da bin ich sicher ich bin doch der erbare Unternehmer ja ich muss mir doch ich muss mir nichts beweisen die kommen schon zu mir die Kunden Freunde da draußen ist Krieg und wisst ihr was im Krieg passiert da guckt jeder auf seinen eigenen Arsch und weißt du was noch passiert da draußen ja die suchen Schutz die suchen Sicherheit die flüchten und das allerletzte was die da hören wollen ist dein Allerweltsbotschaft da draußen hey jetzt haben wir eine Möglichkeit jetzt können wir uns überlegen wie infiltrieren wir uns in den Kopf dieser Menschen wie kommen wir da rein ich glaube wenn wir dir in die Hand reichen und meine Geschichte mitnehmen und sagen hey ich habe hier Essen ich habe hier Trinken ich habe hier einen Raum für dich ja da bist du da bist du in Sicherheit hey wäre doch cool oder und ich glaube wenn du jetzt immer noch denkst hey ich will da so einen richtigen Fußstapfen in meiner Branche hinterlassen ich will ja dass den Krieg gewonnen wird von mir ich möchte so ein kleiner Steve Jobs werden so ein Elon Musk hey oder vielleicht will ich auch Martin Luther King sein der sagt I have a dream wisst ihr da habe ich jetzt eine Botschaft für euch packt mal eure ganze Allerweltskommunikation diese ganzen staubtrockenen Sachen schmeißt die mal alle raus aus dem Regal die haben da nichts zu suchen ja schnappt euch mal wirklich wenn ich wenn ich jetzt mal drüber nachdenke schnappt euch doch mal ja die Geschichten die wir vor tausenden Jahren noch erzählt haben ja die funktionieren doch heute noch denkt doch mal daran wenn ihr vielleicht Sonntag nach Hause kommt und jeder hat hier wahrscheinlich vielleicht eine oder andere Kinder wahrscheinlich wenn ich sehe wenn meine Tochter auf mich zuläuft und ich weiß genau wie die sich immer auf Geschichten freut und ich weiß ganz genau wenn die da vor mir steht und sagt Papa endlich bist du wieder da dann kann ich wieder gut einschlafen du erzählst mir heute eine Geschichte ja und am Ende da glaube ich genau die Kunden da draußen die brauchen Geschichten um aufzuwachen die müssen unterscheiden können will ich Krieg oder will ich Frieden und genau deswegen glaube ich ja ihr müsst Geschichten gießen und damit werdet ihr gesehen gehört geliebt geliebt vor allem und gewinnt den Krieg Dankeschön die Geschichte vom Puff gehen es nie gab mein Name ist Dr. Nils Freibach ich bin Arzt und Unternehmer und zuerst würde ich euch gerne Tanja vorstellen Tanja ist eine Freundin sehr enge Freundin meine Mitarbeiterin meine rechte Hand die Leute sagen über Tanja und mich wir wären so ein bisschen anders als die anderen Kinder und vermutlich haben die auch recht wird euch da zwei Storys erzählen kann ich mich erinnern da habe ich eine Mitarbeiterin eingestellt und als Tanja sich vorgestellt hat ist sie hingegangen hat gesagt hallo ich bin Tanja wie du siehst viel zu fett Legasthenikerin und seit kurzem auch noch lesbisch und wer bist du an meinem 40. Geburtstag wir haben so die meisten Feiern dann zusammen verbracht oder verbringen die meisten Feiern zusammen jetzt habe ich so am Rande mitgekriegt wie einer für Tanja sagt der Tanja wenn Nils jetzt auch noch auf die Idee kommt einen Puff zu eröffnen da würdest du auch noch mitmachen ich hätte gar nicht überlegt also um es kurz zu machen das ist so als Mitarbeiterin das ist so dass eine Mitarbeiterin die ich jedem Einzelnen von euch wirklich nur wünschen kann sag ich mal das ist so die Kategorie wenn dein Laden brennt dann würde die mit ihrem Leben und dem Feuerlöscher aus dem Auto noch versuchen zu retten was zu retten Tanja ist vor anderthalb Jahren an der Hörnblutung verstorben Tanja hat ihren siebenjährigen Sohn zurückgelassen ihre Familie ihre Lebensgefährtin ihren Bruder ihre Freunde und mich aber Tanja hat sieben sieben Leben gerecht Tanja gehörte zu den wenigen Organspenden die wir in Deutschland haben ich kann mich noch genau an die Beerdigung erinnern Tanja war Mitglied in zwei Kölner Karnevalsvereinen die waren alle da und als die Urne ins Grab fuhr war im Grunde ein herrlicher Tag halb zwölf zwölf vormittags in der Woche strahlender Sonnenschein da spielten die das alte Kölner Karnevalslieb der Nied der Nied trömisch da habe ich gedacht Tanja das wäre jetzt eigentlich nicht dein Style was wäre ihr Style wenn man zusammenfasst hat sie sieben Menschenleben gerettet die hat letztendlich dafür gesorgt dass zwei Kölnsche Karnevalsvereine vollständig zu Organspendern geworden sind beziehungsweise die Ausreise besitzen und es wäre ihr Style wenn ich euch kurz erkläre oder einlade was ihr tun müsst um im nächsten Leben mit Tanja mit mir und mit zwei Kölnsche Karnevalsvereinen den geilsten Punkt der Welt zu machen das ist ziemlich einfach ihr besorgt euch solch ein Kärtchen ich habe sie euch übrigens da vorne auf die Candy Bar gelegt schreibt euren Namen drauf erklärt euren Angehörigen dass ihr darauf besteht besteht dass nur für den Fall dass der liebe Gott auch bei euch zu früh den Stecker zieht ihr die Chance bekommt eventuell auch sieben Leben zu retten vielen Dank einen wunderschönen guten Abend bei mir geht es um Manipulation ein ganz ganz schlimmes Wort und beim Thema Manipulation denkt als erstes jeder an den ehemaligen Bayern-Präsidenten nein Spaß beiseite an die Mafia aber zu mir sagen die Leute Benni auf deinen Seminaren auf deinen Vorträgen auf deinen Reden vor mehreren hundert Leuten manipulierst du die Leute ich sage ja verbiete mal einen Verkäufer zu verkaufen oder verbiete Lionel Messi mal zu dribbeln wir alle werden jeden Tag manipuliert und wir alle merken wenn wir ein Produkt haben was wir verkaufen wollen und es nicht verkauft kriegen dann ist dieses Produkt eigentlich nichts wert und ein guter Freund von mir arbeitet bei der Polizei und hat mich letztens angerufen und meinte Benni gehst du auch in den neuen Film Fast and the Furious und ich sage klar er sagt fahr langsam danach ich sage okay gut also der Sommer alles war im Endeffekt das Kino war voll die Leute nach dem Film ins Auto volle Kanne drauf gedrückt es gab ganz ganz viele neue Fotos die Polizei hat sich gedacht da kommt ein cooler Film raus die Leute werden manipuliert wir stellen mal ein Radar auf und ruckzuck gab es richtig Geld für unsere Steuerkasse ein anderes Beispiel Aladin lernt Jasmin kennen und Jasmin und Aladin haben ihr erstes Date haben sich über Tinder oder Louvoo kennengelernt so macht man das ja heute und als erstes so nach fünf Minuten kommt so die Frage sag mal Aladin was machst du eigentlich beruflich und Aladin sagt ich arbeite bei einem riesigen Finanzoptimierer was er aber eigentlich sagen wollte ich bin Sekretär in einer Versicherungsbranche nur es hörte sich so einfach viel besser an und was machst du Jasmin ich arbeite in einer riesigen Bank was die eigentlich sagen wollte ist ich bin 25 Jahre alt habe mein BWL Studium abgebrochen und bin gerade Azubine und lerne Bankkaufmann die Leute Bankkaufrau die Leute verkaufen sich immer anders immer besser und wollen besser dastehen ein anderes Beispiel Johannes ist neun kommt aus dem Kindergarten es gibt Kartoffeln mit Fisch und er isst die Kartoffeln richtig schnell und seine Eltern freuen sich dass der gute Junge so schnell isst oder beziehungsweise auch so gut isst aber er isst den Fisch nicht und seine Mutter sagt zu ihm ja Johannes warum isst du denn den Fisch nicht nee will ich nicht und sein Papa sagt lieber Junge ess doch bitte den Fisch nee dann wirst du groß und stark nee und irgendwann denkt der Vater sich lieber Johannes möchtest du dass dieser Fisch für dich umsonst gestorben ist er wurde manipuliert und Johannes aß den Fisch ihr merkt also wir manipulieren täglich und werden auch täglich manipuliert im Endeffekt ist es so dass ich sage okay jeder von euch der heute morgen aufgestanden ist die Zeitung aufgeschlagen ist in dieses Seminar reingegangen ist alle Vorträge die wir hier gerade gesprochen haben beziehungsweise die hier vorgetragen wurden haben uns auf irgendeine Art und Weise positiv oftmals manipuliert es sind die Geschichten die jeden Tag passieren und wir Verkäufer und Verkaufstremmer leben davon Menschen positiv zu manipulieren um in sie in die richtige Richtung zu drücken um ihnen was Gutes zu tun wenn ihr also ein Produkt habt was ihr optimalerweise so auf den Markt bringen wollt dass es manipuliert auch da ankommt wo es ankommen soll dann denkt an mich mein Name ist Benjamin Dau und ich bin Verkaufscoach Dankeschön Im September 1959 kam ein Trotzkopf auf die Welt als Fünfte von elf Kindern wurde sie geboren mitten in eine Familie von Aggression Wut und Ohnmacht und verzweifelt hat dieser Trotzkopf versucht die harten Fäuste des Vaters die gegen die Mutter gerichtet war und die Messerstiche versucht abzuwehren und ist in die Mutter zwischen die Mutter gerannt und dem Vater und so ist sie aufgewachsen der kleine Trotzkopf ja so ist sie aufgewachsen und sie musste sich immer ihren Platz erkämpfen egal ob es am Tisch war bei den vielen Menschen egal ob es die Flöte für den Flötenunterricht war und egal was es war wenn es nur die kleine Brotscheibe war am Abend dass du noch zum Zug gekommen bist und dann ist sie erwachsen geworden und sie wurde gefragt was willst du denn mal werden Ärztin Ärztin ich will Ärztin werden ich will allen Menschen helfen nee 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 Studierte brauchen wir in unserer Familie nicht geh du mal ganz schön arbeiten und bring das Kostgeld nach Hause und dann hat die junge Frau irgendwann geheiratet hat zwei wunderschöne Kinder bekommen und bald hat sie gemerkt sie hat ihren Vater wieder geheiratet nach weiteren 14 Jahren hatte sie den Mut und ist aus dieser Beziehung rausgegangen und dann hatte sie eine Entscheidung getroffen sie hat die Entscheidung getroffen jetzt beginne ich mit meinem Leben mein Leben das gehört mir und dieser Trotzkopf hat die Akademie des Wissens gegründet 1999 mit ihrem Mann gemeinsam hat ein Buch geschrieben das befreite ich und hat tausenden von Menschen in ihrer Arbeit geholfen die Grenzen zu sprengen aus dieser Aggression wurde Durchsetzungskraft und aus dieser Durchsetzungskraft wurde Freiheit und bald schon hat sie gemerkt überall war Verzweiflung waren Ängste waren Suchtverhalten war Sinnlosigkeit und ich habe gemerkt ich muss etwas tun ich will etwas tun ich will etwas der Welt zurückgeben und landläufig sagt man Träume sind Schäume ich aber stimme Goethe mit ein der sagt Träume sind der Hinweis zu deinem Weg Träume sind wie Kirchenfenster du musst in die Kirche hineingehen um deren wahren Schönheit zu erkennen also bitte geh in dich hinein spüre nach was willst du wirklich vom Herzen triff deine Entscheidung schau was dir wichtig ist woran du Freude hast und dann lebe denn merke du bist besser als du glaubst dass du bist Danke Monika Potts und wir dürfen uns freuen auf 10 Minuten Erfrischung und 10 Minuten Pause wir treffen uns pünktlich um 20 Uhr 22 wieder alle hier im Raum und freuen uns auf die nächsten 50% unseres Speaker Slams 10 Minuten Vielen Dank. 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 Und... Vielen Dank. ... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............ ...... ......... ......... ...... ...... ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ............ ............ Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum der eine Angst vor Spinnen hat und der andere so gar nicht? Montagmorgen, Wochenmeeting, zehn Personen, ich komm rein und setze eine schöne, große, Bruggelspinne, mitten auf dem Tisch, in dem Moment werden wir Zeuge von zehn verschiedenen Reaktionen. Das geht von Streicheln bis zum Kratzen an der Tür, die ich natürlich vorher abgeschlossen habe. Warum ist das so? Wir haben eine Situation und zehn verschiedene Reaktionen. Das hat etwas mit Wahrnehmung zu tun. Ich nenne das Ganze die Sicht der Dinge. Wir haben in unserem Kopf hier oben so einen kleinen Badsiefer. Der mixt uns jeden Tag, den ganzen Tag Cocktails. Dazu nehmen wir 20 Prozent von dem, was wirklich ist. Spinne. 40 Prozent sind unsere Erinnerungen, bewusst und unterbewusst. Oben drauf kommen 30 Prozent unser Mindset. Sind wir ein ängstlicher Typ? Sind wir mutig? Sind wir rechthaberig? Und so weiter. Die restlichen zehn Prozent sind unsere aktuelle Stimmung. Ob wir morgens zum Bahnhof eilen, weil wir zu State aufgestanden sind oder ganz gemütlich ständig durch den Wald spazieren. Wir nehmen die Dinge anders wahr in den Situationen. Jetzt wird der ganze Cocktail noch einmal kräftig durchgeschüttelt und fertig ist unsere Wahrnehmung. Unsere Wahrheit. Soweit okay. Das Problem ist einfach nur, dass viele Menschen oder immer mehr Menschen der Meinung sind, dass ihre Wahrnehmung, ihre Wahrheit die einzige auf der ganzen Welt sind. Und dem ist nicht so. Jeder von uns, wir haben es vorhin gesehen, jeder nimmt eine Situation anders wahr. Können wir etwas dagegen tun? Ja, können wir. Den ersten Schritt haben wir hier schon getan. Wir sind uns dieser Sache einfach bewusst geworden. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist eine Übung, um die ich euch bitten möchte in der Zukunft. Geht einfach mal hin und wechselt ein wenig euren Blickwinkel. Und ihr werdet die Dinge etwas anders wahrnehmen. Und bedenkt eins. Auch das, was ich euch heute Abend hier erzählt habe, ist nur meine Sicht der Dinge. Ich bedanke mich für euer Zuhören und wünsche euch eine fröhliche Wahrnehmung. Vielen Dank. Applaus Hast du irgendwann schon einmal den Drang verspürt, deinen Computer aus dem Fenster zu werfen? Wer kennt das? Ihr seid alle Windows-Anwender. Weil kein Mensch, kein Mensch würde seinen Mac Freiwilliger aus dem Fenster werfen. Applaus Warum ist Apple so sympathisch? Das ist ganz einfach. Mit Apple ist vieles einfacher und intuitiver. Ist das Zufall? Nein, natürlich nicht. Es ist die Handschrift von Steve Jobs, dem Apple-Gründer und ehemaligen Geschäftsführer bzw. Chef von Apple. Und seine Handschrift lebt heute in der Unternehmenskultur von Apple weiter. Einfachheit ist die höchste Vollendung, sind seine Worte. Steve Jobs war stolz darauf oder fast schon mehr stolz auf Ideen und technologische Dinge, die ihm von seinen Mitarbeitern angeboten wurden, die er abgelehnt hat. Fast mehr als die Dinge, die Ideen, die in Produkte gegossen worden sind. Einfachheit ist Chefsache. Was wäre, wenn Steve Jobs sich nicht für Technik interessiert hätte und hätte seine Ingenieure oder Entwickler einfach so drauf losarbeiten lassen? Dann wäre dieses Unternehmen heute ganz sicher nicht das, was es ist. Einfachheit ist Chefsache. Und wie sieht es in der Windows-Welt aus? Dort sehen wir viel Komplexität. Komplexität, die vermeidbar wäre und die in den letzten 20 Jahren ein Eigenleben, eine Eigendynamik entwickelt hat. Profitieren tun davon Microsoft, beteiligte Dienstleister und zahlreiche namhafte Software-Unternehmen. Diese Allianz hat ein Netz von Komplexität und von Abhängigkeit geknüpft, in dem sich Unternehmen leicht verheddern und nur sehr, sehr schwer wieder herauskommen. Für mein Gefühl hat dieses Geschäftsmodell Ähnlichkeiten mit dem Drogenhandel. eine faire Partnerschaft sieht anders aus. Was kannst du tun, wenn du dich im Netz der Komplexität verheddert hast? Einfachheit ist die Lösung. Aber wie geht das? Es braucht drei Dinge. Es braucht Überblick. Es braucht Know-how und Ausdauer. Denke mal für einen ganz kurzen Moment an den Kabelsalat unter deinem Schreibtisch. Was würdest du tun, um dieses Chaos zu beseitigen? So ähnlich funktioniert auch Vereinfachung in der IT. Was ist der Gewinn daraus, die Systeme zu vereinfachen? Die Mitarbeiter haben mehr Freude an der Arbeit. Du als Unternehmer hast endlich wieder die Kontrolle über deine IT. Und es lassen sich gewaltig Kosten sparen. Einfachheit ist Chefsache. Mein Name ist Stefan Holz. Ich bin Experte für IT-Vereinfachung. 21. Dezember 1978. Vorweihnachtszeit. Ein nebeliger Tag. Ein Junge geht vom Krippenspiel nach Hause. Zeitgleich auf der anderen Seite steigt ein junger Mann in sein Auto. Macht die Autotüre zu und steigt aufs Gas. Beide treffen einander an einer Kreuzung. Einer von beiden hat es leider nicht überlebt. Er ist tot. Das war mein großer Bruder. Er merkt, wie durch diese Emotion Bilder entstehen. Und ich stehe dafür für die Relevanz, in Bildern zu denken und auch zu arbeiten. Der Ursprung dabei ist keine Revolution. Nein, es ist Evolution. Ich nehme euch mit auf eine kleine Zeitreise durch die Höhlen der Vergangenheit. Auch damals wusste man schon, dass es Symbolcharakter hatte. Diese Höhlenzeichnungen haben unser Überleben gesichert. Es waren die Spuren, die Jagdinstrumente, alle da aufgezeichnet. Und warum arbeiten dann so wenig Unternehmen mit diesem Wissen in Bildern zu denken? Ich selber bin Designerin und Unternehmerin von zwei Firmen. Ich arbeite immer mit drei Säulen. Zum einen mit der kreativen Denkweise. Zum anderen mit Unternehmenskommunikation auf allen Ebenen. Und natürlich Profitmaximierung. Ohne dem funktioniert es nicht. Ein kleines Beispiel. Wer von euch war schon mal in einem Autohaus? In einem Schicken, mit drei Buchstaben, mit B beginnend. Allein wenn man dort hineinkommt. Das Gebäude, die Strukturen, die Proportionen. Allein schon wie die Autos stehen. All das hat Bedeutung. Und dabei geht es nicht, ob das jetzt haptische Räume sind oder virtuelle Räume. Es geht nicht darum, wie es gebaut oder konstruiert wurde. Es geht darum, was dieses Gebäude ist. In diesem Fall für Mitarbeiter, Menschen, die in das Autohaus kommen, mögliche Kunden, für Lieferanten, für wen auch immer. Und wie Christian Morgenstern schon sagte, es gibt hunderte, gar tausende Wege, bis etwas sichtbar wird, trete ich dafür an, es rascher sichtbar zu machen. Rascher. So wie das Wort sichtbar nicht ohne den Ich auskommen kann. Und so frage ich euch heute, das ist meine letzte Frage für heute an euch. Wofür seid ihr angetreten und was ist dein Ich? Ich habe euch zwei Fragen mitgebracht. Wer von euch hat schon mal was vom Klimawandel gehört? Darf ich ganz kurz mal die Hände sehen? Und wer hatte heute schon mal so richtig Probleme mit dem Klimawandel? Das heißt, er ist heute vielleicht mit dem Schlauchboot hierher gepaddelt oder mit langen Gummistiefeln hier reingekommen? Keiner. Okay. Und genau das ist das Problem mit dem Klimawandel. Wir spüren ihn nicht, wir leiden nicht darunter. Und deswegen kommen wir auch nicht wirklich in die Aktivität, gegen den Klimawandel was zu machen. Ich glaube, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die Menschheit ist. Und wir tun nichts dagegen, weil wir ihn nicht spüren. Es ist ja so, es gibt extreme Wetterphänomene. Die finden aber irgendwie nicht hier statt oder immer woanders. Das heißt irgendwie in Afrika, in Bangladesch, in Indien, in Amerika und so weiter. Und das Problem ist eigentlich hier, und das verschweigt man uns oder wir wissen sehr wenig darüber, dass wenn dort drüben diese Dinge passieren, dass die Menschen dort betroffen sind. Und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass ungefähr 500 Millionen Menschen, eine halbe Milliarde, in den nächsten 50 Jahren ihre Heimat verlieren werden. Das sind die Küstenstreifen 50 Kilometer um die gesamte Erde herum. Das ist auf einer Fläche von etwa zweimal Europa. Und diese Leute werden wohin gehen wollen. Das sind in der Regel die Ärmsten der Armen, die da weggehen, die nichts zu verlieren haben. Das bedeutet, die Leute kommen dann dahin, wo es besonders schön ist. Und das ist zum Beispiel auch Europa. Und in Europa erwarten wir etwa zwischen 150 und 200 Millionen dieser Flüchtlinge in den nächsten 50 Jahren. Nicht wir, sondern die Vereinten Nationen. Und das bedeutet, was bedeutet das für uns, wenn so viele Menschen nach Europa kommen und ein Großteil auch nach Deutschland? Das bedeutet, dass wir eine extreme Knappheit für Nahrung, für Wasser, für Arbeitsplätze und für Wohnraum haben werden. Europa wird nicht mehr derselbe Platz sein, wie er heute ist. Es wird ein extrem unfriedlicher Platz werden für uns und unsere Kinder. Was können wir dagegen tun? Und wir müssen etwas dagegen tun. Wir sollten anfangen, so schnell wie möglich zu handeln. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen anfangen, CO2 und Methan zu reduzieren. Das bedeutet, wir können zum Beispiel anfangen, sehr schnell sehr viel weniger Fleisch oder sogar gar keins mehr zu essen. Wir sollten aufhören, fossile Ressourcen zu verbrennen. Wir sollten Plastik vermeiden. Das können wir alles sofort machen. Was wir aber auch tun können, und das habe ich getan, unter anderem von den vorhergehenden Sachen abgesehen, ich habe ein Unternehmen gegründet, das anderen Unternehmen hilft, große Mengen CO2 zu reduzieren. Inspiriert dazu hat mich Richard Branson 2012, den ich damals in Berlin getroffen habe, auf seinem Carbon War Room. Und er hat gesagt, Leute, helft doch anderen Leuten, CO2 extrem profitabel zu reduzieren. Das habe ich dann gemacht und heute beschäftigen wir uns seit acht Jahren mit intelligentem Licht. Wir sparen heute etwa 90 Prozent der CO2-Emissionen und der Energiekosten, extrem profitabel also für große globale Brands ein. Zum Beispiel Bosch oder große Logistiker gehören mittlerweile zu unserer Kundenliste. Ein anderer Freund von mir, Ron Garren, das ist ein Astronaut, der in der ISS, in der Weltraumstation auf die Erde geguckt hat, hat mal zu mir gesagt, weißt du, und das sagen all diese Astronauten, das ist so unglaublich schön dieser Planet und den müssen wir schützen. Und ich möchte euch dazu inspirieren, vielleicht auch darüber nachzudenken, ein CO2-verminderndes Unternehmen oder auch anderen Leuten zu helfen, CO2 zu reduzieren, um diesen Planeten so schön zu halten und zu machen, wie er heute eigentlich ist. Ich bin Christina Friemuth. Ich bin die Wirtschaftsdiplomatin. Ich spreche mit Ihnen über die Bedeutung von Vertrauen. Wem vertrauen Sie? Warum vertrauen Sie? Wie lange vertrauen Sie? Noch oder schon? Und was bedeutet es, wenn dieses Vertrauen einmal weg fehlt, weil es enttäuscht wurde? Vertrauen bedeutet Erfolg. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter als Vertrauenspersonen sehen, als Individuen, werden belohnt mit deren größerer Motivation. Vertrauen gibt Flexibilität. Das resultiert in schnellerem Entscheiden und Handeln. Und Vertrauen bringt Entscheidungsspielräume. Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Freiheit, mehr zu erfinden bei der Produktentwicklung. Und sie werden belohnt mit Innovation und Kreativität. Kommunikation muss klar und stringent sein. Eine Führungskraft, die von ihren Mitarbeitern klare Entscheidungen erwarten darf, hat vorher selber deutlich gesagt, was sie will. Ein Mitarbeiter, der sich gedeckt fühlt durch seinen Vorgesetzten, weil er weiß, dass kleine Fehler verziehen werden, weil sie menschlich sind, fühlt sich sicher. Diese Sicherheit schlägt sich wiederum nieder in mehr Innovation und Kreativität. Und all das führt zu Kosteneinsparungen, denn die Mitarbeiter vertrödeln weniger Zeit für Berichte, sondern arbeiten in dieser Zeit produktiv. Für so etwas benötigt es zum Dritten allerdings Führung. Führung muss wirklich vorhanden sein. Und wir stellen fest, dass sich die Machtstrukturen geändert haben. In der Zukunftsgesellschaft haben wir Führungskräfte, die sich nicht mehr bei jedem Lösungsversuch einmischen. Die Patriarchenzeit ist vorbei. Wir brauchen eine Führung, die Leuten vertraut. Bei Change-Management-Prozessen sehen wir regelmäßig, dass sie dann nötig werden, wenn eine Vertrauenskrise besteht. Und in der Regel dann auch noch eine Krise in den drei anderen Bereichen. Erfolg, Kommunikation und Führung. Dennoch gelingen nur 15 bis 30 Prozent aller Change-Management-Prozesse. Vertrauen Sie also Ihren Mitarbeitern von Anfang an. Vertrauen gibt Freiraum. Vertrauen macht Entscheidungen und Erfolg erst möglich. Vertrauen ist Freiheit und Mut. Mein Name ist Christina Fremuth. Frei und mutig. Free your spirit. Vor vier Monaten kam ein Anruf meiner Mutter. Ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ihre Stimme hat gezittert. Ich habe gemerkt, sie kämpft mit den Tränen. Und sie sagte, so, ist jetzt Papa endlich rausgekommen mit der Sprache? Mein Vater wurde eine unheilbare Krankheit diagnostiziert in einer Lebenserwartung von zwei Jahren. Kurze Zeit später fuhr ich zu meinen Eltern. Mein Vater sagte zu mir, Kind, mach das, was für dich wichtig ist. Ich werde höchstwahrscheinlich noch nie einmal meine Rente genießen können. Mein Papa ist 64 Jahre alt. Ich sage zu meinem Papa, Papa, du bist mein Vorbild. Du bist so oft auf die Nase gefallen und wieder aufgestanden. Gib nicht auf. Und dann habe ich so überlegt. Und genau deshalb ist mein Vater ein Vorbild für mich, ein Held. Weil er einen Traum hatte, eine Vision. Und diese Vision einfach nachgegangen ist. Er hat das gelebt, was er wollte. Und er hat nicht den Freiraum dafür bekommen, also hat er sich den Geschaffene. Er hat sich selbstständig gemacht. Er ist zwar nicht reich geworden, aber er war glücklich. Und ich glaube, darum geht es bei intrinsischer Motivation. Einen Sinn zu finden in unseren Werken. Einen Sinn zu finden in dem, was wir tun. Etwas der Menschheit zurückzugeben. Unsere Stärken zu stärken. Ein Experte zu werden in dem, was wir tun. Und die Freiheit und die Autonomie zu haben, all das wirklich zu machen. Und wenn wir die nicht haben, diese uns zu nehmen. Und wenn wir Fehler machen oder etwas nicht geht, aufstehen, weitermachen, anderen Weg einschlagen, probieren. Und wenn einer sagt, das geht so nicht, dann probiere ich was anderes auf. Deshalb, Papa, gib nicht auf. Steh auf und sei wieder mein Vorbild. Und mach aus zwei Jahren 20 Jahre. Dankeschön. Heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich erzähle euch gleich, warum. Der Kontrast ist so krass. Normalerweise sieht mein Leben so aus. Bunt, leicht und mit Konfetti. Ich bin zur Zeit auf so einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar. Ist geil und auch nicht geil. Alles in allem hat's mich ermutigt. Bin durch die Welt mit Konfetti. Am nächsten Tag, heute hier, der große Tag der Rede. Lieg im Bett. Wache auf. Und BAM! Scheiße. Alles weg. Alles verloren. Mit einem Augenaufschlag. Meine Ziele, meine Motivation, meinen Mut und meine ganze Rede. Alles, was ich mir vorbereitet habe. Alles dahin. Fuck. Mir ist da so ein Engel begegnet, der hat mir ein kleines Konzept an die Hand gegeben. Nach all den ersten Fluchtversuchen. Man hat ja dann da so ein Fluchtrezept. Gut. Ich habe mir ein neues Konzept ausgearbeitet. Hat funktioniert. Perfekt. Ich gehe wieder rein in die Runde. Zwei Stunden vor diesem Vortrag gehe ich zurück ins Hotel. Jetzt denke ich, jetzt sprichst du alles doch mal durch. Dann suche ich alles. Ich suche mein Konzept. Wo ist es? Die ganze Handlasche durch. Nix da. Nix da. Alles weg. Scheiße. Dann ist mir aber was eingefallen. Und zwar vor über 15 Jahren. Da durfte ich eine Ausbildung genießen. Drei Jahre lang. Kleines Geständnis. By the way. Ich war mal Polizistin. Das muss für was gut gewesen sein. Und zwar war es genau gut für einen. Einen sehr geilen Satz. Und der lautet. Wohlbewahren. Überblick verschaffen. Wenn du im Anschlag stehst. Du kommst in eine Situation. Und du sagst dir nur. Wohlbewahren. Überblick verschaffen. Wohlbewahren. Scheiße. Du stirbst. Du stirbst. Und der Job war nicht meins. War nicht meins. Aber der Ersatz war meins. Den habe ich mir behalten. Und der kam dann wieder im Hotelzimmer. Simone. Ruhebewahren. Überblick verschaffen. Okay. Alles klar. Und. Dann habe ich mir überlegt. Was gebe ich euch denn als Geschenk mit? Soll ja nichts kosten. Für mich. Wie heißt der Satz? Ruhebewahren. Überblick verschaffen. Ich möchte euch das an die Hand geben. Jeder ist in einer Situation. Da geht alles drunter und drüber. Alles was du dir zurechtgelegt hast. Läuft nicht mehr. Ruhe bewahren. Überblick verschaffen. Atmen. Dann. Gehst du wieder in den Anschlag. Du visierst dein Ziel an. Ruhe bewahren. Überblick verschaffen. Und los geht's. Und los geht's. Und was machst du dann, was einfach so geil ist? Du garnierst das Ganze mit einer kleinen Blut. Glückszahl. Ruhe bewahren. Überblick verschaffen. Ich habe ihm mitgebracht, den Stuhl, von dem wir alle so viel schon gehört haben. Der Regisseurstuhl. Und ich möchte gerne, dass du und du auf dem Stuhl Platz nehmen. Und einfach mal schauen, was jetzt passiert. Peng! Ich bin dein Genie. Und ich sage dir viele Dinge voraus. Wir reden heute nicht über deine Träume und Wünsche. Wir reden heute über deine Finanzen. Finanzen. 24. Oktober 2018. Genie versteckt hinterm Vorhang. Sven Gabojanski redet über die Zukunft der Menschheit, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Ja, die Schlagworte in jeder Zeitung mehrfach nachzulesen. Und er redet über ein Modul, was bei dir zu Hause an der Wand hängt, wo du morgens antippst und genau weißt, welche Nahrungsergänzungsmittel du nehmen musst und wie viel Wasser du nehmen musst, zu dir natürlich still ist. Er redet über autonomes Fahren. Und darüber reden ja die Autohersteller gar nicht mehr. Er redet darüber, wie die Unterhaltungsprogramme laufen während der Autofahrt. Darum machen sich die Autofirmen Gedanken. Und viele, viele andere Dinge, menschliche Organe, die ausgetauscht werden wie Module als Ersatzteile. Ja, wie bist du denn darauf vorbereitet? Wie bist du darauf vorbereitet finanziell? Willst du die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz vom Fenster aus beobachten? Oder willst du dabei sein? Was ist dazu wichtig? 55, jetzt machen wir mal ein bisschen Ansprache an den Typen hier. 55.000 Menschen, 55 neue Gesetze jedes Jahr. 9,73 Millionen Unfälle jedes Jahr. Das bedeutet im deutschsprachigen Raum 25 Menschen jede Sekunde ein Unfall oder Tod. Eine Verletzung oder Tod. Dramatisch. Was mich besonders aufregt, ist diese Briefmarke aus dem Jahr 1989, 100. Jahrestag der Deutschen Rentenversicherung. Und jeder von euch kennt den Deutschen Rentenbaum. Wie bist du darauf vorbereitet? Wer hat das Kleingedruckte in deinen Altersvorsorgeverträgen und in all deinen Vermögensplänen das letzte Mal sich angeschaut? Und wer weiß, was du machen wirst, wenn die über 100 Billionen, die sich die Länder geborgt haben dieser Welt, wird zu einem dramatischen Kurzsturz führen? Es wird sehr spannend. Mit dir. Aber Finanzen machen natürlich Spaß. Und jeder von euch kennt diese eine Rechnung, wo der Kameltreiber, der 17 Kamele zu vererben hat und drei Söhne hat, an den ersten die Hälfte, an den zweiten ein Drittel und an den dritten ein Neuntel vererben möchte. Aber 17 Kamele geht das aufzuteilen. Da kommst du da hergeritten mit deinem Kamel und sagst, das stelle ich euch zur Verfügung und schwupp haben wir 18 Kamele. Der erste kriegt neun, der zweite kriegt sechs, der dritte kriegt zwei und dann haben sie ihre 17 Kamele und du reitest wieder weg. Finanzen können extrem viel Spaß machen. Ich wünsche euch, dass ihr aus eurem Leben kein Glücksspiel macht. Dass ihr eure Finanzen ordentlich in die Hand nehmt. und ich wünsche euch, dass ihr vielleicht das Vermögen verdoppelt. Und vielleicht, zauber, 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 vielleicht sogar noch ein paar Edelmetalle dazukommen. Lass uns gemeinsam deine Finanzen planen. Es ist allerhöchste Zeit. Die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz warten nicht ewig auf uns. Danke. Das Leben ist schön. Ich glaube fest daran, dass das Leben uns nie mehr auf die Schultern packt, als wir tragen können. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, hat das Leben mich immer auf die nächste Herausforderung vorbereitet. Und das gibt mir ein besonderes Vertrauen ins Leben. Egal welche Herausforderung kommt, ich weiß, ich kann sie meistern. Wenn ich zurückblicke, ich bin geboren worden, 1973 mit einer kiefernitten Gaumenspalte. Ich war damals nicht lebensfähig, ich konnte nicht normal ernährt werden. Ich wurde direkt von meiner Mutter weggenommen, kam in ein anderes Krankenhaus und meine Eltern durften mich die ersten Wochen nötig eine Glasscheibe sehen. Als Kind dachte ich, ich bin normal. Als Kind nimmst du das erstmal nicht so wahr, dass du eine Behinderung hast. Doch von außen habe ich das gespiegelt bekommen, dass ich nicht normal bin. Ich wurde gehänselt und das hat erst schon mal so richtig wehgetan als Kind. Du verstehst das nicht. Doch was ich daraus gelernt habe, ist den Mut zu haben, anders zu sein. Zu mir zu stehen, dass ich genauso gut wie ich bin. Das hat mich dann auch auf die nächste Herausforderung vorbereitet. Am 26. Juni 1994 hat sich mein Leben komplett verändert. Ich bin auf einem Reitturnier gestartet, ich war Leistungssportlerin, ich habe die Bewegung geliebt. Es war ein heißer Juni-Tag und es war auf dem Turnier, wo ich vor neun Jahren davor meine Reiterkarriere begonnen habe. Ich habe ein Hindernis angeritten und habe schon gemerkt, da stimmt was nicht. Ich bin weitergeritten, ich habe mich überschlagen mit dem Pferd. Ich bin runter auf die Boden und das Pferd ist auf mich gefallen. Ich habe sofort ab hier abwärts nichts mehr gespürt und konnte nichts mehr bewegen. Mir war sofort klar, weil Querschnitt war für mich immer so ein Horror. Weil ich ein Bewegungsjunkie war, habe ich immer gedacht, Querschnitt, da willst du lieber tot sein. So habe ich auch zu meinem Vater sofort gesagt, Papa Scheiße, ich habe Querschnittsnehmung. Ich kam ins Krankenhaus und die Diagnose wurde bestätigt, aber die Prognose fand ich noch viel heftiger, die sie Gott sei Dank nur meinen Eltern erzählt haben. Sie sagten, seien sie froh, wenn ihre Tochter mal wird, den Elektrorisch und den Mund bedienen können. Mir haben sie das damals Gott sei Dank nicht gesagt, weil ich hatte mehr damit zu tun, wie ich die Fliege aus dem Gesicht bekomme, wenn ich die Arme nicht bewegen kann. Heute kann ich sagen, der Unfall war ein Geschenk für mich. Ich werde nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich weiß, dass diese Kraft in jedem von euch steckt, euer Leben zu erschaffen, wie ihr es euch von Herzen wünscht. Doch dafür müsst ihr aufstehen. Und aufstehen beginnt im Kopf. Ich danke euch. Danke. Entscheidungen wirken. Wir können uns nicht nicht entscheiden. Und wenn wir denken, wir entscheiden uns nicht, dann wird es richtig gefährlich. Vielleicht kennen das einige von euch. Vielleicht von euch selbst oder vielleicht ist es euch erzählt worden. Oder vielleicht habt ihr es bei den Entscheidern bei euch in der Arbeit oder im Business beobachtet. Wer sich nicht entscheidet, der fängt irgendwann an zu sägen. Weil andere für ihn die Entscheidungen treffen. Und sagt dann mehr, 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 mehr. Und es wird irgendwann zu viel und bumm, zerlegt es uns. Deswegen sind nicht Entscheidungen so verdammt gefährlich. 1984. Die erste Entscheidung, die mich trifft. Eine, die ich nicht selbst getroffen habe. Mein Vater, meine Mutter entscheiden sich, sich scheiden zu lassen. Bom, Bombe schlägt ein. Mama weg. Bruder weg. Orientierung weg. Obwohl ich damals nicht so gedacht habe. Und die Reise von mir geht irgendwie so, so mit vielen falschen Freunden, ein paar richtigen Freunden weiter von 5 bis 15. Bis ich zum ersten Mal im Leben eine eigene, richtige Entscheidung getroffen habe. Und zwar, hey Flo, du gehst zum Militär. Du wirst Offizier. Du möchtest andere inspirieren und führen. Vielleicht heimlich, weil du genau das nicht drauf hast. Und plötzlich, durch den Entschluss, durch die Entscheidung, war Fokus da. Orientierung. Energie kam hoch. Sinn war da. Und ich habe mich die drei Jahre bis zum Abi ordentlich zusammengerissen, dass es dann doch irgendwie gut ging. Und ich dann am 1. Juli 1999 in Heidenheim im Panzerbataillon stand. Links und rechts 80 Offizierenwärter. Vorne schicker Oberleutnant. Selbstbewusster Blick. Schwarzes Barrett. Einzelkämpfer Teil 1 und 2 auf der Brust. Boah. Endlich ein Vorbild, wie ich das 18 Jahre gesucht habe. So will ich auch sein. Fokus ausgerichtet. Und dann. Boom. Schon wieder auf die Fresse. Verdammte Scheiße. Habe ich beim Militär relativ schnell durch die harte Schule gelernt. Dass Fokus allein nicht reicht. Dass man dann noch was anderes dazu braucht. Und da ging es dann los mit Lernkurve. Mit Nichtentscheidungen. Und Entscheidungen treffen. Fett aufs Maul bekommen. Auf die Schnauze fallen. Und ein paar Entscheidungen gingen schon auch gut. Das ging dann Jahre weiter. Und ich habe dann was entdeckt neben dem Fokus. Nämlich Tools. Werkzeuge. Und zwar zum einen harte Werkzeuge. Wie es beim Militär so ist. Wie ist die Lage. Okay. Was machen wir. Ist der Auftrag. Gut. Wie machen wir das konkret. Wer macht was. Wann wie. Wozu. Wenn man das den ganzen Tag macht. Auf strategischer. Operativer. Und auch taktischer Ebene. Wird das irgendwann zur Gewohnheit. Zum Habitus sogar. Wenn man die Gewohnheiten wirklich reinschleift. Und das zweite was dazu kam. Viel viel wichtiger. Neben der reinen Wirksamkeit und Leistung. Soziale Effizienz. Wertschätzung. Innere Führung führen durch Vorbild. Und dafür brenne ich seitdem extrem. Habe mich trotzdem entschlossen die Armee zu verlassen. Weil ich es mir vielleicht beweisen musste, dass in der Industrie auch was geht. Habe da ordentlich meine Kurierestufen genau aus dem Grund gemacht. Und habe in der Industrie noch stärker als beim Militär. Weil es da durchaus auch seine Grenzen hat. Erlebt. Wie verdammt wichtig. Das ist neben harter Wirksamkeitsorientierung, Fokus, Tools und dem richtigen Habitus. Immer zu schauen, dass einem selber und den beteiligten Leuten dabei so richtig gut geht. Dass die Leute brennen. Dass jeder Mensch was Schönes, Gutes, Starkes in sich hat. Und dass es ein verdammt geiler Auftrag ist. Und jeden Tag so erfüllend rauszugehen und Menschen dabei zu begleiten, dass in ihnen die beste Version von sich selbst steckt. Und das mache ich mit großem Genuss. Wie ihr vielleicht merkt es. Botschaft ist, trefft Entscheidungen, denn Entscheidungen wirken. Dankeschön. Geld oder Liebe. Was für eine dramatische Frage. Und welche Konflikte sich da alle drum herum ranken. Fragt der Anwalt, die Mandantin, sollen wir ihren Mann zerstören? Oder völlig zerstören im Scheidungskrieg. Welche Gefühle sind mit Geld und Finanzen verbunden? Oft verbunden. Angst. Unsicherheit. Misstrauen. Der Deporauszug kommt nach Hause. Soll ich ihn öffnen? Oder soll ich ihn lieber zulassen? Ich weiß ja, ich habe mich nicht wirklich aktiv um mein Geld gekümmert. Und es entspricht mir eigentlich auch nicht wirklich, was da drin steht. Angst. Müssen unsere Kinder das herrliche Einfamilienhaus, in dem sie alle groß geworden sind, verkaufen, weil die Erbschaftssteuer dann droht, wenn wir tot sind? Unsicherheit. In der Bankbranche wird gerne folgender Witz erzählt. Der Anlagekunde kommt in die Bank und spricht mit seinem Berater. Ist wirklich alles Geld weg? Nein, es gehört nur jemand anderem. Was schaudert es mich, was da in dieser Bankbranche alles passiert ist die letzten Jahre? Ich war immerhin 40 Jahre in dieser Branche, viele Jahre davon auch als Bankvorstand und habe den Niedergang, anders kann ich es leider nicht sagen, unserer Branche miterlebt. Ich glaube nicht mit verursacht, aber ein Stück weit miterlebt. Und deswegen die Frage, was wäre denn, wenn all diese negativen Gefühle in positive Gefühle verwandelt werden könnten? Sicherheit, Mut, Vertrauen. Es geht schließlich um dein Geld, um deine Finanzen und um dein Vermögen. Und dabei ist Vermögen viel, viel, viel größer als nur Geld. Ja, Geld ist ein Teil davon, aber es sind eben auch Kenntnisse und Erfahrungen. Es ist auch deine Zeit, wo du sie hinein investierst. Und es ist last but not least Vertrauen. Also suche dir einen vertrauensvollen Begleiter, der dich an die Hand nimmt und durch dieses ganze Dickicht durchführt. Und wenn es dann zu Lösungen kommt im Bereich Finanzen, dann denke immer an die eingefrorenen Ressourcen, die Vermögen beinhaltet. Wo willst du wirken? Für dich oder auch für andere? Und so denke bitte gerne an Eis. Eis, eingefrorene Ressource, E einfach, I individuell und S strategisch. So sollen die Lösungen sein, die für dich passen. Ich zum Beispiel selber esse wahnsinnig gerne Eis und lade dich gerne auf ein Eis ein, um dieses Thema Geld, Finanzen, Vermögen weiter zu besprechen. Ziel ist es, aus der Frage Geld oder Liebe die Antwort zu erarbeiten, Geld und Liebe. Und insofern ABBA und Beatles zu vereinen. Money, money, money must be funny in a rich man's world. Beziehungsweise love, 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 all you need is love, all you need is love. Am 28. Januar 1986 ist eine Explosion 15 Kilometer über dem Boden passiert. Die Raumfähre Challenger ist nach 73 Sekunden nach dem Start explodiert. In einer Sekunde sind sieben Astronauten in tausend Stücke zerfetzt worden. Ein Schock für die Nation, ein Schock für die ganze Welt. Und doch, trotz solcher Rückschläge ist die Raumfahrt ein Gewinn für die Menschheit. Denn wie kann es denn anders sein, wenn die Ergebnisse aus der Forschung dazu führen, dass wir heutzutage hunderte von Alltagsgegenständen haben, wo dieses Wissen drin steckt. Um einige Beispiele zu nennen, sind es Wasserfilter, das ist die Solarzelle, das ist die LED-Technologie. Auch Babynahrung kommt aus der Raumfahrt und sogar der Handstaubsauger. Ja, der Handstaubsauger wurde für die Raumfahrt entwickelt. Ich bin seit vielen Jahren verheiratet und eines Tages gehe ich zu meiner Frau und sage, Schatz, weißt du was, ich liebe dich so sehr und die Kinder, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte meinen Kindheitstraum verwirklichen. Ich werde Kosmonaut. Dann sagt sie, okay, dann kannst du gleich mit dem Training anfangen. Ich sage, wie meinst du das? Hier ist ein Staubsauger, Handstaubsauger und in 15 Minuten ist die Bude sauber. Und danach gibt es noch die Tomatensuppe aus der Tube. Juri Gagarin Trainingszentrum für Kosmonauten ist ein Ort, an dem keiner vorbeikommt, wenn er in den Weltraum fliegen möchte. Das hat übrigens auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst gemacht. Und im Jahr 1981 wurde ein junger Arzt bestellt in dieses Zentrum und hat die Aufgabe bekommen, eine Methode für Kosmonauten zu entwickeln, mit der sie viel schneller regenerieren können, mit der sie sich leichter an die neuen Bedienungen im Weltraum anpassen können und ganz wichtig ist, dass sie handlungsfähig bleiben in kritischen Situationen. Dieser Mann hieß Dr. Hassai Alif und er hat tatsächlich ein wissenschaftliches Konzept entwickelt, mit dem nicht nur Kosmonauten, sondern Menschen wie du und ich es auch schaffen, auf der Basis von angeborenen Reflexen, die die Natur in uns eingebaut hat, diese Kompetenzen zu erwerben. Innerhalb von 40 Jahren, in den nächsten 40 Jahren wurde diese Methode eingesetzt bei Militär, Leistungssport, Not- und Rettungsdienste und hat sehr vielen Menschen geholfen, ein besseres Leben zu führen. Und ich bin angetreten, um zumindest im deutschsprachigen Raum den Menschen den Zugang zu dieser Technik zu gewähren, zu ermöglichen, damit sie ein besseres Leben führen können. Das heißt, damit sie einfach schneller regenerieren können, psychisch, aber auch körperlich, damit sie für sich schneller, schneller wie sonst herausfinden, wo stehen sie gerade, was sind ihre Ziele. Dass sie lernen, auch stressresistent zu sein. Das heißt, handlungsfähig in stressigen Situationen zu bleiben und dass sie somit den Mut gewinnen, ihren eigenen Weg zu gehen. Vielen Dank. Applaus 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 Glück, Glück ist eine Entscheidung. Ist es das wirklich? Wenn das so wäre, warum sind dann da draußen so unfassbar viele Menschen unzufrieden oder gar unglücklich? Weil sie sich nicht entschieden haben. Ich hatte in meinem Leben mein ganz persönliches 9-11. Und mein 9-11 war ein 43-13. Denn als ich 13 Jahre alt war und meine Mutter 43, da ist sie gestorben. Und ich habe das über die Jahre mehr oder minder gut weggesteckt, auch mit Hilfe von Therapeuten. Und hatte von außen betrachtet eigentlich alles, was man sich wünschen konnte, um glücklich und zufrieden zu sein. Ich habe den Mann meiner Träume gefunden, mit dem ich fast 20 Jahre zusammen bin. Wir haben eine tolle Tochter, wir sind alle gesund. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben einen Job, alles ist gut. Und doch war ich oft nicht zufrieden und nicht glücklich. Und dann kam eine Zeit, da war ich 43 und meine Tochter 13. Und da war es wieder, mein 43-13. Und das hat was mit mir gemacht. Mir ist klar geworden, was für ein unfassbares Geschenk ist, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Und dass ich, wenn es gut läuft, vielleicht nochmal die gleiche Zeit auf diesem Planeten bekomme. Und dann habe ich angefangen und mit losgegangen und habe Seminare besucht. Ich habe Coachings gemacht, ich habe Bücher gelesen, ich habe Filme geschaut und ich weiß nicht was, um zu lernen, glücklich zu sein und dieses Geschenk bestmöglich zu nutzen und zu wertschätzen. Und dann zitiere ich immer gerne die Bändke Knobhausen. Und dann öffne ich meine Arme, ich öffne sie so weit, ich kann denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist noch scheiße verpackt und man fummelt am Geschenkpapier rum und kriegt es nur mühsam wieder ab. Vielleicht kennt ihr das. Was hat mich dazu gebracht, dass ich jeden Morgen aufstehe und mit Freude mein Geschenk auspacke? Nun, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Zum einen die Erkenntnis, kein Gefühl bleibt für immer. Es sei denn, wir halten daran fest. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Was bedeutet das zum Beispiel für Betrauer? Oder für die Liebe? Oder der Umstand, dass wir ganz oft dann nicht glücklich sind, wenn wir mit den Gedanken nicht jetzt in der Gegenwart sind. Wenn wir in der Zukunft sind und uns vielleicht Sorgen machen über irgendwas, was noch gar nicht eingetreten ist. Ja, und neun von zehn Sorgen macht man sich umsonsten. Das ist total blöd. Ihr müsst das mal beobachten. Das passt. Echt? Oder wenn ihr mit den Gedanken in der Vergangenheit seid bei irgendwas, wo euch jemand verletzt hat oder wehgetan hat. Ja, das ist längst vergangen. Und ihr könnt gar nichts mehr ändern. Und trotzdem macht es euch jetzt das Leben schwer. Es geht darum, den Fokus zu ändern. Wieder zu lernen, sich auf das Schöne im Leben zu fokussieren. Aber wie macht ihr das? Ja? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel ein Tagebuch nehmen. Ein Tagebuch. Nein, ist klar. Bin ich 14, muss ich meine erste große Liebe dokumentieren? Nein, ohne Scheiß. Ein Tagebuch ist echt ein tolles Mittel. Ihr könnt euch morgens hinsetzen und könnt drei Dinge aufschreiben, für die ihr dankbar seid. Aber nicht da irgendwas hinschreiben, sondern irgendwas, was ihr auch wirklich spürt. Das muss nichts Großes sein. Das kann auch was ganz Kleines sein. Das ist manchmal ein Sonnenaufgang. Das kann die warme Tasse Kaffee sein, die ich gerade in der Hand habe. Das kann eine Umarmung sein von jemandem, den ich liebe oder vielleicht bin ich dankbar für mein Zuhause. Wichtig ist, ihr spürt es. Und abends schreibt ihr Dinge auf, für die ihr dankbar seid, die toll waren. Und jeder Tag hat etwas, das toll ist. Glaubt es mir. Und wenn ihr das macht, wird es etwas verändern. Und ich würde gerne noch viel mehr mit euch teilen, aber meine Zeit reicht nicht. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich euch in einem meiner Vorträge wieder treffen könnte und euch zeigen könnte, wie ihr jeden Morgen euer Geschenk mit dem größten Vergnügen aus dem Papier fetzt. Ich danke euch. Kennst du das? Du hast das Gefühl, auf irgendeine Art und Weise lebst du nicht wirklich. Das Leben zieht an dir vorbei. Wer kennt so ein Gefühl aus irgendwelchen Situationen? Oder du hast das Gefühl in deinem Leben in verschiedenen Bereichen, sei es beruflich, privat oder gesundheitlich, öden dich die Situationen an und irgendwas denkt in dir, so habe ich mir mein Leben nicht wirklich vorgestellt. Wer kennt das? Und auf eine gewisse Art und Weise ist da auch so eine Stimme in dir, die dir sagt, hey, da muss es doch noch was anderes geben, als das, was ich bislang in meiner Lebenswirklichkeit im Außen vorfinde. Und da ist so eine Sehnsucht in dir, aber du weißt im Grunde genommen gar nicht so richtig, nach was du dich sehnst. Vielleicht hast du auch schon vieles versucht, hast schon Seminare besucht, hast schon Kurse besucht, warst schon bei Trainern, hast Seminare besucht, hast Bücher gelesen und trotzdem bist du immer noch auf der Suche nach irgendetwas. Und vielleicht hockst du auch am Arbeitsplatz, so wie es mir früher ging. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, zwischen Akten und habe mich immer gefragt, was mache ich hier? Ich habe da keinen Sinn in dieser Arbeit gesehen. Und je lebenserfahrener ich wurde, umso mehr habe ich mich gefragt, das kann es nicht gewesen sein. Wer kennt solche und ähnliche Situationen in seinem Leben auch? Dass man das Gefühl hat, das Leben rauscht an einem vorbei und man lebt nicht wirklich, man funktioniert. Dieses Gefühl hatte ich früher immer. Und dann kam ein Tag, an dem ich am 11. Dezember 2013 am Sterbebett von meinem Papa saß. Und dann habe ich mich gefragt, wenn er jetzt noch mit mir sprechen könnte, was würde er mir sagen, was er in seinem Leben bereut. Und so habe ich mich gefragt, wenn ich so weitermache wie bisher, wie würde ich dann auf mein Leben zurückblicken? Und es war nicht das, wie ich zurückblicken wollte, weil ich hatte Tränen in den Augen. Ich wollte mir irgendwann mal sagen, wenn das letzte Stündlein geschlagen hat, der letzte Atemzug, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mir mein Leben noch nach meinem Herzen erschaffen. Ich habe noch die Kurve gekriegt. Ich habe vor allem meinen Kindern noch etwas mit auf den Weg gegeben, nämlich, dass es eigentlich im Leben darum geht, seine Lebensaufgabe, mit der wir hierher gekommen sind, seinen Seelenplan zu entdecken und sich dann ein Leben zu gestalten, nach Pippi Langstrumpf, ganz so, wie es dir gefällt. Und diesen Weg bin ich dann gegangen, habe gekündigt, habe eine Akademie gegründet, die Amgad-Anna-Bronner-Akademie, in der ich Menschen dabei helfe, wie dir auch den Seelenplan zu entdecken, den Seelenberuf daraus zu kreieren und ja damit ein wunderbares, freies Leben zu gestalten. Weil das ist das, was ich mir inzwischen mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit unseren wunderbaren, inzwischen erwachsenen Kindern kreiert habe. Wir leben holistisch, frei, wir halten uns dort auf dieser wunderschönen Welt auf, wo es uns gerade gefällt. Manchmal mit meinem Mann alleine zusammen, manchmal mit den erwachsenen Kindern. Ich frage halt immer, hey, dann geht es da und dahin. Wer kommt mit? Wer ist dabei? Und mach dir bitte bewusst, auch in dir steckt dieses Potenzial. Entdecke deinen Seelenplan und kreiere deinen Beruf. Mein Name ist Amgad-Anna-Bronner. Dankeschön. Ich bin so wütend, weil mein Name falsch geschrieben ist. Aber ich werde euch gleich verraten, warum das ganz wichtig ist, diese Wut auch mal rauszulassen. Ich bin nämlich die Wutmacherin. Ihr habt es richtig gehört, nicht die Mutmacherin. Davon gibt es ganz viele. Ich bin die Wutmacherin. Und ich möchte jedem zeigen, wie stark dieses Gefühl ist. Es war ja nur 10%. Möchte ich ja nicht alle aufwecken. Und deshalb erzähle ich euch eine kurze Geschichte, wann diese Wut für mich ganz entscheidend war. Und zwar vor circa 10 Jahren habe ich in Wien die Ausbildung zur Zivilcourage-Trainerin gemacht. Und saß genauso wie ihr in der Reihe. Und wir hatten noch keine Vorstellrunde, noch gar nichts. Aber es wurden Zetteln verteilt. Und zwar stand auf diesen Zetteln drauf, Contra oder Pro. Und die Aufgabe war es, zum Thema Todesstrafe zu diskutieren. Und zwar die Position, die wir rein zufälligerweise zugeteilt bekommen hatten. Egal, ob unsere persönliche Meinung genauso war oder nicht. Und plötzlich nahm die Kursleiterin jemanden aus den ersten Reihen nach vorne. Und es war eine junge Dame, circa so alt wie ich, und bat sie auf die Bühne, um mit ihr zu diskutieren. Sie hatte Contra auf ihrem Zettel stehen. Und die Kursleiterin begann mit ihr zu diskutieren. Und jede Frage wurde boshafter und aggressiver. Sie fragte, warum sie denn dagegen wäre. Und ob sie auch dagegen wäre, wenn sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden wäre. Als sie dann versucht hat, das zu argumentieren, war die nächste Frage schon noch tiefer. Wie würdest du reagieren, wenn deinen nahen Angehörigen oder deinen Kindern ein Gewaltverbrechen zuteil geworden wäre? Wärst du dann auch noch immer dagegen? Und so ging das Frage durch Frage. Und ich dachte mir schon, wo führt das hin? Ich bin doch bei einer Ausbildung zum Zivilcourage-Trainer. Und in mir brodelte es. Ich merkte richtig die Gänsehaut an mir. Und ich fing an zu zittern und dachte, was wird das da vorne? Wie lange geht das noch und was passiert dann alles? Und plötzlich merkte ich, wie in mir die Wut hochkam. Ich sitze hier und möchte was lernen und muss mir dieses Theater da vorne anschauen. Und plötzlich, und ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, sprang ich auf und schrie, Stopp! Ich möchte da nicht mehr länger zuhören. Ich bin hier, um etwas über Zivilcourage zu lernen und nicht über die Todesstrafe zu diskutieren. Und die Kursleiterin sah auf die Uhr und sagte, sieben Minuten 22. Vielen Dank für Ihre Zivilcourage. Willkommen bei der Ausbildung. Applaus 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 140 140 Menschen verlassen sich auf mich. Sagt die WHO. 140 Menschen. Jeden Tag. Sieben Tage die Woche. 365 Tage im Jahr. Jedes Jahr. Tausend Stunden Arbeit liegen hinter mir. Tausend Stunden in elf Wochen. Das sind ungefähr doppelt so viele wie normal. Tausend Stunden mit Staub. Nasenbluten. Nackenschmerzen. Augen drücken. Jucken bei jedem Duschen. Tausend Stunden Arbeit. In Einsamkeit. Ohne Papa am Strand spielen. Tausend Stunden Arbeit. Auch mit Fehlgeburten. Es ist sechs Uhr an einem Sonntagmorgen, als ich auf den Wecker haue. Jede Phase meines Körpers sagt, bleib liegen, entspann dich. Die letzte Nacht waren vier Stunden. Wir haben ein bisschen was zu tun gehabt. Doch Rosa braucht mich. Rosa kriegt ihr erstes Kind. Und erste Kinder sind was ganz Besonderes. Bei ersten Kindern, da bin ich lieber mal dabei. Also, Hose an, Schuhe an, Strecken, Rücken gerade machen und ich schlürfe zu Rosa. Halt rein und bin hellwach. Rosas Kind kommt rückwärts. Jetzt muss es schnell gehen. Strick, Handtücher, warmes Wasser, kaltes Wasser, Geburtshelfer. Und wo kein Schnee liegt, da kann auch mal gerannt werden. Denn Rosa braucht meine Hilfe. Vier Stunden helfe ich Rosa, um das Kind rauszubekommen. Vier Stunden, denn es kommt rückwärts. Und nach vier Stunden liegt es vor mir und atmet nicht. Das heißt, 50 Kilo über die Stange heben und schütteln. Schütteln und beatmen. So lange, bis der Schnotter rauskommt. Und der Schnotter kommt raus. Rosas Kind atmet und liegt vor mir. Tausend und vier Stunden Arbeit liegen hinter mir. Tausend und vier Stunden in elf Wochen. Tausend und vier Stunden mit Freude über Geburten. Tausend und vier Stunden mit Spaß. Tausend und vier Stunden mit Energie. Macht und Kraft. Tausend und vier Stunden mit Motorenröhren und Lärm in den Ohren. Tausend und vier Stunden mit Staub und Nasenbluten. Tausend und vier Stunden mit un-bisschen Nackenschmerzen. Tausend und vier Stunden mit Kopfschmerzen. Tausend und vier Stunden mit Sonnenaufgängen. Tausend und vier Stunden mit Sonnenuntergängen. Tausend und vier Stunden Arbeit liegen hinter mir in elf Wochen für 140 Menschen. 140 Menschen, die sich auf mich verlassen können, denn ich bin ihr Landwirt und versorge sie. Vielen Dank. Vielen Dank, hallo und moin moin, wer von euch hat sich in diesem Jahr einen Neujahrsvorsatz gemacht? Mal Hand hoch. Wer hat bis heute durchgehalten? Respekt, Respekt dafür. Wir haben den 24. Januar, immerhin. Und das ist seit über 20 Jahren mein Thema. Wie kann ich tatsächlich langfristig Verhalten verändern und vielleicht dann auch über den 24. Januar hinaus? Und damit renne ich mit meinem inneren Schweinehund rum und zugegebenermaßen, ich bin nicht der der einen Schweinehund hat. Aber ich darf euch heute vorstellen, es ist Franziska. Und es ist der einzige weibliche Schweinehund auf dem deutschen Markt. Und im Januar hat Franziska ja eine ganze Menge zu tun, weil sie die ganzen Neujahrsvorsätze zerstören muss, Tricks haben muss, dass wir es nicht dauerhaft durchsetzen, dauerhaft durchhalten. Und deswegen hat sie Verstärkung dabei. Brudi wollte nämlich auch dabei sein. Und Brudi wollte unbedingt auf die Bühne und von daher hat sie Verstärkung mitgebracht, weil im Januar, wie gesagt, sie eine ganze Menge zu tun hat. Und Brudi, wie gesagt, wollte dabei sein. Der passt jetzt ein bisschen auf mich auf. Franziska brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Von daher, gibt es eine Franziska im Raum? Gibt es jemand, der Franziska heißt? Jemand, der eine Franziska kennt vielleicht? Meine Tochter. Deine Tochter, das kriegst du auf jeden Fall. Viel Spaß mit Franziska und sei vor allem lieb zu Franziska. Und den Impuls möchte ich euch heute noch mitgeben, seid auch lieb zu euch selber. Und da möchte ich euch eine Sache erzählen, wo ihr vielleicht direkt was umsetzen könnt. Und das ist zum Thema Schlafen. Schlaf ist die Hauptregenerationsquelle, die ihr habt. Und wir gehen da manchmal nicht so gut mit um. Und ich hatte mal ein Führungskräfteseminar. Das waren Führungskräfte direkt unter dem Vorstand einer großen deutschen Bank. Die auch ungefähr so hieß. Und diese Führungskräfte, mit denen habe ich beim Schlafen ein bisschen gefragt. Wie ist das so? Könnt ihr durchschlafen, einschlafen? Und ich war so am Reden. Da meinte einer sofort, wie aus der Pistole geschossen. Herr Ramke, 2.53 Uhr jede Nacht. Okay. Wissen wir das so genau? Ja, ich habe da so einen Radiowecker. Da ist eine ganz große leuchtende LED-Anzeige. Und nachts mache ich halt die Augen auf und es leuchtet mir rot. 2.53 Uhr jede Nacht. Und ich habe gesagt, haben Sie mal drüber nachgedacht, die umzudrehen? Nö. Aber kann ich mal machen. Zwei Monate später hatte ich eine E-Mail. Herr Ramke, Sie müssen ja denken, ich bin völlig bescheuert. Das war ja nicht ganz so kompliziert, was Sie mir damit gegeben haben. Ich habe das gemacht. Und wissen Sie was? Ich kann tatsächlich durchschlafen manchmal jetzt und schlafe wirklich besser und bin manchmal sogar am Tag fitter. Eigentlich habe ich den noch erwartet in der Zeile und ich verdiene ein siebenstelliges Jahresgehalt. Und als kleine Aufmerksamkeit ist ein Scheck zu Ihnen unterwegs. Auf den Scheck warte ich zwar heute noch, aber immerhin, er hat Verhalten verändert. 2. Beispiel ein Auszubildender. Selbe Frage. Und er meinte, Christoph, weißt du was, im Sommer wache ich immer morgens um 5 auf. Und ich so, im Winter? Ja, im Winter nicht, da ist morgens um 5 nicht hell. Stört dich das? Ja. Hast du mal überlegt, dass du irgendwas machst, dass es in seiner Bude vielleicht im Sommer auch um 5 Uhr nicht hell ist? Nö. Aber könnte ich auch mal machen. 20 Euro und ein Vorhang später konnte er auch im Sommer länger schlafen. Was will ich euch damit sagen ist, dass wir es glaube ich, es ist kompliziert genug, aber manchmal machen wir es komplizierter, als es sein müsste. Und zum Thema Gesundheit braucht es nicht immer viel Zeit und viel Geld, sondern manchmal jemanden, der Impuls gibt, der sensibilisiert und das Ganze vor allem nicht mit dem erhobenen Zeigefinger macht, denn meine feste Überzeugung ist, dass Gesundheit Spaß machen darf. Und manchmal braucht es vielleicht auch nur eine Schlafbrille, um besser schlafen zu können. Vielen Dank. Applaus Frage, was haben Rocky, Braveheart und Jesus gemeinsam? Naja, im Endeffekt haben sie es alle drei nicht geschafft. kreuzigt, gevierteilt, verprügelt. Und dennoch sind sie die Sieger der Herzen. Die Sieger einer ganzen Generation, einer Nation, der ganzen Welt. Wieso ist das so? Weil ihre Geschichten hoch emotional sind, sich dadurch in unsere Herzen eingebrannt haben. Das ist schon mein Thema. Mein Name ist Dominik Schulz, ich darf Menschen helfen, auf einer Bühne sich ein bisschen besser, wohler, sicher zu fühlen und vor allen Dingen auch mit ihrer Botschaft Menschen zu erreichen. Und die große Frage ist nun, was braucht es dazu? Dazu braucht es natürlich den EQ, den emotionalen Quotient. Weil Emotionen schlagen eine Brücke, die Brücke der Empathie. Frauen kennen das, Männer dürfen googeln. Und die Frage ist nun, wie kann ich meine Botschaft emotional verpacken? Und da gibt es eine ganz simple Antwort, in dem ich nämlich selbst hoch emotional bin und dadurch mein Publikum auf der Gefühlsebene erreiche. Ich komme praktisch von hinten durch die kalte Küche. Das klingt manchmal so ein bisschen nach Voodoo, ist aber eigentlich gar nicht so schwer, wenn man einmal herausgefunden hat, wie das überhaupt funktioniert. Denn wenn man seine Inhalte gezielt und präzise senden will und man hat die richtigen Emotionen dazu, dann kann man sicher sein, dass man das, was gesagt wurde, nicht mehr vergessen wird. Die Schauspieler haben da so gewisse Methoden und Techniken, die wir uns bedienen können, um eigene Erfahrungen sozusagen mit unserer Rolle zu verknüpfen und dadurch eben auch glaubhaft zu sein. Denn das Schlimmste, was einem Schauspieler passieren kann, ist, dass man ihm nicht glaubt. Das Schlimmste, was einem Redner passieren kann, ist, dass man ihm nicht glaubt. Und so gehen wir sozusagen in unsere eigene Lebensbibliothek und suchen uns eine Emotion, die im Prinzip zu unserem Thema passt. Also bildlich gesprochen ist es so, wir haben ein kleines Eimerchen, ein Eimerchen des Lebens und da ist so diese ganze schöne Vergangenheit drin und in der suchen wir unsere Emotionen. Ich nenne das immer unsere Perle. Die Perle, die wir benutzen wollen, um das zu sagen, was wir sagen wollen. Wir wühlen uns also durch diesen großen Haufen durch und wenn wir da so wühlen, das Erste, was so auftaucht, sind Leichen. Wir alle haben emotionale Leichen im Keller. Diese Leichen können wir nicht benutzen. Da sind wir emotional noch nicht durch mit. Da schämen wir uns zum Teil für. Also diese Leichen müssen weg, weg damit. Wir suchen weiter. Wir graben und graben und wir finden Emotionen, die wir vielleicht benutzen können, die passen aber manchmal nicht zu unserem Thema. Wir gucken mal nach links und rechts, da sind andere, was haben die so? Die haben schon was und wir müssen weitersuchen. Und dann irgendwann findest du deine Perle. Du weißt in dem Moment, das ist deine Perle. Was dann passiert, ist phänomenal. Du siehst und du spürst, wie deine Emotion dein Publikum übergeht. Wahnsinnsmoment. Lasst euch in die Seele gucken und öffnet die Herzen. Dankeschön. Kurzer Stimmungstest. Seid ihr noch fit? Okay, okay, okay. Das war der Gruß aus der Küche. Ich frage nochmal. Seid ihr noch fit? Das war geil. Sehr schön. Kurze Fragerunde. Wer von euch hatte schon mal einen richtig beschissenen Tag, an dem nichts geklappt hat? Okay. Und wer von euch hatte schon mal einen richtig geilen Tag, an dem alles funktioniert hat? Okay. Jetzt wird's spannend. Ich möchte euch zeigen, wie ihr nur noch geile Tage habt. Klingt das fair? Ich denke schon, oder? Jeder von uns hat einen Optimisten und einen Pessimisten in sich. Die gegeneinander Tau ziehen. Tau ziehen um eure Wahrnehmung. Um eure Wahrnehmung. Und auf eurer rechten Schulter, da sitzt euer Optimist. Auf eurer linken Schulter, da sitzt euer Pessimist. Und diese beiden sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Denn jeder hat ja eine verschiedene Vergangenheit. Und wir erleben Dinge, die uns zu dem machen, der wir sind. Doch was sind das für Situationen? Was sind das überhaupt für Situationen? Es sind doch nur Gedanken. Und jeder bewertet die Gedanken doch anders. Egal, ob du denkst, dein Leben wird gut oder dein Leben wird schlecht. Genau das wird nämlich passieren. Kurzfrage an euch. Wer übernachtet mehr als einmal im Jahr im Hotel? Jo. Sind einige. Sehr cool. Seid ihr schon mal 15 Minuten später in den Frühstücksraum gekommen, als es die offizielle Frühstückszeit erlaubt? Ich denke schon. Vielleicht auch einige. Eins war dabei. Stellt euch einfach mal vor, ihr geht in den Frühstücksraum rein. 15 Minuten später. Und begegnet einem Angestellten. Was wird ein Pessimist antworten? Sie sind zu spät. Haben Sie das Schild draußen nicht gesehen? Bis 10 Uhr Frühstück. Und du denkst dir? Bullshit! Das weiß ich doch. Das hilft mir doch nicht weiter. Ich habe Hunger. So. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, du begegnest einem Optimisten. Was wird ein Optimist antworten? Tut mir leid, wir haben das Frühstück schon abgeräumt. Aber darf ich noch schnell in die Küche laufen und Ihnen was zu essen fertig machen lassen? Was hätten Sie denn gerne? Und du denkst dir? Ja! Geil! Endlich einer, der mich versteht. Spürt ihr den Unterschied? Spürt ihr die Verantwortung, die wir gegenüber anderen Menschen haben durch unsere Denkweise? Spürt ihr das? Das ist ein Riesenunterschied, ob man nach Problemen sucht als Pessimist oder ob man nach Lösungen sucht und Lösungen findet als Optimist. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich habe euch noch zwei Beispiele mitgebracht. Wenn Pessimisten Blumen riechen, suchen sie nach dem Sarg. Wenn Optimisten einen Sarg sehen, suchen sie nach dem Blumen. Zweites Beispiel. Pessimisten wissen alles vorher schon und finden Gründe, nichts zu tun. Optimisten, die holen sich die Information und tun es einfach, weil sie es wollen. Gewinner sind wie Optimisten. Gewinner sind wie Optimisten. Hör auf, nach Problemen zu suchen und such nach Lösungen. Meistens sind doch eh keine Probleme da, oder? Wenn man mal drüber nachdenkt. Meistens sind doch eh keine da. Und lasst uns doch unaufhaltbar sein. Lasst uns doch unaufhaltbar sein. Unaufhaltbar von unseren Gedanken. Wie sagte schon Konfuzius vor über 2000 Jahren, es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Vielen Dank. In einer Sekunde passieren in jeder menschlichen Zelle rund 100.000 Stoffwechselprozesse. Ich habe versucht es mal auszurechnen, ich habe es nicht geschafft. Ich könnte diese Zahl auch überhaupt nicht aussprechen. Und während jetzt einige Sekunden schon vergangen sind, steigt die Zahl immer mehr ins Utopische. Und wir reden hier nur vom Körper. Tatsächlich ist das die unterste Ebene des Menschen. Was ist mit dem Verstand? Es hat ein Gehirnchirurg mal gesagt, ich habe schon hunderte von Gehirn operiert, aber ich habe noch keinen einzigen Gedanken gefunden. Und was ist mit der Seele? Die Chefetage? Wenn die Seele den Körper verlässt, dann heißt es, rien ne va plus. Nichts geht mehr. Derjenige ist dann unbekannt verzogen. Wie kann man sich diese Ganzheit etwas besser vorstellen? Ich habe da ein sehr schönes Bild zu. Stellen wir uns mal einen richtig schönen Sportwagen vor. Das ist der Körper. Der Motor ist das Herz, die Karosserie ist Knochengerüst und der Lack ist die Haut. Und der Verstand ist der Fahrer. Der kennt den Weg und der kann das Fahrzeug bedienen. Aber was braucht es wirklich, um losfahren zu können? Sprit. Interessanterweise fügt man bei dem Wort Sprit hinter dem P noch ein I ein. Dann heißt es Spirit. Und das ist das, was den Menschen antreibt. Wenn jetzt eine der Instanzen Körper, Seele, Geist streikt, dann heißt es, der Mensch ist krank. Entweder hat der Körper Ladehemmungen, der Verstand verläuft sich gerade in seinem eigenen Irrgarten oder die Seele denkt an Kündigung. Man kann jetzt die kleinen weißen Soldaten auf den Plan rufen und die können das regeln. Aber manchmal geht der Schuss nach hinten los. Und dann richten die in unserem Körper einen unheimlich großen Kollateralschaden an. Ich habe da eine ganz andere Idee. Ich bin für Plan B, obwohl die etwas aufwendiger ist. Man kann sich seinem tiefsten Inneren erstmal zuwenden. und man kann sich fragen, hey, habe ich diesem unermüdlichen Helden, der schon mein ganzes Leben lang 24 Stunden am Tag für mich da ist, ohne Pause, habe ich den überfordert? Schaffe ich das aus eigener Kraft da wieder raus oder brauche ich Hilfe? Wer oder was kann denn die entgleisten Räder ganz behutsam wieder in die Spur zurückbringen? Ich bin Therapeutin aus Leidenschaft und ich sage, nein, ich behaupte sogar, Heilung ist möglich. Und ich freue mich auf jeden, der diesen Weg wählt und den ich als Wegbegleiter begleiten darf. Herzlichen Dank. Applaus 5 Sekunden, in denen wir alle 10 Gedankenverbindungen im Kopf hatten. Ich hätte auch 10 Sekunden zählen können und wir hätten 45 Verbindungen gehabt. Warum ist das wichtig? Warum müssen wir das wissen? Gar nicht. Völlig uninteressant. Aber steigert so schön die Dramaturgie. Denn es geht nicht um die Anzahl, sondern um die Verbindungen. Wir sollten wissen, dass jeder einzelne Gedanke mit jedem anderen verbunden ist. Das heißt, wenn wir in irgendeinem Bereich in unserem Leben, Beruf, in der Partnerschaft negative Gedanken haben, hat das Auswirkungen auf alle anderen Bereiche. Und wir haben nicht vier, fünf, sechs Gedanken am Tag. Nein, es sind 70.000. Das hat die UCLA in Kalifornien herausgefunden. Und ich habe berechnet, dass wir jeden Tag zweieinhalb Milliarden Verbindungen im Gehirn haben. Und das Ganze macht unser Gedankenpalast aus. Und dieser Gedankenpalast führt und lenkt uns durch unseren Alltag. Und das ohne, dass wir es bewusst wahrnehmen. Wir können relativ schnell im Positiven etwas verändern. In zwei bis vier Wochen. Noch schneller geht das aber ins Negative. Ein Gedanke kann schon reichen. Ein Gedanke, um aus diesem Gedankenpalast eine Ruine zu machen. Daraus ein kleines Beispiel. Ich war mal ein ganz passabler Sprinter. Ich gehörte mal der deutschen Nationalmannschaft an. Und schon in der Juniorenklasse wurde ich Deutscher Meister. Und als solcher durfte ich eine Woche später in Moskau gegen die europäische Spitze antreten. Ich habe die europäische Spitze geschlagen. Und auf dem Rückflug von Moskau nach Frankfurt, ich saß am Fenster, schaute herunter, und dachte so bei mir, ja, tschakka, ich habe es geschafft. Ich bin schneller als alle anderen da konnten. Wow. Ganzes Gefühl. Und dann ist es passiert. Ein einziger Gedanke hat gereicht, um mein ganzes Leben komplett auf den Kopf zu stellen. In allen Lebensbereichen. Ich schaute da runter und da kam der Gedanke, das kann nicht sein. Nur vier Wörter. Vier Wörter. Das kann nicht sein. Dass da unten kein einziger Depp ist, der schneller rennen kann als ich. Nur drei, vier Minuten ging mir das durch den Kopf. Aber es hat gereicht, um da was auszulösen. Ich habe ein ganzes Jahr lang kein einziges Rennen mehr gewinnen können. Nach einigen Monaten hatte das weitere Auswirkungen. Denn über die Gedankenverbindungen ging es weiter in die anderen Bereiche. Unter anderem im Bereich Schule. Und da stelle ich fest, dass mein Gedankenpalast noch immer nicht optimal ist. Aber was ich festgestellt habe, ich konnte meinen Körper trainieren, so viel ich wollte. Gewonnen mit dem Kopf. Und als ich das verstanden hatte, habe ich meine Ruine wieder aufgebaut zu einem vernünftigen Gedankenpalast. Und von da an konnte ich wieder gewinnen. Danach folgten zwölf weitere Medaillengewinne bei deutschen Meisterschaften. Ich konnte in der Nationalmannschaft wieder antreten. Gewonnen wird im Kopf. In diesem Sinne wünsche ich kraftvolle und vor allem positive Gedanken. Vielen Dank. Kann ich hier runter? Nein. Du bist nicht du. Du warst noch nie du. Und du wirst vielleicht auch nie du sein. Da stellt sich die Frage, wer bist du eigentlich? Naja, du bist zum Teil Mama. Du bist zum Teil auch dein Papa. Du bist zum Teil dein Umfeld. Deine Schule. Das, was du gelernt hast. Das, was man aus dir gemacht hat. Aber die Frage ist, wer bist du wirklich? Oder wer möchtest du vielleicht sein? In meinen Seminaren jage ich die Leute durch verschiedene Themen. Und dann kommen dann manche auf mich zu. Und da steht eine Dame vor mir. Und sagt dann zu mir, ich wollte nie so sein oder so werden wie meine Mutter. Wenn ich mich jetzt meine 45 Jahre anschaue, ich denke wie meine Mutter. Ich spreche wie meine Mutter. Und schrecklicherweise schaue ich sogar aus wie meine Mutter. Und vor kurzem hat mein Vater zu mir gesagt, wenn du jetzt nur kochst wie die Mama, dann ziehe ich bei dir ein. Und dann siehst du dieser Frau in die Augen und du siehst, wie eine Träne der Wange runterrollt. Und sie sagt, wer bin ich? Ich wollte doch mal ich sein. Aber ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Ich habe keine Ahnung. Auf der anderen Seite entdecken wir manchmal Kinder. Und da steht im Nachbarsgarten der kleine Hermann. Und der Hermann ist bekannt in der Gegend. Und was sagen die Nachbarn? Also der Kleine, das ist doch der gleiche Depp wie der Papa. Der Kleine will doch nie ein Depp sein. Aber er will so sein wie der Papa. Er möchte genauso sein wie der Papa. Nur als Sechsjähriger weiß er noch gar nicht, dass der Papa falsche Programme hat. Und mit diesen Programmen wird er groß und läuft durch die Welt. Ich versuche in meinen Seminaren vorprägende Leute wirklich zu die verrücktesten Themen durchzujagen. Und dann kommen Leute noch Jahre her, Jahre später und sagen, du, an dem Tag hast du etwas bei mir verändert. Ich habe etwas entdeckt. Dass ich nämlich das falsche Leben lebe. Und ich sollte endlich mal beginnen, mein eigenes Leben zu leben. Und dann wäre ich munter. Wir sind in der Röchschenschlaf und befand mich vor kurzem in der transsibirischen Eisenbahn. Und vorher saß ich irgendwo im Marketing und habe mich verloren. Und ich würde sagen, der Maßstab dessen, wo du bist oder wo du hingehörst oder ob du dein Leben lebst, ist vermutlich Glück. Darfst du es von 365 Tagen, 340 glücklich zu sein? Wenn ich so in die Leute oft reinschaue, dann merke ich, das Glück ist ganz selten vorhanden. Es wird gejammert. In Österreich sagen wir es wie gesudert. Und es werden die Probleme gewälzt. Und je mehr du jammert, desto weiter bist du eigentlich von dir selbst weg. Du solltest dir selbst doch eigentlich näher kommen. Du solltest dich selbst finden und dich selbst wieder erreichen. Doch es ist nicht so einfach. Es ist sogar manchmal sehr, sehr schwierig, selbst zu entdecken. Weil du hast nichts anderes, als das, was du jetzt bist. Und wenn du auf die Reise gehst, wenn du beginnst mit dieser Reise zu dir selbst, dann mach es gescheit. Kein Wischi-Waschi. Wischi-Waschi Input macht ein Wischi-Waschi Output. Wenn du eine Sache machst, mach sie gescheit. No risk, no fun. Du gehst ja nicht ohne Grund auf diese Reise. Und irgendwann wird die Reise auch ein Ende finden. Und wenn deine Reise dann ein Ende findet, dann wirst du dir vermutlich die letzte Frage stellen. Ich habe die beste Version von mir selbst gelebt. Und es wäre schön, wenn du das dann beantworten kannst. Mit einem lächelnden Gesicht. Mit einem ganz klaren Ja. Ich habe die beste Version von mir gelebt. Denn ich bin kein Zufall. Ich bin Absicht. Und ich bin Plan. Und somit empfehle ich dir, Wolfgang Reichel, sei es. Hegel, ein Glücksdesigner. Dankeschön. Sei es. Im Mai letzten Jahres war ich mit meiner Frau auf Mallorca. Und wir sitzen in einem kleinen Restaurant in Palma. Wir schauen so durch die Speisekarte. Und nach einer Minute, ich bin fertig, liegt die Karte hin. Der Kellner kommt. Zweimal sogar. Wir die Bestellung aufnehmen. Aber meine Frau ist noch nicht fertig. Nach sieben, acht, neun Minuten, sie legt endlich die Speisekarte auf den Tisch. Und ich denke, bingo, jetzt geht's los. Sagt sie, Schatz, ich finde nichts zu essen. Nichts passt in meinen Ernährungsplan. Und ich sollte euch vielleicht an dieser Stelle erzählen, meine Frau ist Ernährungsberaterin, Fitnesscoach. Und sie kümmert sich um Clean Food. Und ich frage sie aber, Darling, was machen denn Sportler, wenn sie in den Urlaub gehen und sich ernähren müssen? Was machen die denn? Und aus dieser Frage ist unsere Business-Idee entstanden. Wie cool wäre es, wenn Sportler, bevor sie in den Urlaub gehen, an ihren Gastgeber genau detailliert aufführen, das kann und darf ich essen. Und auf der anderen Seite haben die Gastgeber ihre Rezepte. Und die Rezepte zahlen 100 Prozent auf die Ziele ihrer Gäste ein. Und diese Vision und diese Mission wollen wir in Mallorca verwirklichen. Wir wollen ein Hotel haben, das cleanes und gesundes Essen ermöglicht, auch für Sportler. Wir haben in den letzten sechs, sieben Monaten 25, 30 Hotels uns angeschaut. Und es war ein einziges, das wir von Anfang an als unseren Favoriten erkannt haben. Und wir besuchen dieses Hotel und fahren durch die Toreinfahrt die Auffahrt hoch. Und wir sehen dieses Hotel und wir denken, wie geil ist das denn? Wir gehen die Treppe hoch und auf der rechten Seite ein geiler Pool und links der Frühstücksbereich. Und wir sehen das Tramontaner-Gebirne und wir denken einfach nur, wow, wie geil ist das? Und wir schauen uns an und sagen, that's it. Wir werden in diesem Jahr in dieses Objekt all in gehen, was die finanzielle Seite anbetrifft. Emotional sind wir seit Beginn der Idee schon all in. Aber deutsche und spanische Banken finanzieren nicht Ideen und Visionen und Träume. Also müssen wir uns eine andere Finanzierungsquelle suchen. Und so komme ich auf die Idee, dass Elon Tusk vor einiger Zeit freitags vor die Bühne gegangen ist und hat gesagt, ich baue euch den Volkstesla. Und wenn ihr am Montag 1.000 Euro auf ein Konto einzahlt, habt ihr in vier bis fünf Jahren dieses Auto. Das Problem ist nur, diese Fabrik ist noch nicht da. Und so gehen 250.000 Leute am Montag und finanzieren ihnen im Prinzip diese Firma und diese Fabrik. Ich bin nicht Elon Tusk und ich brauche auch keine 250.000 Investoren. Aber was wir machen möchten, ist, dass wir Gäste zu Investoren machen und Investoren zu Gäste, damit wir unsere Mission erfüllen können. Vielen Dank. Hey everybody, my name is Carrie Cummings and I can't wait to talk tonight. I'm so glad that everybody's here. I'm just kidding. Ich mach's auf Deutsch. Aber jetzt seid ihr da, oder? Wieder? Wer ist da? Komm! Seid ihr nicht da? Okay. Wer... Nochmal. Das war irgendwie nicht gut. Wer von euch ist wirklich da? Hört alles zu, was ich sage und hat keine Gedanken nebenbei? Niemand. Ich spreche mit euch und habe trotzdem Gedanken dabei. Ne? Und das ist das Problem. Wir... Und es ist auch kein Wunder, weil die Forschung sagt, dass wir bis zu 60.000 Gedanken am Tag haben. 60.000. Bist du. Manche haben weniger als andere, aber wir haben viele Gedanken am Tag. Und wir sind, noch die Wissenschaft, 47% unserer gesamten Zeit im Leben sind wir verloren in Gedanken. Wir sind abgelenkt von unseren Gedanken und Gefühlen. Das zählt auch dazu. Gefühlen sind aufgepimpte Gedanken eigentlich, die man spürt. Und wir sind abgelenkt. Das Problem ist, also Gedanken sind eigentlich positiv. Es gibt kreative Gedanken, innovative Gedanken. Aber 85%, all diese 60.000 Gedanken sind negativ. Sagt die Forscher. Sag ich mal. Das heißt, Sorgen über die Zukunft. Grübeln über die Vergangenheit. Selbstkritische Gedanken. Das sind alles Dinge, die uns runterziehen und zurückhalten. Und wir verbringen die Hälfte unserer Zeit mit diesen Gedanken. Also ich finde das so ein bisschen crazy. Als ich ein Kind war, war ich extrem schüchtern. Das war eine Tortur. Ich konnte keine Freunde. Ich habe nie gelächelt. Und obendrauf kam hinzu, dass wir alle zwei umgezogen sind. Ich musste immer neue Schuhe besuchen. Und als ich elf war, hat mein Vater gesagt wieder, Carrie, ich muss mit dir sprechen. Und ich wusste, wir ziehen um wieder. Und es war so. Ja. Und in unserem riesen Kombi in den USA sind wir von Ohio nach South Carolina gefahren. 14 Stunden, glaube ich, war das. Und ich saß im Rücksitz und kam nach vorne und meinte zu meiner Mutter, Mom, ich habe mich entschieden, ich werde nicht mehr schüchtern sein. Und meine Mutter erzählte immer mit Stolz, verdammt nochmal, du warst nicht mehr schüchtern. Und es war so. Ich kann mich erinnern, ich habe am ersten Schultag drei Freundinnen mit nach Hause genommen. Warum? Ich habe mich entschieden, nicht mehr meine Gedanken und Gefühle so ernst zu nehmen. Und das könnt ihr auch. Ich habe eine Technik gefunden, meine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Ich bin Pilot meines Lebens. Und ihr seid auch. Wir müssen uns einfach aus dem Weg gehen. Ich helfe euch, euch selbst aus dem Weg zu gehen. Und das ist möglich und wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass wir einfach unseren Gedanken, wir können auswählen, wir können uns entscheiden, welche Gedanken von diesen 60.000 will ich Aufmerksamkeit geben und welche nicht. Und wenn ihr es herausfinden wollt, fragt mich. Ich mache es mein Leben lang. Vielen Dank. Merkt ihr es? Unsere Welt geht zugrunde. Unternehmen geben Millionen von Dollar aus, um jedes Jahr Reibungsverluste zu vermeiden. Unternehmer geben Geld aus, um zu motivieren. Und was ist die Folge? 80% der Unternehmer haben überhaupt keinen Bock an ihren Job zu gehen. Sitzen entweder am falschen Platz oder sind total unmotiviert. Und wieso? Weil wir uns nicht mehr trauen zu streiten. Wir stehen nicht mehr für unsere Bedürfnisse nach. Wir lassen das gehen. Wir setzen uns hin und sind einfach rum. Das heißt, wenn wir an so einer Position sitzen, wo es uns überhaupt nicht taugt, dass die Werte des Unternehmens nicht da sind, halten wir den Mund. Und sitzen sie einfach durch und warten, die Rente kommt schon irgendwann. Das heißt, wir haben einfach Schiss. Woran liegt das? Wir haben Schiss und wir haben es verlernt vor allen Dingen, uns auf uns aufzupassen. Also wir sind nicht mehr bewusst, was in uns wichtig ist. Uns ist nicht bewusst, was wir brauchen. Was uns verletzt? Wo sind denn unsere Tasten, die wir haben, die andere treffen können? Also geht es darum, die Dinge mit offenen Augen zu sehen. Wie geht das? Der erste Schritt. Wir sind Großmeister im Interpretieren. Das heißt, alles was uns gesagt wird, alles was passiert, wird sofort in so eine Schublade gesteckt, die beurteilt wird und interpretiert wird. Aus was? Aus unseren Erfahrungen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal die Erfahrung gemacht haben, dass Rüdiker ein ganz fieser Typ ist, dann werden alle Rüdikers, die uns begegnen, in die gleiche Schublade gehen. Das heißt, der erste Schritt, um ein Gespräch aufzubauen, ohne sich verletzen zu lassen, wäre, das Ding zu beobachten. Was machen wir normal? Normal gehen wir hin, machen eine Schublade auf und sagen, doofer Typ. Jetzt können uns aber nur Dinge verletzen, die mit uns in Resonanz gehen. Das heißt, wenn ich sage, ihr seid ein blauer Schlumpf, dann werde ich dir sagen, totaler Quatsch, ich kann euch nicht verletzen. Wenn ich aber sage, ihr seid die letzten Loser, dann kann das in Resonanz gehen. Und wieso? Weil wir uns selber vielleicht ab und zu mal die Frage stellen. Wir stellen uns die Frage und sagen, vielleicht hat er recht. Und dann kann das rein und kann es verletzen. Das heißt, bei der Beobachtung ist es total wichtig, objektiv zu bleiben. Das lernt man beim Fernsehen ganz schnell, einfach mal hinzugehen und zu sagen, was ist denn da wirklich passiert? Das heißt, was habe ich gesehen und was habe ich gehört? Was ist da wirklich passiert? Der meint mich gar nicht. Wenn so ein Typ kommt, der Rüdiger vielleicht, und sagt, pass mal auf, du Depp, geh mir aus der Sonne. Meint er mich damit? Geht das rein? Nehme ich das an? Oder sage ich, das hatte mit der Realität überhaupt nichts zu tun? Ich bin kein Depp und in der Sonne stehe ich auch nicht. Also was ist der Grund, warum er mir das sagt? Das heißt, wie dieses Gespräch fehlen mir die Informationen. Das heißt, geh weg, du Depp, löst bei mir entweder das eine oder das andere auf. Lasse ich das Ding rein, weil ich zweifle an mir, werde ich was sein? Wütend, traurig, verletzt. Wenn ich das objektiv sehe, bin ich einfach nur irritiert. Das heißt, der nächste Schritt ist mein Gefühl. Das heißt, das, was ich hier sehe, löst das aus. Und das habe ich in der Hand. Das habe ich in der Hand, indem ich aufpasse, ob ich das Ding reinlasse. Weil theoretisch kann uns kein Mensch verletzen, wenn wir es nicht zulassen. Kein Mensch. Wenn nichts in Resonanz geht, lässt uns das Ding kalt. Das heißt, das wäre schon mal der wichtigste Schritt. Und da geht es dann weiter mit dem Nächsten. Gefühl. Ein Gefühl habe ich nur, weil ein Bedürfnis in Gefahr ist. Nämlich unseres. ist in Gefahr. Das heißt, in dem Fall haben wir gesagt, wir sind total irritiert, weil ich bin kein Depp und ich stehe nicht in der Sonne. Also ist mein Bedürfnis welches? Klarheit. Ich habe keine Ahnung, warum mich der Typ anmacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das heißt, was meint der damit? Und jetzt wissen wir alle, dass unsere Bedürfnisse nur uns gehören. Applaus Applaus Wisst ihr, was das hier ist? Es riecht nach Leder und es sind Nieten dran. Doch es ist nicht das, was ihr euch vielleicht denkt oder sich der ein oder andere vielleicht wünscht. Es ist ein Maulkorb. Mich rufen verzweifelte Unternehmer an, damit ich Führungskräfte unterstütze, vom Domtor zum Animateur zu werden, damit sich Mitarbeiter zum Mitdenken entwickeln können. Und dabei unterstützen mich meine vierbeinigen Co-Trainer, die Leadership Dogs. Ihr fragt euch jetzt, was kann ich denn vom Hund lernen? Das Bellen ist es sicherlich nicht, denn das können die meisten schon. Ich nehme gemeinsam mit meinen vierbeinigen Co-Trainer den Führungskräften den Maulkorb ab. Ja und das Thema Kommunikation ist ein wichtiges Thema und über manche Dinge wird einfach nicht kommuniziert. Das Thema Suizid zum Beispiel. Ich habe es miterleben müssen von einem Familienmitglied. Ich war live dabei und diese Scheiße wünsche ich keinem. Ja, hätten wir vielleicht mehr kommuniziert, hätten wir es verhindern können. Wie läuft es in Unternehmen oft ab, die Kommunikation? Mir ging es dann so. Ich hatte eine hohe Stufe auf der Karriere leider bereits erreicht, wollte dann eine Karriere Stufe höher gehen. Dann wurde jemand anders an dieser Stelle platziert. Und ich fragte mich, warum wird nicht klar mit mir kommuniziert? Ja und dann ging meine Kommunikation im Kopf los. Ich stand dann kurz vor dem Burnout. Und dann fragst du dich, wie geht es jetzt weiter? Und um das zu verhindern, möchte ich Menschen unterstützen. Wirklich wieder bei sich anzufangen und klar zu kommunizieren. Und mit den Co-Trainern, wie mache ich das? Da steht die Führungskraft und ich sage, lauf doch mal mit dem Hund los. Der läuft los, zieh den Hund hinterher. Ich denke mir schon, dem Hund, dem tut es wohl nicht gut. Die Führungskraft denkt, ja, ich habe doch die Aufgabe geschafft. Der Hund hängt ja noch an der Leine. Ja und wie ist es denn in Unternehmen? Wie oft wird klar kommuniziert? Wie oft schleppen wir Mitarbeiter hinterher? Weil wir nicht klar kommunizieren, wo es hingeht, die Richtung. Ja und ich möchte euch ermutigen, nehmt diesen Maulkorb ab. Sprecht wieder miteinander, schreibt nicht nur E-Mails und WhatsApp Nachrichten, sondern werdet zum Animateur eures Lebens. Vielen Dank. Liebe Damen, die nächsten Minuten werden hart für Sie. Ich bin Michael Metzger und ich spreche jetzt über Finanzen und Fußball. Aber bleiben Sie gerne bei mir, machen Sie sich keine Sorgen. Es geht nicht darum, dass 22 Idioten einem Ball hinterherlaufen oder irgendwelche Taktik-Themen. Und ganz klar, es geht auch nicht ums Abseits. Weil ich vermute, das könnten Sie wahrscheinlich besser erklären als mancher Mann. Ich wollte immer Fußballprofi werden, habe mit fünf Jahren angefangen. Mein großes Vorbild war Lothar Matthäus und dann ist es passiert. Ich hatte einen Autounfall und konnte vier Jahre lang gar keinen Fußball spielen. Zu dem Zeitpunkt war ich zehn Jahre alt, konnte dann erst mit 14 wieder anfangen. Aber meine Leidenschaft war natürlich nicht gebrochen. Und heute würde ich mich bezeichnen als professioneller Amateur-Kicker. Die Frage ist natürlich, was macht man dann, wenn der eine Traum geplatzt ist? Und die aktive Karriere, ich bin jetzt nicht mehr ganz der Jüngste, was den Fußballbereich anbetrifft, muss man schon überlegen, was kommt danach? Und bewusst wurde mir die Antwort auf diese Frage zu suchen in unserem letzten Sommerurlaub. Wir waren an der Ostsee und meine Frau und ich, wir saßen abends zusammen. Und auf einmal sagt sie, wie aus der Pistole geschossen, du hörst doch jetzt auf mit Fußball. Und das war nicht als Frage gestellt. Das möchte ich gleich mal dazu sagen. Und ich kurz überlegt, habe mich wieder an meinen Autounfall erinnert. Da bin ich auch so abrupt rausgerissen worden. Und ich habe geantwortet, nein, eine Saison spiele ich noch. Die Reaktion darauf, die möchte ich jetzt hier nicht kundtun. Ja, aber trotzdem habe ich natürlich darüber nachgedacht. Okay, meine aktive Karriere ist bald vorbei. Was mache ich denn dann? Haus, drei Kinder, Hund. Klar, fordert alles seine Zeit. Zweimal in der Woche Training, am Wochenende Spiel. Ja, okay, ich beende nach der Saison meine Karriere. Ja, aber was mache ich dann? Habe ich mir die Frage gestellt. Alte Herren spielen? Nee, das kam für mich nicht in Frage oder kommt nicht in Frage. Entweder ich mache was richtig oder gar nicht. Da das mit einem Fußballprofi nicht geklappt hat, musste ich natürlich eine andere Karriere einschlagen. Habe was Seriöses gemacht. Habe Bankkaufmann gelernt. Und habe mich zwar jetzt zum letzten nicht mehr in dem Beruf tätig gewesen, aber ich habe mich täglich mit Finanzen beschäftigt in meinem Berufsalltag. Und mir ist eingefallen, dass ich nicht nur Kapitän meiner Mannschaft bin, sondern auch die Mannschaftskasse geführt habe. Und habe da eben festgestellt, was es für Probleme bei den Mitspielern geben kann, auch wenn sonst nicht so viel über Geld geredet wird. Beiträge waren immer schwierig dann zu bekommen. Ich habe gedacht, okay, was kann ich jetzt daraus machen, meine zwei Leidenschaften, Fußball und Finanzen miteinander zu verbinden, sodass die sozusagen Doppelpass spielen. Und ich, Michael Metzger, habe dann den Männerhort gegründet. Und jetzt ist es ganz wichtig, liebe Frauen, jetzt müsst ihr wieder auf jeden Fall mit zuhören, denn das kann ja auch für Ihren Mann interessant sein. Worum geht es beim Männerhort? Das ist eine frauenfreie Zone, also Sie können ihn unbesorgt dort abgeben. Und wir sprechen dort über Fußball und Finanzen. Aber auch ihr, liebe Männer, ihr seid natürlich auch herzlich willkommen, um da einen Raum zu haben, um über Finanzen und Fußball gemeinsam zu sprechen im Männerhort. Dankeschön. Wir alle bekommen 24 Stunden täglich auf unser Zeitkonto einbezahlt. Und dennoch, es scheint nie auszureichen. Du hast es von einer Verpflichtung zur nächsten. Du bist total gestresst. Dein Tag fühlt sich an wie eine einzige Hetzjagd. Rastlos, ruhelos, atemlos. Jetzt nicht, mir rennt die Zeit davon. Die Zeit vergeht mal wieder wie im Flug. Ach, wenn ich doch nur ein kleines bisschen mehr Zeit hätte. Kennst du das? Die gute Nachricht lautet, Zeit ist relativ. Zeit ist dehnbar wie ein Gummiband. Auf der persönlichen Ebene ist Zeit reine Gefühlssache. Es ist eine Frage deiner subjektiven Wahrnehmung und deiner bewussten Präsenz im gegenwärtigen Augenblick. Einstein sagte einmal, eine Stunde mit einem schönen Mädchen vergeht wie eine Minute. Doch eine Minute auf einem heißen Ofen. Eine Minute auf einem Zahnarztstuhl. Eine Minute im tagtäglichen Verkehrsstau wie eine volle Stunde. Im freien Fall vergeht die Zeit wie im Flug rasend schnell. Im Schockzustand fühlt sie sich an wie eine zähe Masse. Sie vergeht wie in Zeitlupe. Auf einer einsamen Insel scheint die Zeit stillzustehen. Nach zehn Tagen Schweigemeditation, wenn die Gedanken ganz ruhig geworden sind, wird die Zeit zu einem einzigen Moment. Zum gegenwärtigen Augenblick. Und deshalb frage ich dich, ist die Zeit dein Freund oder ist sie dein Feind? Hast du genügend Zeit für dich selbst, für deine Bedürfnisse, für deine Weiterentwicklung? Zeit, die nur dir gehört, die du frei gestalten kannst? Nein? Nein? Dann sag doch einfach Stopp! Verbinde dich mit deinem Atem und sage Stopp! Der Atem ist die Sprache Gottes. Er verbindet uns mit der Ewigkeit ein und aus. Ein und aus. Dein Atem ermöglicht es dir aus dem Fluss der Zeit herauszutreten und ganz in der Gegenwart anzukommen. Im Hier und Jetzt. Und dann dehnst du dich hinein in diesen gegenwärtigen Augenblick voller Genuss und Hingabe. Und dann breitest du dich aus in diesem gegenwärtigen Augenblick, nimmst Raum ein für dich und spürst dich ganz und gar in diesem Augenblick. Und du atmest ein und aus. Ein und aus. Und dann wird die Zeit dein Freund. Und dann gehört die Zeit dir. Dankeschön. Wer von euch ist Gründer und oder Unternehmer? Einmal Hand hoch. Sehr gut. Und wer von euch kennt noch oder kennt ihn gerade diesen Zauber des Anfangs? Genau. Ihr wacht auf irgendwann morgens und denkt, ich mach's jetzt. Mega. Ich hab die Idee. Ich mach mein eigenes Ding. Und von lauter Begeisterung überholt ihr euch gefühlt mehrfach am Tag mehrfach selbst. Und dann habt ihr nichts besseres zu tun, als Freunde und Familie zu fragen, wie sie eure Idee und euer Vorhaben finden. Und das ist eine wirklich bescheuerte Idee. Denn dann geht's los. Dann geht's los mit, Kind, bist du dir sicher? Meine Mutter zu mir. Du hast so viel Geld verdient. Bleib doch in der Sicherheit. Das, was du machst, machen so viele, das hat sowieso keinen Zweck. Und so weiter und so fort. Und spätestens dann fühlt ihr euch wie ein Opossum. Kennt ihr die? Die süße kleine Rappenviecher stellen sich tot, wenn der Feind kommt. Kannst du machen, hilft aber nicht, weil der Feind bist in der Regel du selbst. Und dann hilft nur eine einzige Sache. Aufzustehen, weiterzumachen und an euch zu glauben. Und glaubt mir, ich weiß, wie furchtbar schwer das fällt. Ich habe mir gefühlt in den letzten drei Jahren meiner Selbstständigkeit, ich habe damit vom halben Jahr aufgehört, alles an Fachbüchern bestellt, die es auf diesem Planeten gibt. Alle. Davon wirklich gelesen habe ich vielleicht zwei. Aber ich habe gedacht, cool, wenn ich die habe, ist mega, dann kann ich das alles und dann passiert mir nichts. Und dann habe ich was anderes getan. Ich habe angefangen, Menschen zu fragen, die Ahnung haben. Ich habe angefangen, Menschen zu fragen, die das Gleiche getan haben wie ich, nur schon viel früher. Ich habe Menschen gefragt, die gescheitert sind. Ich habe Menschen gefragt, wie sie ihr Business aufgebaut haben. Ich habe die gefragt, die wissen, wie es geht. Und ich gebe euch die ganz klare Empfehlung, wenn ihr das macht, kriegt ihr die Empfehlung, die ihr braucht. Und den Ratschlag, den ihr braucht. Und ganz ehrlich, ich ziehe vor jedem Einzelnen von euch den Hut. Und ihr habt meinen größten Respekt für den Mut, diesen Schritt ins Unternehmertum zu gehen. Und dieser Schritt bedarf einer ganz, ganz klaren Haltung. Er bedarf unheimlich viel Mut und Kraft. Es bedarf Durchhaltevermögen, das seinesgleichen sucht. Ich finde, alles, was man vorher gemacht hat, ist fast ein Scheißdreck dagegen. Und was ich euch auch mitgeben möchte, und ich habe das selber die letzten drei Jahre durchexerziert und auch schon vorher. Macht verdammt nochmal Fehler. Macht diese Scheißfehler. Fallt auf die Nase, steht wieder auf, aber tut das. Denn Fehler sind so verdammt gut. Sie machen euch stärker, sie machen euch größer. Daran werdet ihr wachsen und stärker werden. Und dann werdet ihr merken, es zurückkommt, dieses Kribbeln im Bauch. Dieses kurz vor Klausurphase in der Schule, diese Anspannung, dieses Gefühl von Freiheit. Ja, und dann kehrt er zurück. Der Zauber des Anfangs. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Mein Name ist Isabel Ebner. Meine Mission, Selbstverantwortung. Selbstverantwortungsübernahme für mich als erwachsene Person zur Entlastung von Kindern, von Kinderschultern. Ich stehe heute hier für mich, für viele Kinder, die ich im Sozialbereich betreut habe oder betreue. Ich bin ja immer noch im Sozialbereich. Ich stehe hier für dich, für dich, für euch und vor allem für euer inneres Kind. Warum ich? Was macht mich einzigartig? Wo bin ich das Geschenk für meine Kinder, die ich betreue, für die Erwachsenen, mit denen ich zusammenarbeite? Das weiß ich eigentlich seit gestern. Ich arbeite mit Kindern zusammen, die in absolute Ohnmachtssituationen gekommen sind, kommen und die gewalttätig gegenüber ihren Eltern auftreten, die Diebstähle begehen, die zu Drogen greifen, die multiple Probleme haben, sprich mit sozusagen multiplen Problemfamilien. Selber habe ich Zugang zum Thema Gewalt im Grunde mein gesamtes Leben lang, begleitet mich seit Kindheit bis heute. Und 1999, als ich einmal an der Universität studiert habe, Gruppendynamik und Psychologie, war es dann so weit, dass ich nach einer beendeten Beziehung, die habe ich beendet, weil die auch gewalttätig war, kurz davor war mit 180 kmh über die Autobahnbrücke zu fahren, weil man mir gesagt hat, sie sind gewalttätig zu sich und ihrer Gruppe. Das war nach einer Trainingsgruppe, ich war schockiert, ich gewalttätig, alle, aber ich doch nicht. Ich bin ja immer das Opfer gewesen. Ich habe jedenfalls nicht beschlossen, über die Brücke zu fahren, sondern ich bin nach Hause gefahren, im Vorraum gelegen und habe ungefähr drei Stunden geweint, mich am Boden gewälzt, heute habe ich mich mit dem Thema Aggression, mit dem Thema Gewalt, mit meiner eigenen Aggression versöhnt und biete das als Ressource für die Kinder an, für die Erwachsenen an. und lebe bitte eine Projektionsfläche, ein Bild an, wo Kinder die Möglichkeit haben, ihre Aggression auf mich umzuleiten, um sie nicht an ihren Eltern ausleben zu müssen, um ihre Eltern lieben zu dürfen. Selbstverantwortung, wann gehst du in die Selbstverantwortung für dein eigenes inneres Kind, für deine eigenen verdrängten Anteile, wenn nicht jetzt für deinen inneren Löwen, der gelebt werden will, für deine innere Hexe, die gelebt werden will. Do it, it's your job! Alles ist möglich. Alles ist möglich. Ich möchte euch mit auf eine kleine Reise mitnehmen, 1993 in China. Ich war sechs, ich satte zuerst mal mit meinem Opa zusammen am Bahnhof, um die Züge anzuschauen. Ich war so unheimlich fasziniert, nicht von den Zügen, sondern von der Story der Orte, die Menschen in der Ferne. Seitdem habe ich einen einzigen Traum in meinem Leben. Eines Tages werde ich meine Stadt gelassen, die Welt kennenzulernen. Als Kind habe ich alles getan, alles dafür gegeben, was als ein Kind nur tun konnte. Endlich Abitur! Nach der Abi ging ich 3000 Kilometer diagonal in der komplett andere Richtung zu studieren. Nach der Uni ging ich weiter auf dem Weg, dieses Mal nach Süden des Landes, nach Shanghai, zu arbeiten. Als ich endlich in Shanghai arbeitete, brennt eine neue Sehnsucht in mir Tag und Nacht. Und dieses Mal nach Europa. Diese Sehnsucht war meine Vision geworden. Brennt mich Tag und Nacht alles dafür zu tun, hart zu arbeiten. Ich habe alles dafür gemacht. Was war euer Traum, den du damals hattest? Bist du schon der Mensch geworden, den du immer werden wolltest? Motivation und Leidenschaft sind die Quelle unserer Energie und Überzeugung. Und für alles, was wir tun und wofür wir etwas tun. Lass dir niemals deinen Traum und dein Feuer aus dem Leben wegnehmen. Nicht von den anderen, vor allem nicht von euch selbst. Fokus und Disziplin sind häufigste Stoppesteine in unserem Leben. Denn uns als Menschen fällt es nicht besonders schwer, alles auf einmal zu machen. Schwer ist, für ein oder zwei bewusst zu entscheiden und etwas daraus zu tun. Uns fällt nichts schwer, den ersten Schritt zu machen. Schwer ist, Tag für Tag durchzuziehen. Woche für Woche, Jahre für Jahre. Als ich vor sieben Jahren in Deutschland ankam, habe ich kaum ein Wort Deutsch gesprochen. Ich habe mich für einen Job bei Burger King als Kassiererin beworben. Sie haben mich nicht vernommen, nicht an der Kasse. Sie haben mich in die Küche gesteckt und ich durfte Hamburger kochen. Dennoch ist es mir gelungen, innerhalb von kurzer Zeit meine Sprache zu verbessern, mein Maschinenbaustudium zu schaffen und von VW in der Forschung und Entwicklung bis zu Bode bis zu heute in der Unternehmensberatung tätig, den Unternehmen den Menschen helfen zu dürfen. Ihre beste Vision aus sich zu machen. Dennoch möchte ich betonen, harte Arbeit ist nicht alles. Man muss bewusst entscheiden. Jeden Tag stell dir die Frage, ist es notwendig für mich? Ist es wichtig für mich? Ist es wirksam für mich? Nimm bewusst die Tools, die Werkzeuge in der Hand, deine Wirkung zu maximieren. Nimmst du dein Leben schon selbst in der Hand? Denn alles ist möglich. Wer von euch hat Kinder? Wer von euch möchte gerne Kinder? Möchte gerne Kinder, aber nicht mit dem Partner, mit dem er momentan beisammen ist? Ich erzähle euch heute drei Beispiele, wo die Entwicklung unserer Kinder stattfindet. Erstens in der Schule. Hast du in der Schule gelernt, groß zu träumen, dein Herz zu öffnen, Achtsamkeit, Dankbarkeit? Ich nicht. Liebe Kultungsminister, macht endlich eure Hausaufgaben! Die Lehrer, ich habe zwei Kinder, die studieren Lehramt. Und eine Tochter ist letzte Woche zu mir gekommen, hat gesagt, Papa, ich bin jetzt in einem Seminar, da lernen wir Achtsamkeit, Yoga und solche Dinge, wir sollen das in den Unterricht bringen. Liebe Professoren, das ist viel zu spät! Viel zu spät ist es! Setzen! Sechs! Zu den Eltern, erzähle ich euch eine Geschichte, meine persönliche Geschichte, weil ich selber Vater bin von sechs Kindern, drei Kinder aus erster Ehe, zwei Stiefkinder mit der zweiten Frau und noch eine gemeinsame Tochter mit sieben Jahren. Und zwar, ihr werdet sicher wissen, in der Patchwork-Familie gibt es viele, viele Probleme und Konflikte. Und erst nachdem ich mich selber veränderte, selber entwickelt hatte, waren auf einmal alle Probleme weg. Sie waren weg! Komplett weg! Und ich muss aber noch ein Stück tiefer gehen. Gestern, bei Frank Asmus, ist was passiert. Kurz vor Mittag, bei seiner Herzübung, musste ich furchtbar weinen. Und diese Tränen, das dauerte bis nach dem Mittag und das hat mit meiner Mutter zu tun. Meine Mutter ist vor fünf Jahren gestorben an Parkinson und an ihrem Grab konnte ich keine Tränen weinen. Ich hatte keine Gefühle. Ich spürte nichts im Herzen. Und gestern war ja die Ugly Night und da war ja so ein Sarg. Und ich habe mich dann gestern noch in Frieden und in Dankbarkeit nochmal von ihr verabschiedet. Und warum erzähle ich euch das? Weil mit meinen Kindern hatte ich in der Vergangenheit sehr oft das Gefühl, dass ich sie verlor. Dass ich keinen Zugang hatte. Und ich habe mir gestern eins geschworen. Günther, du willst diesen Rucksack, den ihr mir bei der Mutter mitgegeben habt, nicht weitergeben an die nächste Generation! Ich will das nicht, jetzt reicht! Anna, Maxi, Maria, Kai, Lea, Julia, die sechs Kinder, ich liebe euch! Und ich möchte, dass ihr eine bessere Welt vorfindet. Ich möchte, dass wir gemeinsam die Welt verändern. Applaus Mann, 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 Mann! Was geht denn hier ab? Applaus Spürt ihr noch was? Riecht ihr was? Geht noch was? Schmeckt ihr was? Erfühlt ihr was? Fühlt man beim Nachbarn oder der Nachbarin? Ist sie noch da? Könnt ihr noch stehen? Zeigt es mir mal bitte! Auf! Steht mal alle auf! Geil, das tut gut! Das wollte ich! Das wollte ich hören! Ah, Gott sei Dank! So! Und jetzt? Gehen wir erst mal! Was haben wir heute gehabt? Gestern? Vorgestern? Lange Tage, lange, noch längere Nächte! Dancing bis zum Abwinken! Auf der Wildsau durch den Saal geschleift werden! Geil! Absolut! Gut! Und jetzt lassen wir erst mal den ganzen Druck, den Stress raus! Und? Kennt ihr das Wort hier? München? Urschrei? Schrei? Zuerst stampfen wir mal! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Mann, oh Mann, oh Mann! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Und? Wir schreien alles raus! Hey! Geil! Okay! Und jetzt? Schon vorbei! Ihr dürft euch wieder hinsetzen! Oh! Würde meine kleine Tochter jetzt auch sagen, mein kleiner Sohn! Papa, mach weiter! Da ist es so bunt hier! Mir geht es aber auch um die leisten Worte! Um die Sprachlosigkeit! Um den Sinn und die Unsinn im Leben! Um den Quatsch, den man machen darf, wie ein kleines Kind, auch als Erwachsener, im Matsch spielen, an der Nordsee im Deich rumrutschen, sich in den Dreckschmeißen, Wattwürmer suchen! Wie viele Sinne haben wir? Wie viele Sinne? Neun! Geil! Fünf Richtige und vier Unsinnige, oder? Ja? Ich merke das so oft in Unternehmen, die sprechen miteinander, die haben die tollsten Kommunikationsinstrumente, die neuesten, die wissen meistens gar nicht, wo vielen, wie oft sie da an den Dingern da rumdrehen sollen. Ich komme vom Land wie der Manuel aus Rendsburg. Ich bin im Stall geboren, bin gleich neben Kälbchen gelegt worden, habe gleich Mutter- und Kälberliebe mitgebracht, nicht die Muttermilch, nicht die Kuhmilch, das nur nebenbei. Bin behütet aufgewachsen, hatte auch meine Erlebnisse und eine geile Zuversicht und eine geile Stimmung, weil es mir einfach von allen Sinnen her gut ging. Und genau das ist mein Job, was ich draußen erledigen möchte, um die Sprachlosigkeit in Unternehmen, bei Bewerbern, bei Mitarbeitern, bei den Unternehmern selber, die viel sagen, aber sich doch nichts zu sagen haben. Weshalb haben wir denn so viele unzufriedene Mitarbeiter, wie es vorhin genannt wurde, wie es manche Zeitstudien, manche andere auch sagt? 80 Prozent zufrieden, 50 Prozent möchten wechseln. Es sind die leisen Momente, es sind die lauten Momente. Ich möchte euch sagen, es sind die Momente auf jeden Fall, die mit dem Enden, mit dem Beginnen, die mit Herz gedacht, mit Herz gewonnen, mit Herz gesponnen, mit Herz beendet werden. Danke euch. Dabei habe ich vergessen, wenn ich jetzt nicht draufgegangen wäre, hätten wir keinen Weltrekord, lieber Hermann. Dankeschön. Bertolt Eckert, nicht nur ein wunderbarer Redner, sondern der Tropfen auf das Fass zum Weltrekord. Applaus für den Weltrekord, ihr Lieben. Großartig. Wow. Der größte, längste Speakerslam aller Zeiten. Was bist du, Deppert? Wir werden all das gleich feiern. Die Jury hat sich schon zurückgezogen in den letzten zehn Sekunden, wird jetzt rausgehen. Ich denke, wir werden in weniger als zehn Minuten mit einem Ergebnis zurückkommen. Ich darf jetzt schon sagen, was waren das für wunderbare Redner. Was waren das für großartige Rednerinnen. Applaus Über fünf oder sechs Stunden die Stimmung aufrechthalten, immer wieder einen neuen Impuls geben. Großartige Leistung. Um jetzt noch etwas spannender zu machen, vielleicht gibt es noch ein bisschen Konfetti und Co. Es gibt eine Teilnahmebedingung bei den Gewinnern. Der Gewinn wird nur verliehen, wenn sich alle jetzt schon bereit dazu erklären, sofern sie ihn dann bekämen. Denn wir wollen auch jetzt schon beginnen, den Menschen ein bisschen die Demut beizubringen, wenn man die vielleicht gerade am ersten Platz verliert. Es gibt noch ein Konfetti. Wenn die Gewinner ihren Preis annehmen, verpflichten sie sich nachher, Staub zu saubern. Bis später. Danke sehr. So. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Danke. Ich habe euch auch alle so lieb. Ich habe ja noch keinen Konfetti. So. Danke von Herzen. Schön, dass ich die Zeit und die letzten Tage auch mit euch verbringen durfte. Ich will ja morgen auch noch einen wundervollen Tag. Wenn du hinter dem wallenden Haar von Lisa hergehst, dann spürst du, dass die Engeln vorlockt haben. Jetzt wisst ihr, dass Hermann auch außerhalb der Bühne so ist, wie er auf der Bühne ist. Zum Glück ist er gerade nicht aufs Klo gegangen. Ich möchte, bevor ich auch noch ein paar Worte, bei mir ist das ja spannend, weil bei mir läuft der Timer nicht ab. Ich werde jetzt so viel Zeit mit euch verbringen, so viel Zeit, die Jury braucht sich zu entscheiden. Also wenn ihr Glück habt, müsst ihr mich nur zwei Minuten aushalten. Wenn es schlecht läuft, sitzen wir morgen früh um sechs immer noch hier. Aber ich möchte einmal Danke sagen und zwar Danke an die Menschen, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass dieser Abend so reibungslos gelaufen ist. Ich finde das spannend, wenn ich auf den Zeitplan gucke, dann sind wir glaube ich so sieben Minuten oder sowas gefühlt hinten dran, was ich bei 71 Rednerinnen und Rednern schon recht wenig finde. Also viele Redner, wenig Zeit. Deswegen, habt doch mal einen großen Applaus. Ich möchte doch erstmal die beiden auf die Bühne bitten, die uns hier so lieb in Szene gesetzt haben in unseren Bildern. Deswegen, Miriam und Dominik, kommt hier hoch. Euer Applaus. Danke. Und damit ihr hier alle oben gestrahlt habt und nicht geglänzt, also nicht wortwörtlich geglänzt, sondern nur nach außen gestrahlt, hatten wir eine wundervolle Visagistin oder Make-up Artistin bei uns. Du darfst gerne auch einmal hier oben auf die Bühne kommen. Das ist dein Applaus. Applaus. Danke. Vielen lieben Dank für unzählige Pinselstriche. Und dann müssen wir einmal das Bild leider einfrieren, denn ich möchte alle Männer und Jungs von Hamburg 1 und von unserem Filmteam einmal hier nach oben haben, die ja die ganze Zeit dran waren zu filmen oder immer noch daran sind zu filmen. Und der Livestream auf YouTube läuft auch noch, denn YouTube und die Welt interessiert natürlich auch, wer heute Abend hier gewonnen hat. Also, ihr Lieben, steht einmal auf und kommt zu mir. Auch ihr da, euer Applaus. Vielen Dank für euren Einsatz. Danke. Danke dir. Danke. Danke dir. Hamburg 1 und die Filmcrew. So, und jetzt nochmal ab an die Kameras und an den Bildschirm für die letzten Minuten. Ich sehe, die Jury kommt sogar schon wieder. Es scheint ein Ergebnis da zu sein. Deswegen warten wir jetzt noch ganz kurz, bis einmal die Mikrofone vergeben sind dort hinten, damit die auch gleich etwas sprechen können. Und dann möchte ich noch einmal mich bedanken bei der Jury, die unermüdlich die letzten Stunden hinten saß und fleißig mitgeschrieben hat. Danke für euer Durchhaltevermögen. Soll ich schon starten, meinst du, Herr Herrmann? Ja, komm, wir machen es gar nicht lang spannend, oder? Hier immer die richtigen sind. Wir können nochmal betonen, dass natürlich wir 71 Preise gleich vergeben werden. Es gibt gleich die Awardverleihung an alle 71. Aber natürlich gibt es, und alle 71 waren für uns mindestens die Preisträger des Herzens und der Nummer 1. Und dennoch gibt es vier, die wir besonders honorieren. Genau, und ich möchte dann mal anfangen aus der Sicht der Story, so ein bisschen aus der Sicht des Radios, wen wir da gewählt haben. Wir haben es, Anke und ich waren uns sehr schnell einig, wir haben sehr schnell jemanden gefunden und wir haben es daran erkannt, dass als er von der Bühne ging, ungefähr die komplette Jury Bier bestellt hat. Deswegen geht unser Radiopreis an Thomas Meier! Ja, komm, wir machen erst mal hier. Bleibt bei uns! Jawohl! Wir zwei hatten die Unternehmersicht und wir haben uns jemanden ausgesucht, wo ganz klar das Herz mit einem Thema hing. Und das ist... Genau, jemand, der einer Berufsgruppe angehört, die nur hin und wieder in den Schlagzeilen ist oder das Gesicht zeigt, obwohl sie natürlich für uns als Gesellschaft, für uns als Menschen, für die Ernährung ganz wichtig ist. Manuel Schukat, bitte auf die Bühne! Ja! Ja, wir haben heute Abend, glaube ich, viele emotionale und auch humorvolle Reden erlebt und wir haben viele gut gefallen, aber wenn ich natürlich aus Agentursicht das Ganze betrachte, dann habe ich natürlich andere Kriterien zu bewerten als das, was mir jetzt persönlich gefällt. Und da spielen natürlich so Themen eine Rolle, wie ist es vermarktbar? Was ist das Themengebiet am Markt platziert? Und dann haben wir uns Gedanken gemacht und ja, vielleicht magst du was sagen? Ja, es gab einen Redner, der uns vor allen Dingen durch seine Performance überzeugt hat. Er hatte Requisiten im Einsatz, er hatte eine tolle Bühnenausstrahlung, er hatte zwei tolle Geschichten, all das, was man in vier Minuten reinpacken kann. Und deswegen nach vorne und einen großen Applaus für Dr. Christoph Ramke! Applaus Applaus Und damit kommen wir zum Publikumspreis, also dem Preis, den ihr eigentlich vergeben habt. Und ich finde, dass ihr ein echt sehr feines Gespür hattet heute Abend. Manchmal sind es nicht die Themen, die witzig sind, die die meisten Lacher oder Klatscher bringen, sondern, also ich merke das jetzt noch, wo einem wirklich so der Hals abgeschnürt wird. Trotzdem ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist. Und Andreas Pott, dass du das heute Abend so auf die Bühne gebracht hast, Kompliment! Applaus Und noch haben wir uns die Frage gestellt, ob das alles so richtig sein kann. Denn wir haben eine Person, die wir aus ganz besonderen Gründen auch nochmal auszeichnen müssen. Ich werde sie persönlich auf die Bühne holen. Und sie bekommt den Sonderpreis dafür, dass kein Mensch jemals auf dieser I-Leben so viele Buzzer bekommen hat, wie sie. Mit vier Buzzer freue ich mich, dich auf die Bühne holen zu treffen. Applaus Applaus Das ist Weltrekord und ich bitte alle Redner des heutigen Abends jetzt auf die Bühne zu kommen. Mit dem Weltrekord-Schild. Liebe Crew, bringt ihr einmal das Weltrekord-Schild rüber. So, kommt mal ein bisschen nach vorne, bitte schön. Unser extra neu bestelltes. Wir nehmen schon mal zwei, oder? So, liebe Preisträger, ihr seid einverstanden, wenn ihr jetzt eine Stunde Staubsaugen müsst. Gut, das ist eine harte Arbeit. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir das da hoch tun. Das sieht jeder noch aus. Das ist großartig. Passt. Ich denke, in diesem Sinne nehmen wir noch mal einen richtigen Applaus zusammen und verabschieden uns von denen, die uns nicht im Raum hier zuhören, sondern die sonst wo dabei sind. Also zusammen können wir einmal Tschüss in diese Welt dort rausrufen auf drei und sagen Danke YouTube, Danke Hamburg 1 Team, dass ihr das so lieb übertragen habt. Eins, zwei, drei. Tschüss. 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 Haha.